kapitel i die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei kapitel i tante sophie hatte die klammerschürze vorgebunden und nahm wäsche von der leine das herz lachte er im leibe während sie unter den hochgespannten seilen hinschlüpfte frischgefallener schnee ja was hat der gegen das weiß der bleichenden tafeltücher und leinen bezüge seit uervordenklichen zeiten war stets das schönste bleichwetter sobald die leinenschätze des ehrenwerten hauses lamprecht und sohn an die luft gebracht wurden selbstverständlich es sei das so gut ein vorrecht wie das berühmte kaiserwetter meinte tante sophie immer mit listigem augenzwinkern denn es war jemand im hause der solche blasphämien absolut nicht hören mochte nun zog heute wieder die köstliche sommerluft dörrend durch die feuchten laken rein und die julisonne schien ihre ganze kraft in dem mächtigen viereck des hofes zu konzentrieren über die dächer schossen schwalbenscharen wie stahlglänzende pfeile in den hof hinein ihre nester hingen an den steinernen fenstersimsen in der belletage des östlichen seitenflügels und es war niemand da der den kleinen blaurücken wehrte wenn sie auf den simsen rasteten und in ihrem aufdringlichen gezwitscher kein ende fanden ja es währte ihnen weder ein menschenblick noch eine fortscheuchende handbewegung denn nie klang eines der fenster droben in diesem seitenbau höchstens das einmal im jahre auf stunden gelüftet wurde dann fielen die großblumigen gardinen wieder zusammen und ließen es geduldig geschehen dass ihnen die sonne den letzten farbenrest aus der morschen seidenfaser sog das haupthaus dessen fassade auf den vornehmsten platz der stadt hinausging hatte der zimmer und säle genug und der bewohner waren nicht viele da brauchte man die obere zimmerflucht des östlichen seitenflügels nicht die leute sagten aber anderes so hell und sonnig auch das angebaute hinterhaus in die lüfte stieg und so friedlich es erschien mit seinen hohen stillen fenstern es war doch der unheimliche schauplatz eines kampfes eines fortgesetzten gespenstigen kampfes bis in alle ewigkeit so sagten die leute draußen in gassen und straßen und die darin widersprachen nicht warum auch hatte es doch seit anno 1795 wo die schöne frau dorothea lamprecht in dem seitenflügel ihr wochenbett abgehalten und da verstorben war fast keinen dienstbaren geist der familie gegeben der nicht wenigstens einmal die lange schleppe eines weißen nachtgewandes durch den korridor hatte schleifen sehen oder gar gezwungen gewesen war sich halbtot vor schrecken platt an die wand des ganges zu drücken um die lange hagere selige im grauen spinnweben kleide an sich vorüber zu lassen drum schlief ja auch niemand droben in dem hause sagten die leute an dem unwesen sollte ein eidbruch schuld sein justus lamprecht der urgroßvater des derzeitigen familienoberhauptes hatte seinem sterbenden eheweibe der frau judith feierlich zuschwören müssen daß er ihr keine nachfolgerin geben wolle es sei um ihre zwei knaben willen sollte sie gesagt haben im grunde aber war es glühende eifersucht gewesen die keiner anderen den platz an der seite ihres zurückbleibenden ehemannes gegönnt herr justus hatte aber ein leidenschaftliches herz gehabt und seine schöne mündel die in seinem hause gewohnt nicht minder sie hatte gemeint und wenn sie in die hölle mit ihm müsse sie lasse doch nicht von ihm und heirate ihn der neidischen seligen zum trotz und torch und sie hatten auch zusammen gelebt wie zwei turteltauben bis sich die schöne junge frau dorothea eines tages in den seitenflügel zurückgezogen um sich in der mit fürstlicher pracht ausgestatteten wochenstube ein neugeborenes töchterchen in den arm legen zu lassen herr justus lamprecht hatte gesagt nun sei er auf dem gipfel des glückes es war aber gerade strenger winter gewesen und just in der weihnachtsnacht wo draußen alles zu stein und wein gefroren war mit dem glockenschlag zwölf langsam und feierlich die türe der wochenstube nach dem gange hinaus zugefallen und die selige war auf einer grauen wolke wie ein spinnweben gewickelt hereingekommen und die wolke der spinnwebenrock und der hässliche kopf mit der spitzen dormöse alles war unter dem seidenen betthimmel gekrochen und hatte sich auf der wöchnerin so fest zusammengekauert als solle dem blühenden jungen weibe das herzblut ausgesogen werden der wardfrau waren hand und fuß gelähmt gewesen und sie hatte sozusagen in einer eisgrube gesessen so mörderisch kalt war es von dem spukwesen ausgegangen die sinne waren ihr vergangen und erst lange danach als das neugeborene geschrien war sie wieder zu sich gekommen ja das war nun eine schöne bescherung gewesen die türe nach dem eiskalten gang hatte noch sperrangel weit offen gestanden und von der bösen frau judith war auch nicht ein rockzipferchen mehr zu sehen gewesen im bette aber hatte frau dorothea aufrecht gesessen und unter heftigem schütteln und schaudern mit den zähnen geklappert und ganz wirr nach dem kind in der wiege gesehen und nachher war sie in raserei verfallen und nach fünf tagen hatte sie ihr totes kindlein im arm im sarge gelegen die ärzte hatten gesagt mutter und kind seien infolge heftiger erkältung gestorben die pflichtvergessene wärterin habe die türe schlecht verschlossen sei eingeschlafen und habe verrückt geträumt einfältiges gewäsch wenn das alles so mit natürlichen dingen zugegangen war weshalb geschah es dann nachher daß die schöne verführerin oft schon im abendzwielicht aus der ehemaligen wochenstube gehuscht kam und die graue furie hinter ihr hersauste um ihr von hinten die langen dürren arme würgend um den hals zu schlingen die firma lamprecht und söhne hatte zu ende des vorigen jahrhunderts noch mit leinen gehandelt und die öfter wiederholte bezeichnung thüringer fugger sollte gar nicht übel auf ihr ansehen gepasst haben dazu mal hatte ihr großer häuserkomplex am markte einem bienenstock geglichen so lebendig war der menschenverkehr gewesen bis unter die dächer hinauf sollten die leinenbeinen aufgestapelt gewesen sein und allwöchentlich waren mächtige frachtwagen schwer beladen in die weite welt hinaus gefahren tante sophie wusste das alles ganz genau sie selbst hatte freilich jene zeit nicht gesehen aber in ihrem hellen kopfe waren familientraditionen alte geschäfts und tagebuchnotizen und die verschiedenen oft kuriosen nachlassverfügungen so pünktlich registriert wie sie kaum der archivar einer regentenfamilie in den analen sammelt so war denn auch die alljährliche julibleiche eine zeit der reminiscenzen da kamen uralte wäschestücke auf die leine nicht der benutzung wegen bewahre nur damit sie nicht vergilbten und in neue brüche gelegt werden konnten und die eingewebten jäger und amazonen die mythologischen und biblischen figuren in dem damastzeug mochten sich dann freilich jedesmal verwundern wie still und anders es in dem hofe geworden das von flachspreisen und webelöhnen kein wort mehr fiel kein hochgetürmter frachtwagen durch die torwölbung des parkhauses rasselte und das schlagen der webstühle in fast lautloser stille erloschen war es ging ja wohl öfter ein flüstern und rauschen durch den hof aber das kam vom zugwind der durch das gesträuch und gezweig fuhr du lieber gott wie sich doch die welt änderte grünes blattwerk auf dem ehemaligen geschäftstummelplatz der dazu mal nicht die ärmlichsten grasspitzen zwischen seinem festen bachkieselgefüge hatte aufkommen lassen hier nun hatte sich doch das alte steinpflaster im laufe der zeiten selbst nicht behaupten können eine dichte rasendecke lag jetzt auf dem etwas abschüssigen terrain schöne rosenbäume schüttelten ihre buntfarbigen blütenblätter über das weiche gras her es rauschte junges strotzendes lindenlaub vor dem westlichen seitenflügel der sogenannten weberei und das alte packhaus welches nach norden hin den hof abschloß war von oben bis unten völlig umschnürt von dem grünen schuppenpanzer des pfeifenstrauches der leinenhandel war längst vertauscht worden mit einer porzellanfabrik die sich außerhalb der stadt auf dem nahegelegenen dorfe dambach befand der gegenwärtige chef des hauses lamprecht und sohn war witwer er hatte zwei kinder und tante sophie die letzte einer seitenlinie der familie führte ihm die wirtschaft mit fleißigen händen in zucht und ehren und weiser sparsamkeit und die lustige tante mit der großen nase und den gescheiten braunen augen hielt es für den klugsten einfall ihres ganzen lebens eine alte jungfer geworden zu sein dieweil auf diese weise doch noch für ein weilchen eine echte lamprechtsphysionomie aus der hausfrauenstube auf den markt hinaus gucke das klang nun freilich ebenso unangenehm nervenberührend für das ohr der frau amtsrätin wie die stehende bemerkung über das kaiserwetter aber die frau amtsrätin war eine sehr feine dame die zu hofe ging und tante sophie steckte stets die unschuldigste mine auf und so kam es nie zu einem streit zwischen den beiden amtsrats die schwiegereltern des herrn lambrecht wohnten im zweiten stock des haupthauses der alte herr hatte sein schönes rittergut verpachtet und sich zur ruhe gesetzt aber er hielt es in der stadt nicht lange aus er ließ frau und sohn seinen einzigen oft allein und war weit mehr draußen in dambach in der landluft wo ihm der wald und das hasenrevier greifbar nahe lagen und er in dem geräumigen zu der fabrik gehörigen pavillon des schwiegersohns hausen konnte so oft und so lange er lust hatte es schlug vier auf dem nahegelegenen rathaustürmchen und mit der nachmittagskaffeestunde nahte das bleichwerk seinem ende die wäsche hatte sich allmählich in den riesigen korbwannen weiß und hoch wie ein schneehügel aufgetürmt und tante sophie nahm zu allerletzt die klammern behutsam von den kostbaren wäschealtertümern aber da gab es ihr plötzlich einen förmlichen stich durch das herz eine schöne bescherung rief sie ganz erschrocken und betreten der helfenden alten magt zu da guck her bärbe das tafeltuch mit der hochzeit zu kana ist aus dem leim gegangen es hat einen mächtigen riss ist auch alt genug der reine zunder alles hat seine zeit fräulein sophie was du doch gescheit bist alte kluge bärbe das sätzchen kann ich auch auswendig oje der schaden geht dem speisemeister geradewegs durch die ganze physiognomie da werde ich meine liebe not mit dem stopfen haben sie hielt das dünn gewordene morsche gewebe prüfend gegen das licht ein altes erbstück ist's freilich die frau judith hat das gedeck noch mit eingebracht bärbe räusperte sich laut und schielte verstohlen nach den fenstern des östlichen seidenflügels empor solche leute die keine ruhe in der erde haben die muß man nicht so laut beim namen nennen fräulein sophie rübte sie mit gedämpfter stimme und entschieden missbilligendem kopfschütteln justement in der zeit nicht wo es wieder umgehen tut der kutscher hat es erst gestern abend wieder weiß um die gangecke laufen sehen weiß na dann ist ja doch der spinnwebenrock nicht gewesen also der nette dicke kutscher spielt sich auf das sonntagskind in eurer gesinnestube das sollte nur der herr wissen ihr hasenfüße wollt wohl sein haus wieder einmal in aller leute mäuler bringen sie zuckte die achseln und schlug das tafeltuch zusammen mir für meine person mir wäre das übrigens ganz egal es hört sich eigentlich gar nicht schlecht an wenn die leute sagen die weiße frau in lambrechts hause alt und angesehen genug sind die lambrechts ja den luxus können wir uns schon erlauben so gut wie die im schlosse diese letzten worte waren offenbar nicht an die adresse der magd gerichtet tante sophiens braune augen zwinkerten lustig nach der lindengruppe vor der weberei dort funkelten ein paar brillengläser auf dem feinen nasenrücken der frau amtsrätin die alte dame hatte ihren papagei ein wenig ins grüne heruntergetragen und hielt wache bei ihm von wegen der hauskatzen sie stickte und neben ihr am weiß gestrichenen gartentische saß ihr enkel der kleine reinhold lambrecht und schrieb auf seiner schiefertafel ich will nicht hoffen dass sie das ernstlich meinen liebste sophie sagte die frau amtsrätin eine leichte röte war ihr ins gesicht getreten und die augen blickten scharf über die brille mit solchen geheiligten vorrechten spaßt man übrigens nicht das ist unziemlich strengere als ich würden sagen demokratisch ach ja das sehe denen schon ähnlich lachte tante sophie das sind solche die auch am liebsten wieder mit feuer und schwert in der welt hantieren möchten aber muß denn der mensch gleich ein demokrat sein wenn er nicht wie ein wurm am boden kriecht bei denjenigen die da wiederkommen um die lebendigen kreaturen ins boxhorn zu jagen ist doch kein unterschied mehr und die weiße schloßfrau muß ebensogut erst aus einem modehäufchen steigen wie dem urgroßvater justus sein schönes dörchen auch die alte dame rümpfte die feine kleine nase und schwieg indigniert sie legte ihren stickrahmen weg und trat zum bärbe wie ist denn das der kutscher will gestern abend auch in dem gange etwas gesehen haben fragte sie gespannt jawohl frau amtsrätin und der schreck liegt ihm heute noch in allen gliedern er hat oben in den guten stuben bis zur dämmerstunde die fußböden gewichst und nachher beim runtergehen ist es ihm gewesen als wenn in dem gange hinten eine türe sachte zugemacht würde frau amtsrätin in dem gange wo im ganzen leben kein türschlüssel umgedreht wird na kurz und gut es ist ihm freilich eiskalt über den rücken gelaufen und die beine sind im blei schwer geworden aber er hat sich doch ein herz gefasst ist ein paar schrittchen auf die seite geschlichen und hat um die ecke geschielt und da ist vor seinen augen in den langen gang hinein geruscht ganz schlank und schmächtig und schlo weiß von oben bis unten vergiss nur ja die schwarzledernen handschuhe nicht bärbe warf tante sophie ein bewahr mich gott fräulein sophie nicht einen schwarzen faden hat das unding an sich gehabt und wie es um die andere gangecke saust da fliegt alles auseinander wie schleierzeug und ist verschwunden gewesen der kutscher sagt wie rauch im winde den bringen um die dämmerstunde nicht zehn pferde wieder bis an den gang hin wird doch gar nicht verlangt von der heidenseele der gehört in den altweiverspittel mit seinem spinnstubengewäsch sagte tante sophie halb amüsiert halb ärgerlich und griff nach einer serviette um sie von der leine zu nehmen aber in demselben augenblick fuhr auch ihr kopf herum potztausend was kommt denn da für ein fuhrwerk angerasselt ja gretel bist du denn närrisch durch den hochgewölkten torweg des haupthauses kam ein hübscher kinderlandauer mit einem gespann von zwei ziegenböcken in den hof hereingesaust die lenkerin ein mädchen von ungefähr neun jahren stand aufrecht und hielt die zügel stramm in den händen der runde breitrandige strohhut war ihr nach dem nacken zurückgesunken und schwebte von den bindebändern am halse festgehalten wie eine gelbe heiligenscheibe hinter dem dunklen gelock das wild im scharfen zugwind aufflog das gefährt rollte bis zu den linden unter denen der kleine reinhold saß da erst wurde mit einem kräftigen ruck halt gemacht zum schrecken des papageien der laut aufkreischte während der knabe von der bank litt aber grete du sollst ja nicht mit meinem böcken fahren ich wills nicht haben zankte reinhold weinerlich und sein blasses schmales gesichtchen rötete der zorn es sind nur eine böcke der papa hat sie mir geschenkt ich tue's nicht wieder ganz gewiß nicht heutchen versicherte die schwester vom wagen springend geh sei nicht böse hast mich noch lieb der kleine kletterte wieder auf seine bank und ließ es nur widerwillig geschehen daß sie ihn mit stürmischer zärtlichkeit umfaßte siehst du hans und benjamin wollen ja auch ihren spaß haben die armen kerle sind so lange im dambacher stalle eingesperrt gewesen und du bist wirklich allein von dambach hereingefahren fragte die frau amtsrätin entrüstung und nachträglichen schrecken in ihrer zarten stimme natürlich großmama der dicke kutscher kann doch nicht hinter mir im kinderwagen sitzen der papa ist nach hause geritten und ich sollte mit der faktorin wieder im großen wagen hereinfahren aber die trödelei dauerte mir zu lange solch ein unsinn und der großpapa der stand im hoftor und hielt sich die seiten vor lachen wie ich vorbeisauste ja du und der großpapa ihr seid mir die alte dame verschluckte weißlich den rest ihrer scharfen bemerkung und zeigte mit dem finger empört auf brust und leib der enkelin und wie siehst du aus so bist du durch die stadt gefahren die kleine margarete riss an der schleife am halse um sich von dem hute zu befreien und streifte mit einem gleichgültigen blick das gestickte vorderblatt ihres weißen kleides heidelbeerflecken sagte sie kaltblütig es geschieht euch schon recht warum zieht ihr mir immer weiße kleider an wer besagt ja immer paar kleinwand wäre am besten für mich tante sophie lachte und eine männliche stimme fiel ein fast mit der ekipage zugleich war ein junger mensch in den hof gekommen ein auffallend hübscher 19 jähriger jüngling der sohn der frau amtsrätin und ihr einziges kind denn sie war die zweite frau ihres mannes und nur die stiefmutter der verstorbenen frau lamprecht gewesen der junge mann hatte einen stoß bücher unter dem arm und kam vom gymnasium her die kleine streifte ihn mit einem finstern blick du brauchst gar nicht zu lachen herbert murrte sie geärgert während sie die zügel der böcke wieder aufnahm um das gespann nach dem stalle zu bringen so werde es mir merken meine kleine dame aber darf man fragen wie es mit den schularbeiten steht draußen beim heidelbeer essen hat das gnädige fräulein schwerlich seine französische lektion repetiert und ich möchte wissen wie viel kleckse das schönschreibebuch heute abend zu verzeichnen haben wird wenn die aufgabe per dampf verledigt werden muss keine ich werde schon aufpassen und mir mühe geben gerade dir zum trotz herbert wie oft soll ich dir wiederholen unartiges kind dass du nicht herbert sondern onkel zu sagen hast zürnte die frau amtsrätin ach großmama das geht ja nicht und wenn er zehnmal papas schwager ist entgegnete die kleine ohnwirsch und mit allen zeichen der ungeduld die dunkle lockenwucht aus dem gesicht schüttelnd wirkliche onkels müssen alt sein ich weiß aber noch ganz gut wie herbert mit ziegenböcken gefahren ist und mit bellen und steinen die fenster eingeworfen hat und vom doktor war ihm das obst verboten und er hat doch immer ganze hände voll pflaumen heimlich aus der tasche gegessen jawohl das weiß ich noch sehr gut und jetzt ist er auch weiter nichts als ein schulfuchs der noch mit büchern unter dem arme geht brrr hans wollt ihr warten schalt sie auf das ungeduldige gespann und faßte die zügel fester bei der sehr laut gesprochenen rückhaltlosen kritik aus kindlichem munde war der junge mann dunkelrot geworden er lächelte gezwungen du naseweiß dir fehlt die rute presste er zwischen den zähnen hervor während sein scheuverlegener blick das gegenüberliegende packhaus streifte die ein wenig schief hängende äußere holzgalerie die im oberen stock vor den schiebefenstern dieses alten hauses hinlief war auch laubenartig von dem blattgefecht des pfeifenstrauches übersponnen nur da und dort ließ es raum für luft und licht in dem es einen rundbogen wölbte und in einer solchen grünen nische blinkte es wie mattes gold und manchmal hob sich eine zarte weiße hand hinter der brüstung um wie träumerisch über das lockere goldhaar hinzustreichen oder sich hinein zu vergraben in diesem augenblick aber blieb drüben alles still und unbeweglich die frau amtsrätin war die einzige die das verstohlene hinüberblicken des sohnes bemerkt hatte sie sagte kein wort aber ihre stirn zog sich finster zusammen während sie dem packhaus geflissentlich den rücken wandte liebste sophie mein sohn hat recht gretchen wird von tag zu tag unmanierlicher sagte sie hörbar gereizt zu tante sophie wobei sie den ständer mit ihrem papagei ergriff um ihn wieder hinaufzutragen ich tue mein möglichstes so oft das kind bei mir oben ist aber was hilft das alles wenn hier unten über ihre ungezogenheiten gelacht wird unsere selige fanny war in gretchens alter schon völlig dame sie hatte von klein auf takt und schick in bewunderungswürdiger weise was würde sie sagen wenn sie ihr kind so wild und ungezügelt aufwachsen sähe wenn sie hörte wie das mädchen so ansetzlich gerade heraus und unverblümt zu sprechen gewohnt ist ich verzweifle an irgendeinem resultat diesem kopf gegenüber hartes holz frau amtsrätin daran läßt sich freilich schwer schnitzeln entgegnete tante sophie mit einem humorvollen lächeln über wirkliche ungezogenheiten lache ich nie da seien sie ganz ruhig aber damit macht mir unsere gretel das leben auch gar nicht sauer mit den knixen und den reverenzen mag's freilich schwer halten das glaube ich ihr denn gerne und darin kann ich auch nicht helfen denn ich bin keine von den sogenannten weltpolitischen ich sehe nur immer darauf daß dem wildfang seine schöne wahrheitsliebe verbleibt daß das kind nicht heucheln und schmeicheln und schöne dinge sagen lernt an die er selbst nicht glaubt währenddem brachte die kleine margarete die bei dem wort rute umpört aufgefahren war als fühle sie bereits den schlag mit bärbes hilfe das gefährt unter dach und fach und reinhold zeigte dem jugendlichen onkel seine schreibübungen auf der schiefertafel der knabe war von ausnehmend zarter gestalt ein dürftig zusammengeschmiegtes figürchen mit matten langsamen bewegungen in der gretel steckt ein überschuss von kraft der will sich austoben fuhr tante sophie fort wollte gott unser stilles blasses jüngelchen da sie zeigte verstohlen nach dem kleinen und ihr blick verdunkelte sich hätte er einen teil davon über sogenannte kraftmenschen habe ich meine eigene ansicht liebste entgegnete die frau amtsrätin achsel zuckend mir geht die distinguierte ruhe über alles da sind wir übrigens wieder einmal bei dem alten thema von reinholds schwächlichkeit wenn sie wüssten wie sie mich mit dieser ewigen gespenster seherei irritieren mein gott lamprechts einzige hoffnung sein kleinod nein gott sei dank unser junge ist innerlich ganz gesund der doktor beteuerte es und ich zweifle nicht dass reinhold später einmal seinem papa an kraft und gewandtheit nichts nachgeben wird diese behauptung erschien sehr gewagt wenn man das körperliche menschen pflänzchen am gartentische mit dem mann verglich der in diesem augenblick in den hof ritt herr lamprecht kam von einer anderen seite als sein töchterlein durch die straßen hinter seinem besitztum welche einst mit leinen befrachtete wagen frequentiert hatten er kam in der letzten zeit meist diesen weg so wie die reitererscheinung aus dem dunkel des tiefen packhaustor weges auftauchte hatte sie etwas überaus imposantes herr lamprecht war ein auffallend schöner mann tannenschlank und dunkelbärtig voll feuer und würde zugleich in haltung und bewegungen papa da bin ich volle zehn minuten früher als du ja die böcke laufen anders als dein lucifer die laufen ganz famos triumphierte margarete die bei dem getrappel der pferdehufen auf dem heilenden torweg pflaster aus der stalltüre gesprungen kam das geräusch des aufgestoßenen torflügels trunten brachte auch bewegungen das grüne versteckte holzgalerie das gerade über der einfahrt lag der blonde kopf fuhr empor vielleicht wurden das grün der überhängenden blätter und die altersdunkle hauswand dahinter zur besonderen folie und ließen die maiblumen frische des jungen gesichts doppelt blendend hervortreten auf jeden fall aber war das mädchen im hellen sommerkleide eine gestalt die sofort aller blicke auf sich ziehen musste sie bog sich voller neugierde wie es schien aus dem blätterrundbogen dabei fielen zwei dicke flechten vornüber und hingen jenseits des geländers lang herab so dass der zugwind die blauen bandschleifen an ihren enden hin und her wehen machte und auf der geländerbrüstung mochten blumen liegen bei der hastigen bewegung mit welcher das mädchen den arm aufstützte flogen ein paar schöne rosen herab und fielen vor den hufen des pferdes auf das pflaster nieder das tier scheute aber der reiter klopfte ihm beruhigend den hals und tritt in den hof hinein mit einem seltsamen starren blick der weder rechts noch links zu sehen schien zog er beim näherkommen den hut er war achtlos über die blumen hingeritten und hatte nicht einmal emporgeblickt nach dem offenen gange von woher die duftenden störenfriede gekommen herr lamprecht war ein stolzer mann und die frau amtsrätin begriff vollkommen daß er den bewohnern des hinterhauses wenig beachtung schenkte seine kleine tochter dagegen schien anders zu denken sie lief bis zum packhaus und hob die blumen auf sie binden wohl einen kranz frau lenz rief sie nach dem gange hinauf ein paar rosen sind heruntergefallen soll ich sie ihnen zuwerfen oder hinaufbringen ja keine antwort erfolgte das junge mädchen war verschwunden es mochte sich erschrocken über das zurückscheuende tier in das innere des hauses geflüchtet haben herr lamprecht stieg indessen vom pferde er war nahe genug um zu hören wie seine schwiegermutter mit missbilligendem erstaunen zu tante sophie sagte wie kömmt denn gretchen zu der intimität mit den leuten da drüben intim davon weiß ich nichts ich glaube nicht dass das kind je die treppe im parkhause hinauf gestiegen ist nichts als das gute herz ist's frau amtsrätin die gretel ist eben hilfreich gegen jedermann das ist die richtige höflichkeit und mir tausendmal lieber als solche die außen voller komplimente sind und innerlich recht grob denken in bezug auf andere menschen es mag aber auch bei dem kinde die freude an der schönheit sein ich mach's ja nicht besser mir lacht immer das herz im leibe wenn ich das schöne mädchen dort auf dem gang hantieren sehe geschmacksache warf die amtsrätin leicht hin aber ihre stirn furchte sich in missmut und ein finsterer seitenblick streifte den sohn der sich tief über reinholz schiefertafel bückte das blonde genre hat nie reiz für mich gehabt setzte sie mit ihrer stets sanften gedämpften stimme hinzu übrigens habe ich ja gewiss an gretchens zur vorkommenheit nichts auszusetzen es überrascht und freut mich vielmehr dass sie auch höflich sein kann ich gehöre auch nicht zu solchen die innerlich grob in bezug auf andere menschen denken liebste keineswegs dazu bin ich zu mild und zu christlich aber ich stehe auch fest auf meinen gut konservativen anschauungen nach welchen gewisse grenzen absolut aufrechterhalten werden müssen das junge mädchen mag es auch als erzieherin in england gewesen sein und einen höheren bildungsgrad erlangt haben allen respekt vor diesem streben aber ich sage trotz alledem dieses mädchen ist und bleibt hier doch nur die tochter eines mannes der für die fabrik arbeitet und das muss für uns alle maßgebend sein habe ich nicht recht balduin wandte sie sich an ihren schwiegersohn der etwas ungehöriges an dem sattelzeug seines pferdes zu prüfen schien er hob kaum die stirn aber ein verstohlener blitz zuckte seitwärts aus seinen dunkel glühenden augen so je und grell als wolle er die zarte sanfte frau zu staub und asche verbrennen sie mußte einen kurzen moment auf die bestätigung ihres ausspruchs warten dann aber kam sie prompt und gleichmütig von den lippen des schönen mannes sie haben ja stets recht mama wer würde sich wohl unterstehen anderer meinung zu sein er drückte sich den hut tiefer in die augen und führte das pferd nach dem stall in der weberei ende von kapitel 1 aufgenommen von bettine kapitel 2 von die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die frau mit den karfunkelsteinen von eugenie marlitt kapitel 2 unter den linden ging es inzwischen ziemlich laut her margarete hatte die aufgelesenen rosen auf den gartentisch gelegt nur so lange bis fräulein lenz wieder auf den gang herauskomme sagte sie und kniete auf der bank neben dem kleinen bruder nieder da sieh her grete sagte herbert und zeigte auf die schiefertafel er sah noch sehr rot aus und seine stimme klang so sonderbar zittrig und unterdrückt wahrscheinlich noch vom ärger dachte das kleine mädchen sieh her wiederholte er und schäme dich reinhold ist fast zwei jahre jünger als du und wie schön und korrekt ist seine schrift gegen deine buchstaben die so hässlich groß und steif sind als wären sie mit einem stück holz und nicht mit der feder geschrieben aber deutlich sind sie entgegnete die kleine ungerührt so schön deutlich sagt bärbe dass sie die brille gar nicht erst aufzusetzen braucht wie beim gesangbuch lesen warum soll ich mich denn da plagen mit den dummen schnörkelchen nun ja das konnte ich wissen du bist ein unverbesserlich faules kleines mädchen sagte der junge mann wobei er wie zerstreut eine der rosen ergriff und ihren duft einatmete er schien dies aber nur mit den lippen zu tun halt daraus wird nichts die wird nicht wegstibitzt unterbrach sie sich warf ihren geschmeidigen körper blitzschnell über die tischplatte hin und haschte nach der rose die herbert vermutlich abermals infolge seiner zerstreutheit eben in der brusttasche verschwinden ließ aber der sonst so beherrschte junge mann war in diesem augenblick kaum wiederzuerkennen ganz blass die augen voll grimm er fing er die kleine hand noch bevor sie ihn berührte und schleuderte sie von sich wie ein bösartiges insekt die kleine stieß einen schmerzenslaut aus und auch reinhold sprang erschrocken von der bank hola was geht denn da vor fragte herr lamprecht welcher dem herbei geeiten hausknecht sein pferd überlassen hatte und eben an den tisch trat er darf nicht das ist so gut wie gestohlen stieß die kleine margarete noch unter der einwirkung des schreckens hervor die rosen gehören fräulein lenz nun und herbert hat eine weiße genommen und in die tasche gesteckt gerade die allerschönste kinderei zürnte die frau amtsrätin was für abgeschmackte späße herbert herr lamprecht sah erhitzt aus als habe ihm der ritt das ganze blut nach dem kopfe getrieben er trat dem jungen mann schweigend näher und wiegte die reitpeitsche in seiner hand und allmählich umschlich ein überlegenes verletzendes spöttisches lächeln seinen mund er kniff die augen zusammen und fixierte sein jugendliches gegenüber von kopf bis zu füßen und es war als sprengen funken aus den lidspalten in das gesicht des jungen mannes der heftig errötete lasse ihn doch kleine sagte herr lamprecht endlich mit einem lässigen achselzucken zu seinem töchterchen herbert braucht das gestohlene gut für die schule er wird morgen in der botanischen stunde seinem professor eine rosa alba vorzeigen müssen balduin die stimme erstickte dem jungen mann als würge eine hand an seiner kehle was befiehlst du mein junge wandte sich herr lamprecht mit ironischer beflissenheit um habe ich nicht recht wenn ich behaupte der bravste schüler der ehrgeizigste streber der je die schulbank gedrückt hat werde vor seinem abiturientenexamen schlechterdings keinen anderen gedanken haben als die schule und abermals die schule geh büffle nicht so übermäßig du bist in letzter zeit ganz hohläugig geworden und dein pausbäckiges jungengesicht verliert die farbe unser zukünftiger minister aber braucht du weißt wie jeder minister heutzutage nerven von stahl und ein ganz gehöriges quantum eisen in seinem blut er lachte spöttisch auf schlug dem jungen mann auf die schulter und ging auf ein wort balduin rief ihm die frau amtsrätin nach und nahm zum so und sovielten mal den immer wieder hingestellten ständer mit ihrem geliebten papagei auf herr lamprecht blieb pflichtschuldigst stehen obgleich er so ungeduldig aussah als brenne ihm der boden unter den sohlen er nahm auch seiner schwiegermutter den vogel ab um ihn zu tragen und währenddem schoß herbert wie toll an ihnen vorüber in das haus und die steinerne treppe hallte wieder unter den wilden sätzen mit welchen er aufwärts stürmte nun hat herbert doch recht behalten murrte margarete und schlug zornig mit der flachen hand auf den tisch ich glaub's nicht der papa hat nur spaß gemacht herbert wird wohl dem professor eine rose mitbringen müssen dummes zeug sie raffte die übrigen blumen zusammen wandt ihr seidenes haarband um die stiele und lief nach dem packhaus um den kleinen strauß über das holzgeländer zu werfen er blieb auf dem sims liegen niemand griff danach nicht ein schein des hellen musselin kleides wurde sichtbar noch weniger aber dankte die sanfte süße mädchenstimme die man so gern hörte vom gange herab missmutig kehrte das kleine mädchen unter den lindenschatten zurück es war recht still geworden im hofe tante sophie und bärbe hatten die letzten wäschestücke von der leine genommen und die hochgetürmten korbwannen ins haus getragen der hausknecht war nachdem er die stalltüre geschlossen ausgegangen um besorgungen zu machen und der kleine stille junge saß wieder auf der bank und malte mit beneidenswerter geduld seine gerühmten buchstaben auf die schiefertafel margarete setzte sich neben ihn und faltete die kleinen hageren sonnverbrannten hände im schoße sie ließ die ewig unruhigen füße baumeln und verfolgte mit ihren lebendigen klugen augen den flug der schwalben wie sie über die dächer herkamen und im scharfen bogen die blauen lüfte durchschnitten um unter den weit hervorspringenden fenstersimsen des gegenüberliegenden seidenflügels zu verschwinden inzwischen kam bärbe mit dem wischtuch sie fuhr mit demselben über den gartentisch legte eine kaffeeserviette auf und stellte das klirrende tassenbrett hin dann fing sie an die wäscheleine aufzurollen von zeit zu zeit warf sie einen ärgerlichen blick nach dem kinde das so ungeniert und angelegentlich seine augen über die obere fensterreihe des spukhaften hauses hinwandern ließ für die alte köchin war das eine naseweise herausforderung die ihr einen gelinden schauer über die haut jagte bärbe bärbe schnell dreh dich um es ist jemand drin rief die kleine plötzlich und zeigte mit dem ausgestreckten finger direkt nach einem der fenster in frau dorotheens ehemaliger wochenstube wobei sie von der bank sprang unwillkürlich als werde sie von einer fremden macht herumgerissen wandte bärbe den kopf nach der bezeichneten stelle und ließ vor schrecken den mächtig angeschwollenen wäscheleine knäuel aus den händen fallen weiß gott der vorhang wackelt murmelte sie unsinn bärbe wenn er bloß wackelte so wäre das weiter gar nichts das könnte auch vom zugwind sein sagte margarete überlegen nein es war dort in der mitte sie zeigte abermals nach dem fenster dort war er auseinander und es hat jemand herausgesehen und das ist doch närrisch es wohnt kein mensch drin um tausend gottes willen kind wer wird denn immer mit dem finger hinzeigen raunte bärbe und griff nach der kleinen hand um sie niederzubiegen sie war dicht vor die kinder getreten als wolle sie die kleinen mit ihrer breiten massigen figur decken und kehrte dem bezeichneten fenster den rücken um keinen preis hätte sie noch einmal die augen zurückgewendet siehst du gretchen das hast du nun von deinem ewigen hingucken ich wollt's dir vorhin schon sagen aber du bist ja immer gleich oben hinaus und da war ich still für so was wie die fenster da oben muß der mensch gar keine augen haben aber gläubische alte bärbe das sollte nur tante sophie hören schallt das kleine mädchen ärgerlich und suchte die vierschrötige alte aus dem wege zu schieben erst recht muß man hinsehen ich will wissen wer das gewesen ist es ging vorhin zu schnell husch was wieder weg ich glaube aber es war großmamas stubenmädchen die hat so eine weiße stirn die jetzt war es an der gescholtenen köchin eine überlegene mine anzunehmen erstlich wie käme die in die stube doch nicht durchs schlüsselloch und zum zweiten täte sie's auch gar nicht nicht um die welt gretchen das nase weiße ding hat's gerade so gemacht wie du die dachte auch ihr könnt's nicht fehlen und da hat sie vorgestern abend in der dämmerstunde ebenso ihren schreck weggehabt wie gestern der kutscher geh du lieber nauf in die gute stube mit den roten tapeten wo die alten bilder hängen die mit den karfunkelsteinen in ihren kohlpechschwarzen haaren die ist's die hat wieder einmal keine ruhe in der erde und huscht im hause rum und beschreckt die menschen werbe du sollst uns kindern nicht solchen unsinn vorschwatzen hat die tante gesagt rief margarete bitterböse und stampfte mit dem fuße auf siehst du denn nicht wie holchen sich ängstigt beruhigend wie ein großmütterchen legte sie die arme um den hals des knaben der mit angsterfüllten weit aufgerissenen augen zuhörte komm her du armes kerlchen fürchte dich nicht und lass dir doch nichts weiß machen von der dummen bärbe es gibt gar keine gespenster gar keine das ist alles dummes zeug in diesem augenblick trat tante sophie aus dem hause sie brachte den kaffee und stellte einen großen zuckerbestreuten napfkuchen auf den tisch kind gretel du siehst ja aus wie ein streitlustiges gickelhähnchen was hat's denn wieder einmal gegeben fragte sie während bärbe sich schleunigst aus dem staube machte und ihrem abwärts gerollten leinen knoll nachlief es war jemand dort in der stube antwortete die kleine kurz und knapp und zeigte nach dem fenster tante sophie die eben den kuchen anschnitt hielt inne sie drehte den kopf um und streifte mit einem flüchtigen blick die fensterreihe da oben fragte sie mit halbem lachen du träumst am helligsten tage kind nein tante es war ein wirklicher mensch gerade dort wo der vorhang so rot ist da ging er auseinander ich sah ja die finger ganz weiße finger die ihn schoben und auf einen husch sah ich auch eine stirn mit hellen haaren die sonne gretel weiter nichts versetzte tante sophie gleichmütig und hantierte taktmäßig mit ihrem messer weiter an dem kuchen die spielt und spiegelt in allen farben auf den alten verwetterten scheiben und das täuscht hätte ich die schlüssel da müsstest du auf der stelle mit mir hinauf in die stube um dich zu überzeugen dass kein mensch drin ist und dann wollten wir sehen wer recht behielte du gänzchen den schlüssel hat aber der papa und die großmama ist eben bei ihm und da will ich nicht stören wer besagt die frau die im roten salon hängt hätte herausgesehen die läuft im hause herum tante und will alle menschen erschrecken klagte reinhold in weinerlich ängstlichem ton ach so sagte tante sophie sie legte das messer hin und sah über die schulter nach der alten köchin die aus leibes kräften an ihrem riesigen knäuel wickelte bist ja ein lieber schatz bärbe die richtige jammerbase und totenunke was hat dir denn das arme weibchen im roten salon getan daß du sie zum popanz für die urenklchen machst ach mit dem popanz hat's keine not fräulein sophie entgegnete bärbe trotzig und ohne von ihrer beschäftigung wegzusehen gretchen glaubt sowieso nicht das ist ja eben das unglück heutzutage die kinder kommen schon so super klug zur welt daß sie an gar nichts mehr glauben wollen was sie nicht mit händen greifen können sie wickelte mit so grimmigem eifer weiter als gelte es all den kleinen ungläubigen die hälse zuzuschnüren glaubt der mensch aber nicht mehr an geister und hexengeschichten da kömmt auch unser herrgott so kurz ja und das ist eben die gottlosigkeit heutzutage und darauf lebe und sterbe ich das magst du halten wie du willst aber unsere kinder lässt du mir künftig aus dem spiel ein für allemal gebot tante sophie streng sie schenkte den kindern kaffee ein und legte ihnen kuchen vor dann ging sie um ein rosenbäumchen von der wäscheleine zu befreien die sich durch bärbes ungestüm in seinen ästen verwickelt hatte die sonne war es aber nicht das steht bombenfest ich will schon herauskriegen wer immer durch den gang huscht und in die stube schleicht murmelte die kleine skeptikerin am kaffeetisch vor sich hin und brockte sich die obertasse voll kuchen ende von kapitel 2 aufgenommen von bettine kapitel 3 von die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei die frau mit den karfunkelsteinen von eugenie marlitt kapitel 3 auf ein wort balduin hatte die frau amtsrätin gebeten und seit herr lamprecht die ehre hatte ihr schwiegersohn zu sein waren ihre bitten stets wie befehle seinerseits respektiert worden so auch heute er hatte zwar eine tiefe falte des missmutes auf der stirn und am liebsten hätte er wohl dem verzogenen papagei der fortgesetzt kreischend gegen seinen missliebigen träger protestierte den bunten hals umgedreht allein davon wurde der frau amtsrätin nicht das geringste bemerklich um so weniger als sehr zur rechten zeit das aus der oberen etage kommende stubenmädchen das tier in empfang nahm und hinauftrug so ging das zarte schmächtige frauchen ahnungslos und graziös neben dem schwiegersohn her die spitzen barben ihres häubchens wehten in der zugluft des treppenhauses und die kurze dunkelseidene schleppe rasselte vornehm über die stufen sie waren ziemlich ausgetreten diese breiten mächtigen sandstein stufen weit über zwei jahrhunderte hindurch war alles was das haus an lust und leid gesehen da hinauf und hinab geglitten hochzeiten und tauffeierlichkeiten tanz und tafelfreuden wie der letzte prunkzug der hingeschiedenen das alles was den verschiedenen generationen kopf und herz bewegt und erfüllt es war verbraust und verschmerzt und nur die fußspur war geblieben und jetzt stieg die zierliche alte dame mit ihren kleinen goldkäferschuhen auch stufe um stufe hinauf um droben eine herzensbeklemmung loszuwerden unmut und besorgnis sprachen deutlich genug aus ihren zügen herrn lamprechts privatwohnung bildete hart an der treppe gelegen den schluss der langen zimmerreihe in der mittleren etage hinter diesen räumen nach dem hofe zu lag der korridor oder flursaal wie er im hause genannt wurde in seiner länge und gewaltigen breite so recht der raumverschwendung der alten zeiten entsprechend er endete erst hinter dem letzten zimmer dem sogenannten roten salon dort boge um die ecke des angebauten östlichen seiten flügels und verengte sich zu dem dämmerigen gang hinter frau dorotheens sterbezimmer in welchen nur an dem entgegengesetzten äußersten winkel da wo ein paar kleine stufen seitwärts in das packhaus hinunter führten das karge tageslicht durch ein hochgelegenes fensterchen hinein fiel in dem flursaal standen altertümliche kredenzen voll wundervoller schnitzarbeit und an der rückwand zwischen den herausführenden dunkel gebeizten flügeltüren der zimmer reiten sich stühle hin über deren sitze und polsterlehnen sich noch derselbe gepresste gelbe samt spannte den einer der alten kaufherren einst aus den niederlanden mitgebracht hier war manches menuett aufgeführt mancher festschmaus abgehalten worden und es ließen sich auch heute noch die hässliche frau judith in der spitzen dormeuse und das verführerische junge weib mit den karfunkelsteinen im haar als herrinnen in der altfränkischen ausstattung unschwer hineindenken aber mochte auch vieles von dem prachtgerät der urväter seinen platz hier und in den zimmern und sälen drinnen behauptet haben vor der wohnung des hausherrn machte die pietät halt und der moderne luxus übernahm die herrschaft es war mehr das boudoir einer dame als ein herrenzimmer in welches herr lamprecht seine schwiegermutter eintreten ließ rosenholz und seide aquarellbilder und ein sanftes rosa licht das von den vorhängen und polsterbezügen ausging dies zarte gemisch bildete zusammen eines jener süßen nästchen in welchem man sich eine schöne junge frau behaglich zusammengeschmiegt denkt und hier hatte in der tat herrn lamprechts verstorbene frau gewohnt die frau amtsrätin ging auf einen der kleinen lehnstühle zu die halb in die spitzen und seitenfalten der vorhänge vergraben die tiefen fensterwinkel füllten ihr kam in diesem raum nur selten noch der gedanke an die tochter die einst hier gewaltet sie war es gewohnt ihren schwiegersohn an dem kleinen schreibtisch sitzen und all das zierliche gerät benutzen zu sehen ein mann von starken leidenschaften hatte er sich nach dem tode der jungen frau in seinem ersten schmerz hier eingeschlossen und seitdem war das zimmerchen san tuskulum verblieben ach wie reizend rief die alte dame und blieb wie angefesselt vor dem schreibtisch stehen neben welchem sie sich eben niedersetzen wollte sie war auch reizend die malerei in wasserfarben da auf dem medaillon einer briefmappe ein durchsichtiges gegitter von zartem farnkraut und dahinter wie eingefangen ein stückchen des geheimnisvollen spriesens lebens und webens nahe dem waldboden eine originelle idee und wie sauber ausgeführt setzte die frau amtsrätin hinzu und nahm die lorgnette zu hilfe hier das blumengeistchen wie es sich begehrlich aus seinem glockenblumenhäuschen nach der erdbeere hinüberreckt wirklich ganz allerliebst eine arbeit von schöner damenhand balduin hab ich recht möglich meinte er achselzuckend mit einem flüchtigen seitenblick nach der mappe während er sich bemühte ein schiefhängendes bild an der wand gerade zu rücken die industrie rekrutiert ja heutzutage eine ganze armee helfender hände auch aus der frauenwelt also nicht speziell für dich ausgedacht für mich der kleine nagel der das bild seitwärts in gerader linie festhalten sollte war herausgefallen der große stattliche mann bog sich tief nieder um den flüchtling auf dem teppich zu suchen und als er sich wieder aufrichtete da hatte ihm das bücken das ganze blut nach dem kopfe getrieben liebe mama sollten sie wirklich von dem allermächtigsten faktor in unserem modernen leben dem egoismus nichts wissen und könnten sie in der tat glauben daß man heutzutage irgendetwas ganz umsonst ohne die geringste hoffnung auf erfolg tue er sagte das noch abgewendet wobei er den nagel wieder in die wand zu drücken suchte nun erst wandte er der alten dame sein gesicht voll zu um seinen mund zuckte es bitter und spöttisch nehmen wir doch einmal all die schönen damenhände unserer kreise durch und sagen sie mir welche von ihnen wohl imstande sein würde eine solch künstlerische die größte geduld erfordernde aufgabe auszuführen für einen mann der nicht mehr zu haben ist er trat auf das andere fenster zu während sich die alte dame in ihrem kleinen weichen lehnstuhl zusammenschmiegte nun ja darin magst du wohl recht haben sagte sie lächelnd und in dem gleichmütigen tone wie man längst feststehendes unanfechtbares und satzam bekanntes zugibt es ist allerdings stattkundig daß unsere arme teure fanny da ein gelöbnis der treue für zeit und ewigkeit mit in das grab genommen hat erst vorgestern abend wieder war bei hofe die rede davon die herzogin sprach von der zeit wo meine arme tochter noch gelebt und eine viel beneidete frau gewesen sei und der herzog meinte man solle doch ja die sogenannte gute alte zeit mit ihrem biedersinn im gegensatz zu der heutigen nicht immer herausstreichen der hoch angesehene wegen seiner strenge fast gefürchtete alte justus lamprecht zum beispiel habe in seiner jugendzeit einen treueschwur in eklatantester weise gebrochen während ihn sein urenkel durch edle festigkeit beschäme herr lamprecht war hinter der roten gardine verschwunden er hatte die hände auf den fenstersims gestützt und sah über den marktbrunnen hinweg in die gegenüberliegende vom marktberg aufsteigende gasse hinein der schöne mann hatte ein merkwürdiges gesicht stolz oder vielmehr hochmut in so scharfer linie ausgeprägt würde jedem anderen antlitz etwas gleichsam versteinertes gegeben haben hier aber wirkte ein feuriges blut unverkennbar überwältigend es machte die augen in unbezähmbarer wildheit auffunkeln und ließ ein sanft verlangendes lächeln unwiderstehlich um seine lippen spielen es jagte den glutstrom des jähzorns in die stirnadern und hauchte die blässe des seelenschmerzes in die wangen jetzt aber bei den letzten worten der alten dame schlug herr lamprecht die augen nieder es sah aus als habe er die stützen seiner seele die stolze zuversicht den mannes trotz das vollbewusstsein reichen besitzes nach innen und außen für einen moment vollständig verloren nahezu wie ein gescholtener und beschämter schulknabe stand er da den dunkelbärtigen kopf tief gesenkt und sich die lippen fast wund beißend nun balduin rief die frau amtsrätin und bog sich spähend vor weil es so still blieb in der fensterecke freut es dich nicht daß man bei hofe eine so schmeichelhafte meinung von dir hat das rascheln der seidengardinen verschlang den tiefen seufzer der ihm über die lippen zitterte während er in das zimmer zurück trat der herzog scheint diese edle eigenschaft lieber an anderen zu bewundern als an sich selbst er hat eine zweite frau sagte er bitter ich bitte dich um himmels willen was führst du für eine sprache fuhr die alte dame ganz alteriert empor danken wir gott daß wir allein sind hoffentlich haben diese wände keine ohren nein nein balduin ich fasse es wirklich nicht daß du dir eine solche kritik erlauben magst setzte sie kopfschüttelnd hinzu das ist ja doch ein ganz anderer fall die erste gemahlin war sehr kränklich bitte mama ereifern sie sich nicht lassen wir doch das nun ja lassen wir das ahmte sie ihm nach du hast gut reden an dich wird der versucher freilich nie herantreten nach fanny muß es dir selbstverständlich ganz unmöglich sein auch nur ein vorübergehendes interesse für eine andere zu fassen die herzogin friederike dagegen war boshaft und häßlich herr lamprecht warf diese worte nur offenbar ein um das thema auf fremdem terrain festzuhalten sie schüttelte abermals missbilligend den kopf diese ausdrücke würde ich mir selbst nie gestatten der glanz und die auszeichnung hoher geburt versöhnen und verschönen übrigens ist ja dabei wie gesagt ein himmelweiter unterschied denn herzog band kein versprechen er war frei und vollkommen berechtigt eine neue ehe zu schließen damit lehnte sie sich wieder in ihren stuhl zurück schob die spitzenbarben ihre haube mit einer sanft gelassenen bewegung aus dem gesicht und faltete im schoß die hände auf die sie gedankenvoll niedersah du kannst derartige dilemmas überhaupt nicht beurteilen lieber baldwin fanny war deine erste und einzige liebe und wir gaben dir mit freuden unsere tochter und als du dich mit ihr verlobtest da weinten deine eltern freudentränen und nannten dich ihren stolz weil sich die neigung deines herzens nach oben und nie und nimmer in unglückseliger jugendverehrung abwärts gerichtet habe mit einem tiefen seufzer unterbrach sie sich und blickte bekümmert vor sich hin gott weiß am besten welch sorgsam behütende pflichtgetreue mutter ich zu allen zeiten gewesen bin gewiß nicht weniger als deine eltern und doch muß es mir passieren daß mein sohn auf abwege gerät herbert macht mir in letzter zeit unbeschreiblichen ärger wie der mustersohn mama rief herr lamprecht er war während der langen rede seiner schwiegermutter auf und abgeschritten den kopf vor geneigt und in mechanischem tempo auf die regelmäßig verstreuten rosenbukets im teppichmuster tretend jetzt blieb er an der entgegengesetzten wand des zimmers stehen und sah spöttisch fragend über die schulter zurück räusperte sich die frau amtsrätin und reckte ihr figürchen ziemlich gereizt empor das ist er ja wohl in vieler beziehung auch noch er hat ein großes ziel ah ja wie ich schon vorhin unten im hofe sagte er wird einmal steigen und steigen bis er mit seinen fußtritten alle anderen streber unter sich hat und nichts mehr über sich weiß als den allerhöchsten im staate tadelst du das ei bewahre gewiß nicht sofern er wirklich das zeug dazu hat aber wie viele werfen jetzt ihre wahren überzeugungen von sich heucheln und schmeicheln und hängen sich der macht an den rockschoß um aus bedientenhaften speichelleckern mit mittelmäßigen köpfen einflußreiche männer zu werden du brandmarkst ja förmlich die treueste haltung und selbstverleugnung zürnte die alte dame aber ich frage dich würdest denn du den frevelmut die dreistigkeit haben einer höheren ortsgegebenen richtung entgegenzutreten ich weiß doch recht gut dass niemand lieber einer einladung in die ersten kreise folgt als du und kann mich nicht erinnern je einen widerspruch gegen dort herrschende meinungen aus deinem munde gehört zu haben auf diese scharfe und jedenfalls wohlbegründete bemerkung schwieg herr lamprecht er sah angelegentlich auf die gemalte landschaft hinein vor welcher er eben stand und fragte nach einer kurzen pause und welchen vorwurf machen sie herbert den einer antwürdigenden liebelei platzte die alte dame erbittert heraus wäre es nicht allzu deutsch und vulgär ausgedrückt so würde ich sagen ich wünsche diese blanker lenz ins pfefferland steht der mensch doch alle augenblicke oben an den flurfenstern und starrt nach dem parkhaus hinüber und gestern weht mir der zugwind im treppenhause ein rosa papier vor die füße das dem verliebten jungen wohl aus einem schreibheft gefallen sein mag selbstverständlich enthielt es ein glühendes sonnet an blanker ich bin außer mir herr lamprecht stand noch an seinem platze mit dem rücken nach seiner schwiegermama aber es war eine seltsame bewegung über ihn gekommen er schwang genau wie vorhin im hofe die geballte faust auf und ab als fuchtele er mit der reitpeitsche durch die luft dieses milchgesicht sagte er als sie wie erschöpft schwieg und ließ die hand sinken er reckte seine herrliche gestalt hoch am por und mit einer militärisch strammen und doch eleganten schwenkung drehte er sich auf dem absatz und stand so gerade dem deckenhohen spiegel der fensterwand gegenüber der ihm ein tiefgerötetes verächtlich lächelndes gesicht zeigte dieses milchgesicht ist der sohn eines vornehmen hauses das vergiss nicht entgegnete seine schwiegermutter und hob den finger herr lamprecht lachte hart auf verzeihen sie mama aber ich kann mit dem besten willen den herrn amtsratssohn ohne bart trotz des glorienscheins seiner geburt nicht für gefährlich und verführerisch halten darüber magst du die frauen entscheiden lassen sagte die frau amtsrätin hörbar empfindlich ich habe alle ursache zu glauben daß herbert bei seinen nächtlichen promenaden unter der holzgalerie dem balkon dieser julia wie erwagt es brauste herr lamprecht auf in diesem augenblick war sein gesicht nicht wiederzuerkennen so furchtbar entstellte der jähzorn die schönen züge du sprichst von wagen dieser malertochter gegenüber bist du von sinnen balduin rief die alte dame tief empört und stellte sich plötzlich mit fast jugendlicher elastizität auf die kleinen füße aber der schwiegersohn hielt dem erbitterten redestrom der unausbleiblich erfolgen mußte nicht stand er entwich in die fensterecke dort trommelte er mit den fingern so heftig auf die scheiben dass sie dröhnten sag mir nur um himmels willen was ficht dich an balduin rief die frau amtsrätin in etwas herabgemilderten aber immer noch entsetzten ton und folgte ihm in die fensternäsche der blick hinaus schien ihn wieder zu sich selbst gebracht zu haben er hörte auf zu trommeln und sah seitwärts auf die kleine frau nieder das ist ihnen ein rätsel mama fragte er höhnisch zurück soll ich nicht empört sein wenn auf meinem gebiet ich will sagen in meinem hause solche stelldicheins provoziert werden von dem bankrutscher der er noch ist unverschämt da wäre wirklich eine eklatante züchtigung mit der haselgärte noch ganz am platze wieder schlugen die flammen des zornes gesteigert empor aber er zwang sie nieder bah alterieren wir uns nicht mama sagte er ruhiger und zuckte verächtlich die achseln die geschichte ist zu jungenhaft dumm mit dem unreifen bürschchen das gerade jetzt ausschließlich womöglich bis über beide ohren im griechisch und latein stecken müßte wird man doch wohl noch fertig werden meinen sie nicht nun sieh da stehen wir ja auf ganz gleichem boden wenn du auch allzu hart in deinen ausdrücken bist rief sie sichtlich erleichtert das ist's ja gerade weshalb ich dich um eine besprechung bat denke aber ja nicht dass ich bei dieser liebelei etwa gar eine befürchtung für herberts zukunft hege so weit würde er sich nie vergessen eine porzellanmalerstochter zu heiraten guter gott seine exzellenz unser künftiger staatsminister lachte herr lamprecht auf herberts karriere reizt dich ja heute ganz besonders zum spott immerhin was geschehen soll geschieht trotz alledem sagte sie spitz aber das ganz beiseite ich habe jetzt nur sein bevorstehendes examen im auge es ist unsere heilige pflicht alles zu beseitigen was ihn irgendwie abzieht und das wäre denn in erster linie diese unglückselige flamme drüben im packhause er war während sie sprach von ihr weggetreten und ging wieder auf und ab und jetzt langte er nach einem der auf dem bücherbrett stehenden miniaturbändchen schlug es auf und schien den inhalt zu mustern die alte dame zitterte vor ärger eben noch ohne einen eigentlichen grund bis zur tollheit aufbrausend zeigt er jetzt ein unverhehltes gelangweilt sein eine geradezu impertinente passivität aber sie kannten ja er konnte zuweilen auch recht laudenhaft und bizarr sein nur diesmal musste er stillhalten bis ihr zweck erreicht war ich verstehe übrigens nicht was das mädchen so lange in thüringen zu suchen hat fuhr sie fort es hieß anfänglich sie gehe nach england zurück und sei nur auf vier wochen zu ihrer erholung bei den eltern nun sind bereits sechs wochen ins land gegangen und so sehr ich mich auch bemühe und aufpasse ich sehe nicht dass irgendwie zur abreise gerüstet wird solche eltern sind fast hätte ich gesagt prügel wert das mädchen liegt buchstäblich auf der faulen bärenhaut sie singt und liest tänzelt hin und her und steckt sich blumen in die roten haare und die mutter sieht ihr verzückt zu und plättert auf dem gange im schweiß ihres angesichts tag für tag die hellen sommerfähnchen damit das prinzesschen ja immer recht kokett und verführerisch aussieht und um dieses ehrlicht flattern alle gedanken meines armen jungen das mädchen muss fort baldwin die blätter des buches raschelten unter seinen immer hastiger umwendenden fingern soll sie ins kloster ich bitte dich inständigst nur jetzt keinen scherz die sache ist bitter ernst das wohin ist mir sehr gleichgültig ich sage nur das eine sie muß fort aus unserem hause aus wessen hause mama meines wissens sind wir hier im hause lamprecht und nicht auf dem gute meines schwiegervaters zudem wohnt der maler lenz weit drüben über dem hofe ja das ist eben das unbegreifliche fiel sie ein klug über seine scharfe zurechtweisung hinweg schlüpfend ich kann mich nicht erinnern dass das packhaus je bewohnt gewesen wäre nun ist es aber bewohnt liebe mama sagte er mit fingiertem phlegma und warf das buch lässig auf ein tischchen sie zuckte die achseln leider und ist noch dazu neu tapeziert worden für die leute du fängst an deine arbeiter zu verwöhnen der mann ist kein gewöhnlicher arbeiter mein gott er bemalt tassen und pfeifenköpfe deshalb wirst du ihn doch wahrhaftig nicht so auszeichnen dass er im hause des prinzipals wohnen darf in dammbach ist doch wirklich platz genug als sich lenz vor einem jahr engagierte da stellte er die bedingung in der stadt wohnen zu dürfen weil seine frau an einem körperlichen übel leidet das oft plötzlich die rascheste ärztliche hilfe nötig macht ach so sie schwieg einen moment dann sagte sie kurz entschlossen nun gut dagegen läßt sich ja nichts einwenden und es soll mir auch schon genügen wenn die stimme nicht mehr über den hof schallt und das hin und herschweben der kleinen korkette auf dem gang ein ende hat es gibt ja genug mietwohnungen für kleine leute in der stadt sie meinen ich soll den mann knall auf fall aus seinem stillen asyl vertreiben weil nun weil er so unglücklich ist eine schöne tochter zu haben seine augen blitzen die alte dame an ein düsteres feuer glomm in ihnen auf würden nicht alle meine leute glauben lenz habe sich etwas zu schulden kommen lassen wie dürfte ich ihm das antun das schlagen sie sich nur aus dem sinn mama das kann ich nicht aber mein gott etwas muß doch geschehen das kann und darf nicht so fortgehen rief sie in halber verzweiflung da bleibt mir nichts anderes übrig als selbst zu den leuten zu gehen und dahin zu wirken daß das mädchen abreißt auf ein geldopfer und sei es noch so bedeutend soll es mir dabei nicht ankommen das wollen sie in der tat etwas wie ein geheimes erschrecken klang in seiner tonlosen stimme mit wollen sie sich lächerlich machen und vor allem wollen sie mit diesem auffallenden schritt auch mein ansehen als prinzipal in den augen aller schädigen soll man denken von ihrem privatinteresse hänge das wohl und wehe meiner leute ab das kann ich nicht dulden er hielt inne er mochte wohl fühlen dass er zu heftig für empfindliche damenohren wurde es ist mir stets eine freude und genugtuung gewesen meine schwiegereltern im hause zu haben setzte er beherrschter hinzu und das gute gefühl der unumschränkten herrschaft in ihrem heim ist ihnen gewiss niemals beeinträchtigt worden ich habe wenigstens zu allen zeiten streng darauf gehalten dass keines der ihnen zugestandenen rechte auch nur um ein jota verkümmert werde dafür verlange ich aber auch dass kein übergriff in mein departement stattfindet verzeihen sie liebe mama aber darin verstehe ich keinen spaß ich könnte da vielleicht sehr unangenehm werden und das wäre für beide teile nicht wünschenswert bitte lieber sohn du steigerst dich in ganz unmotivierter weise fiel die frau amtsrätin kühl mit einer vornehm abwehrenden handbewegung ein und im grunde ist es ja doch nichts als eine laune die du so hartnäckig verfichtst ein andermal wird es dir vollkommen gleichgültig sein ob der maler lenz samt familie ein dach über dem hause hat oder nicht dafür kenne ich dich nun immerhin selbstverständlich bin ich die nachgebende vorläufig werde ich freilich gezwungen sein fortwährend auf wachbosten zu stehen und keine ruhige stunde mehr haben da seien sie ganz ruhig mama sie haben an mir den besten verbündeten sagte er unter einem sadonischen auflachen mit den nächtlichen promenaden und schwülstigen sonnetten hat es ein ende mein wort darauf wie ein büttel werde ich dem verliebten jungen auf den fersen sein darauf können sie sich verlassen draußen wurde die flurtüre geräuschvoll geöffnet und trippelnde schritte kamen über den saal dürfen wir hereinkommen papa rief margaretens stimmchen während ihre kleinen finger kräftig anklopften herr lamprecht öffnete selbst die türe und ließ die beiden kleinen eintreten na was gibt's das dietendörfer gebäck habt ihr gestern aufgegessen ihr leckermäuler und das naschkästchen ist leer ach bewahre papa das wollen wir gar nicht heute gibt's napfkuchen unten sagte das kleine mädchen tante sophie will nur den schlüssel haben den schlüssel zu der stube hinten in dem dunklen gange die immer zugeschlossen ist und wo die frau aus dem roten salon vorhin in den hof herunter gesehen hat vervollständigte reinhold was ist das für ein kauderwelsch und was soll das unsinnige gewäsch von der frau aus dem roten salon schallt herr lamprecht mit barscher stimme ohne jedoch ein gewisses beklommenes aufhorchen verbergen zu können ach das sagt ja die dumme bärbe nur so papa die ist ja doch so schrecklich abergläubig entgegnete margarete und nun erzählte sie von dem was sie am fenster gesehen haben wollte von dem großen rotblumigen bouquet in dem verschossenen vorhang das sich plötzlich zu einem breiten dunklen spalt auseinandergetan von den schneeweißen fingern und der stirn mit den hellen haaren und wie tante sophie dabei bliebe die sonne sei es gewesen was doch gar nicht wahr sei und herr lamprecht wandte sich seitwärts und griff nach dem hingeworfenen miniaturbändchen um es wieder auf das bücherbrett zu stellen ohne allen zweifel ist es die sonne gewesen du närrchen tante sophie hat ganz recht sagte er und erst nachdem das buch mit peinlicher genauigkeit wieder eingereiht war drehte er sich um überlege dir's doch selber kind gab er zu bedenken und tippte lächelnd mit dem zeigefinger gegen die stirn du kommst herauf um den schlüssel zu der fest verschlossenen stube zu holen und ich habe ihn auch er hängt dort im schlüsselschränkchen kann nun ein wesen von fleisch und bein durch türfugen kriechen die kleine stand da und blickte nachdenklich vor sich hin überzeugt war sie nicht das sah man auf der breiten trotzigen kinderstirn war deutlich zu lesen aus meine augen gesehen das lasse ich mir nicht ausreden ein gesichtsausdruck den besonders die großmama nicht vertragen konnte und so hatten auch papas argumente weiter keinen erfolg als dass das kind ernsthaft sagte du kannst mir glauben papa es war ganz gewiß großmamas stubenmädchen herr lamprecht lachte laut auf und die frau amtsrätin konnte trotz ihres ärgers nicht umhin leise einzustimmen die emma kind nun gott bewahre mich was für tolles zeug spuckt in deinem kopfe grete weißt du auch wandte sie sich mit bedeutungsvollem augenzwinkern an ihren schwiegersohn daß uns die leute im hause wieder einmal das leben recht schwer machen von wegen der bewussten neu aufgewärmten sage reinholds erwähnung der frau im roten salon mag dir beweisen daß die dummen menschen selbst vor den kindern den mund nicht halten können an jedes will etwas gesehen haben und diesmal nicht etwa bloße schatten und wolken von spinnweben die emma zum beispiel schwur unter zittern und zähne klappern das gewisse huschende sei nichts weniger als durchsichtig gewesen und aus den fliegenden schleiern habe sich für einen moment ein arm gehoben so weiß und rund sie nickte sprechenden blickes ausdrucksvoll mit dem kopfe und presste die verschlungenen hände gegen die brust wenn nur nicht bereits eine direkte beziehung zwischen herbert und gewissen leuten dahinter steckt der gedanke macht mir das blutsieden sapristi das wäre meinte herr lamprecht mit einem dämonischen lächeln wobei er sich den bart strich da würden sich freilich argusaugen und nie schlafende ohren nötig machen ich habe es übrigens satt bis zum überdrust dieses ewige geklatsch unter unseren leuten das haus kommt förmlich in verruf es ist von jeher ein fehler gewesen dass man den flügel so gar nicht benutzt hat dadurch hat das verrückte traumgespenst einer alten amme von jahr zu jahr an boden gewonnen dem will ich ein ende machen am liebsten nehme ich gleich ein paar porzellandreher samt familien aus dambach herein aber die leute müssten dann stets durch den flursaal an meinen türen vorbei und der lärm passt mir nicht da werde ich den kurzen prozess machen und selbst einmal eine zeitlang ab und zu in frau dorotheens zimmer hausen das wäre allerdings ein radikal mittel warf die frau amtsrätin lächelnd ein und eine verschließbare türe die den gang nach dem flursaal hin abschlöße wäre wohl auch am platze da hätten die hasenfüße die hier oben zu tun haben keinen grund mehr um die ecke zu schielen und sich so lange mit wonne zu gruseln bis sie ihr eigenes hirngespinst sehen ich will mir die sache einmal überlegen er griff nach einer bonbonniere auf dem schreibtisch na seht da haben sich ja doch noch so ein paar leckerle verkrochen sagte er und füllte den kindern die händchen mit bonbons so nun geht wieder hinunter der papa hat viel zu schreiben und der schlüsselpapa hast du den ganz vergessen fragte die kleine margarete tante sophie will jetzt gleich hinauf und die fenster aufmachen sie sagt es käme kein regen und die nachtluft müsste einmal so recht durchfegen und morgen sollen die stuben und der gang gescheuert werden herr lamprecht wurde rot vor ärger zum henker mit dieser ewigen scheuerei brach er los und fuhr ungeduldig mit der hand durch sein reiches haar vor einigen tagen hat der flursaal förmlich geschwommen und das scharren und kratzen der scheuerwische brummt mir heute noch in den ohren der haus wird nichts geh du nur hinunter gretchen und sage der tante das habe zeit ich würde selbst mit ihr sprechen die kinder trollten sich und auch die frau amtsrätin zog die pelerine fester über die schultern um zu gehen sie verabschiedete sich in ziemlich gemessener weise ihre herzensbeklemmung war sie nicht los geworden der herr porzellanmeister saß fester als je im parkhause und der sonst so ritterlich galante schwiegersohn fing an recht unangenehm bockbeinig zu werden und auch jetzt trotz seiner respektvollen verbeugung zeigten seine augen nichts weniger als reue und abbitte weit eher die heimliche brennende ungeduld allein zu sein sichtlich geärgert rauschte sie hinaus er blieb bewegungslos mitten im zimmer stehen draußen fiel die flurtüre ins schloss dann trippelten die goldkäferschuhchen stufe um stufe aufwärts er horchte bis auch der letzte laut im heilenden treppenhause erstarb dann sprang er mit einem satz an den schreibtisch riß die briefmappe an sein herz an seinen mund strich mit der hand wiederholt über das kleine aquarellbild als wolle er den blick der alten dame der darauf geruht fortwischen und verschloss die mappe in den schreibtischkasten das war ein werk einiger sekunden gewesen gleich darauf war das zimmer leer dafür kamen bald leichte abendschatten herein der rosaschein erblasste und im zwielicht wurde das von der wand her niedersehende bildnis der verstorbenen frau fanny unheimlich lebendig so sprechend lebendig als werde die lebensgroße gestalt im nächsten augenblick die graue atlass schleppe aufnehmen und auf den teppich herniedersteigen um grau und hager und die großen augen voll leidenschaftlichen feuers dahin zu huschen wie die selige frau judith bettine kapitel 4 von die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von ramona deininger schnabel viertes kapitel drunten in der familienwohnung war man inzwischen mit den strapazen des berühmten bleichtages glücklich zu ende gekommen bärbe hantierte bereits wieder in ihrer blitzblanken geräumigen küche und bereitete das abendessen der kalbsbraten wurde pünktlich besorgt und salat und kompotte hergerichtet aber es ging dabei nicht besonders friedfertig zu das küchengeschirr klapperte verdächtig laut gegeneinander kartoffeln rollten und tüpften vom küchentisch auf den boden und die thüre der bratmaschine rasselte auf und zu als sollte sie aus den angeln fliegen jungfer bärbe war in der grimmigsten laune tante sophie hatte ihr nochmals in ganz exemplarischer weise den text gelesen weil sie die waschfrauen mit ihrer drastischen beschreibung des wackelnden vorhanges so kopfscheu gemacht hatte daß sie es ablehnten die scheuer in dem spukhaften flügel zu besorgen also außer dem schrecken auch noch eine strafpredigt für die alte bärbe die sich doch nötigenfalls totschlagen ließe für die familie lamprecht notabene für fräulein sophie noch ganz extra war man denn wirklich so stockblind so verrannt in leichtsinn und unglauben daß man nicht sah wie das unheil schon über dem hause stand dick und kohlrabenschwarz wie das schönste hagelwetter hatte es nicht jedesmal tod und verderbnis zu bedeuten wenn die geister in dem dunklen gange hin und her liefen da brauchte man nur durch die stadt zu gehen jawohl von haus zu haus konnte man gehen und in den damengesellschaften wie bei den weibern am waschtrog überall konnte man dinge über das unwesen in lambrechts hause zu hören kriegen daß einem die haare zu berge standen aber da saß man nun urgemütlich drüben am wohnstubenfenster und flickte dem speisemeister in der hochzeit zu kana das zerrissene gesicht wieder zusammen als ob alles heil der welt von dem alten tafeltuch abhänge und sonst nichts als eitel sonnenschein im hause wäre na immerzu einmal kam's das stand fest die küchenkassandra griff bei diesem monolog ab und zu nach einem großen irdenen topf auf der bratmaschine um mit einem schluck verspäteten nachmittagskaffee den ärger hinunterzuwürgen man saß übrigens nicht so urgemütlich am wohnstubenfenster denn es war eine böse aufgabe für tante sophiens kunstfertige hand die züge des speisemeisters wieder in die ursprünglichen linien zu bringen ohne daß die stopferei sichtbar wurde und so überaus behaglich fühlte sich margarete am andern fenster auch nicht die heidelbeerflecken waren mittels einer sauberen schürze dem beleidigten auge entzogen worden dann hatte tante sophie die kleine bei den schultern gefaßt und sehr energischerweise an den großen tisch im fensterbogen dirigiert so nun werden die schularbeiten gemacht und kleckse gibt's nicht nämlich zusammen gretel hatte sie gesagt da hieß es nun still sitzen inmitten der vier dicken wände und den federhalter fest umklammern auf daß er nicht seine extra spaziergänge auf dem weißen papier mache droben am abendhimmel färbten sich die schäferwölkchen rosenrot das fenster stand offen und aus der gegenüberliegenden bergansteigenden gasse quollen ganze ströme süßen lindenblätterduftes herüber sie kamen durch das turmthor der stadtmauer in welchem die gasse droben mündete und über die uralten geschwärzten mauern selbst her hinter welchen die prachtvolle lindenallee hinlief und vom marktplatz schallte allerhand tun und treiben herein lehrjungen gingen pfeifend mit der weitbauchigen steinflasche vorbei um das abendbier zu holen aus allen gassen kamen mädchen und frauen mit holzbutten an den marktbrunnen und die mägde hielten blechsiebe unter das brunnenrohr und ließen das frische glitzernde wasser über den grünen beetsalat hinrauschen das war so hübsch man mußte immer wieder hinsehen und unter dem fenster neckten sich im vorübergehen zwei kleine bettelmädchen margarete bog sich hinaus griff in die tasche und warf ihnen die von papa erhaltenen bonbons in die aufgenommenen schürzchen recht gretel meinte tante sophie ihr nascht mir in der letzten zeit ohnehin viel zu viel und die kinder freut's ich verschenke meine bonbons nicht sagte reinhold der auf dem eßtisch einen turm von seinen bausteinen aufstellte ich hebe sie mir auf wer besagt auch immer bei allem wer weiß wie man's wieder brauchen kann potztausend unsrem jungen guckt ja der kaufmann aus allen hautfältchen lachte tante sophie und stopfte emsig weiter ja die tante hatte recht sie naschten in der letzten zeit viel zu viel die beiden kinder das süße zeug wollte gar nicht mehr munden wie anders doch der papa geworden war früher waren sie stundenlang oben bei ihm gewesen er hatte sie auf seinem rücken reiten lassen hatte ihnen bilder gezeigt und erklärt geschichten erzählt und papierschiffchen gemacht und jetzt jetzt lief er immer im zimmer auf und ab wenn sie kamen er machte auch öfter böse augen und sagte barscht sie störten ihn er könne sie nicht brauchen an die hübschen papierschiffchen war nicht mehr zu denken ebenso wenig an das erzählen von märchen und anderen schönen geschichten der papa sprach lieber mit sich selber man konnte es nur nicht verstehen es war bloß gemurmelt er fuhr sich auch manchmal mit beiden händen durch die haare und stapfte mit dem fuße auf und wußte wohl gar nicht mehr daß die kinder da waren und wenn er sich dann besann da stopfte er ihnen schnell die taschen und hände voll süßer sachen und schob sie zur türe hinaus weil er schreiben viel schreiben müsse ja das dumme schreiben man konnte es schon deswegen nicht ausstehen und nach all diesen deprimierenden reflektionen mit ihrem haßerfüllten schlußgedanken wurde die feder zornig tief ins tintenfaß getaucht und da lag der allerschönste klecks auf dem papiere du unglückskind schallt tante sophie und kam schleunigst herüber das löschblatt war zur hand aber beim suchen nach dem radiermesser mußte gretel kleinlaut eingestehen daß der herr direktor ihr das messer weggenommen weil sie in der langweiligen rechenstunde am schultisch geschnitzelt habe und ehe noch tante sophie ihrer sehr begründeten entrüstung luft machen konnte war die kleine schon zur türe hinaus um beim papa ein federmesser zu borgen wenige sekunden nachher stand sie mit sehr verdutztem gesicht droben vor dem zimmer die türe war verschlossen es steckte kein schlüssel und durch das schlüsselloch konnte sie sehen daß der stuhl vor dem schreibtisch leer stand ja was sollte denn das heißen es war ja gar nicht wahr das was der papa vom vielen schreiben gesagt hatte er schrieb nicht er war gar nicht zu hause die kleine sah sich um in dem weiten mächtig großen flursaal er war ihr ja so vertraut und doch in diesem augenblick so wunderlich neu und anders wie oft tollte und jagte sie mit reinhold hier herum aber sie konnte sich nicht erinnern je allein hier oben gewesen zu sein nun war es zwar etwas dämmerig aber so feierlich so schön still in dem flursaal durch seine hohen fenster sah man über den hof und das sehr tiefgelegene niedere parkhaus hinweg weit in die grüne blühende welt hinaus auf den kredenztischen stand allerlei funkelndes trinkgerät und die stühle mit den gelben samtbezügen hatten auf dem dunkelholzigen rücklehnengestell geschnitztes fremdartiges gefögel zwischen tulpen und langstieligem blattwerk tintenklecks und federmesser waren total vergessen der übermütige wildfang mit dem rückhaltslosen derbaufrichtigen wesen wandelte verschleierten blickes von stuhl zu stuhl strich mit der hand über den verglichenen samt und träumte sich in eine wunderliche gedankenwelt die kein laut von außen störte der letzte stuhl stand in der ecke ziemlich nahe der thüre die in den roten saal führte und von da aus sah man schräg in den dunklen gang hinter frau dorothenes sterbezimmer hinein auch er an dessen entgegengesetztem ende in diesem augenblick ein letztes rosiges abendwölkchen durch das hochgelegene kleine fenster hereinstrahlte war ihr vertraut er hatte nie schrecken für sie gehabt reinhold blieb freilich konsequent am eingang stehen und traute sich nie weiter aber sie durchmaß ihn immer wieder bis zu dem treppchen welches seitwärts zur bodentüre des packhauses führte auf der einen seite unterbrachen schön getäfelte zimmertüren die einförmige wandfläche und an der rückwand standen zweitürige kleiderschränke mit metallbeschlägen tante sophie hatte diese schränke auch einmal aufgeschlossen und gelüftet und margarete hat hineinsehen dürfen da hing eine kostbare brokatschleppe neben der anderen farbenbunt und zum teil auch schwer mit gold und silber durchwirkt lauter staatskleider lambrechtschausfrauen auch frau judiths brautkleid ihre brautschuhe ware ungetüme von stöckelschuhen waren pietätvoll hier aufbewahrt sie war ja die einzige tochter und erbin eines vornehmen sehr begüterten hauses gewesen ein bedeutender teil des lambrechtschen reichtumes stammte von ihrer mitgift her das wußte die kleine margarete nicht sie würde wohl auch kein verständnis dafür gehabt haben sie suchte nur manchmal mit ihren kleinen händchen an den schranktüren zu rütteln um den geheimnißvollen laut das aneinanderreiben der steifen seide herauszuhören nun war sie auch einmal mutterseelen allein hier der kleine bruder war nicht da um sie am rock zurück zu zerren und sein ängstlicher zuruf störte sie nicht sie huschte tiefer in den gang hinein und wollte eben vor einem der schränke stehen bleiben als sie ganz deutlich ein geräusch hörte wie wenn jemand in ihrer nähe wiederholt auf ein türschloß griffe die kleine horchte auf zog in vergnüglicher überraschung den kopf zwischen die schultern kicherte in sich hinein und schlüpfte in das dunkelnde versteck neben dem schrank von wo sie die schräg gegenüberliegende türe sehen konnte na aber die augen wollte sie sehen die tante sophie machen würde wenn sie hörte daß es die sonne doch nicht gewesen war und die gretel behielt recht emma war es gewesen und wenn sie zehnmal tat als fürchte sie sich sie steckte ja noch drin im zimmer der konnte ein tüchtiger schrecken nicht schaden ganz und gar nicht in diesem augenblick ging die türe lautlos auf und hinter ihr trat ein kleiner fuß von der erhöhten schwelle auf die gangdielen herab dann huschte es ganz weiß aus dem schmalen spalt zu welchem sich die türe geöffnet hatte von dem weißen latz schürzchen und dem kokett gerafften fabelkleid des stuben mädchens war nun freilich nichts zu sehen ein dichter schleier fiel vermummend vom scheitel über die ganze gestalt her und seine spitzenkante schleifte auf den dielen nach aber es war doch emma die sich da einen spaß machte sie hatte solch ein füßchen und trug stets nette schuhe mit hohen absätzen und bandrosetten vorwärts drauf das gab einen famosen spaß gewandt wie ein kätzchen schlürfte das kind aus seinem versteck flog der dahin huschende nach warf sich mit der ganzen schwere des kleinen körpers von rückwärts über die gestalt her und umklammerte sie mit beiden armen dabei geriet ihre kleine rechte durch eine schleieröffnung in das weiche über die hälfte herabhängende gewoge einer gelösten haarflechte sie griff fest zu und zog zur strafe für den dummen witz so derb an den haarenden daß sich der vermunte kopf tief nach dem nacken zurückbog ein schreckensschrei dem ein klagender wehlaut folgte erscholl durch den gang was dann geschah kam so blitzschnell so unerwartet daß die kleine sich nie auch später nicht eine klare vorstellung machen konnte sie fühlte sich gepackt und geschüttelt daß ihr hören und sehen verging ihr kleiner körper flog wie ein ball um eine ganze strecke fast bis zum eingang des corridors zurück und stürzte zu boden sie blieb wie betäubt mit geschlossenen augen liegen und als sie endlich die lider hob da stand ihr vater bei ihr und sah auf sie nieder aber sie erkannte ihn kaum sie entsetzte sich vor ihm und schloß unwillkürlich die augen wieder instinktmäßig fühlend daß etwas schreckliches kommen müsse denn er sah aus als wisse er nicht solle er sie erwürgen oder zertreten steh auf was tust du hier fuhr er sie mit kaum erkennbarer stimme an packte sie mit rauhem griff und stellte sie auf die füße sie schwieg der schrecken aber auch das unerhörte der grausamen behandlung verschloss ihr die lippen hast du mich nicht verstanden grete fragte er in einem beherrschteren ton ich will wissen was du hier treibst ich wollte zuerst zu dir papa aber die türe war verschlossen und du warst nicht zu hause nicht zu hause unsinn schallte er und trieb sie vor sich her die türe war nicht verschlossen sag ich dir du wirst ungeschickt beim öffnen gewesen sein ich war hier im roten salon er zeigte nach der türe auf welche er die kleine zuschob als ich dein geschrei hörte margarete stemmte die füße fest auf den boden so daß herr lamprecht auch stehen bleiben mußte und wandte ihm das gesicht zu ich habe doch nicht geschrien papa sagte sie mit weit geöffneten erstaunten augen du nicht wer denn sonst du wirst mir doch nicht weismachen wollen daß noch jemand außer dir hier oben gewesen ist er war ganz rot im gesicht wie immer wenn er zornig und ungeduldig wurde und seine augen blitzten sie drohend an sie sollte gelogen haben in dem kind welches die aufrichtigkeit selbst war empörte sich jeder blutstropfen ich mache dir nichts weiß papa ich sage die wahrheit beteuerte sie mutig und ehrlich zu den flammenden augen aufblickend du kannst dich darauf verlassen es war jemand hier oben ein mädchen war's sie kam aus dem zimmer weißt du wo ich die stirn mit den hellen haaren am fenster gesehen habe ja da kam sie heraus und hatte schuhe mit bandrosetten an und wie sie weiter lief da hörte ich wie die absätze auf den dielen klapperten bist du toll er drehte sich mit einem ruck nach dem gange zurück das rote abendwölkchen war inzwischen weiter gesegelt und durch das hochgelegene kleine fenster sah nur noch der geblaßte himmel herein ein grünes dämmerdunkel fing an den langen korridor zu füllen siehst du noch etwas grete fragte er hinter ihr stehend und mit seinen beiden händen schwer auf die schultern des kindes drückend nein dann nimm auch vernunft an kind durch den flursaal hätte das vermeintliche mädchen nicht entwischen können denn wir selbst würden ihr den weg versperrt haben die thüren wie wir sie da sehen sind verschlossen das weiß ich am besten denn ich habe die schlüssel scheinbar ruhiger nahm er sie bei der hand und führte sie an eines der flursaalfenster er zog sein taschentuch heraus und wischte ihr die tränen vom gesicht die er schreck und entsetzen vorhin erpreßt hatten sein blick schmolz plötzlich in schmerzlichem mitleid weißt du nun daß du ein rechtes närrchen gewesen bist fragte er lächelnd wobei er sich tief bückte um in ihre augen zu sehen sie schlang stürmisch ihre kleinen arme um seinen hals ich hab dich so lieb so lieb papa beteuerte sie mit der ganzen inbrunst eines heißen zärtlichen kinderherzens und drückte ihr schmales sonnengebräuntes gesichtchen an seine wange aber du darfst auch nicht denken daß ich gelogen habe ich habe vorhin nicht geschrien sie war's ich dachte es sei emma und wollte sie für ihren dummen spaß erschrecken aber emma hat ja gar nicht so langes haar das fällt mir eben ein und meine hand riecht noch nach rosen weil ich den zopf festgehalten habe und das ganze mädchen roch wie die schönsten rosen emma ist es doch wohl nicht gewesen papa durch das kleine fenster kann freilich niemand fliegen aber vielleicht war die thüre an der kleinen treppe offen weißt du die bodentüre vom packhaus er hatte schon vorhin ungestüm emporfahrend ihre arme von seinem nacken gelöst und jetzt unterbrach er sie mit einem lauten auflachen aber trotz dieses lachens sah er plötzlich so blass und so furchtbar böse aus daß sich das kind scheu in die fensterecke drückte du bist ein obstinates dickköpfiges geschöpf zürnte er und seine stirn zog sich immer finsterer zusammen die großmama hat recht wenn sie sagt die richtige zucht fehle um deinen kopf zu behaupten fabelst du das ungereimteste zeug zusammen wer möchte sich wohl in eine rumpelkammer voll ratten und mäusen verkriechen bloß um ein kleines mädchen wie du eines bist zu necken aber ich weiß schon du bist zu viel in der gesindestube und da wird dir der kopf mit fraubasen und spinnstubengeschichten vollgestopft und nachher träumst du am hellen tage unmögliche dinge dabei bist du wild wie ein junge und tante sophie ist viel zu schwach und nachgiebig die großmama hat mich längst gebeten der sache ein ende zu machen und das soll nun geschehen und zwar sofort ein paar jahre in fremder zucht werden dich zahm und anständig machen ich soll fort schrie das kind auf für ein paar jahre grete sagte er milder sei vernünftig ich kann dich nicht erziehen großmamas nerven aber sind zu angegriffen um dein ungestümes wesen in stetem umgang zu ertragen und tante sophie nun die ganze wirtschaft liegt auf ihr und sie kann sich nicht so um dich kümmern wie es sein müsste tu es nicht papa fiel sie mit einer für ein kind fast unnatürlichen festen entschlossenheit ein es hilft dir nichts ich komme doch wieder das wollen wir sehen ach du hast ja keinen begriff wie ich laufen kann weißt du noch wie du dem herrn in leipzig unseren wolf geschenkt hattest und wie der gute alte hund nachher einmal frühmorgens draußen vor unserer haustüre lag todmüde und schrecklich hungrig er hatte sich gesehnt der arme kerl und da hat er den strick zerrissen und war fortgelaufen und so mache ich es auch ein herzzerreißendes lächeln flog um den bebenden mund glaub's schon unbändig genug bist du ja allein es wird dir wohl nichts übrig bleiben als dich zu fügen mit solchen kleinen trotzköpfen macht man kurzen prozeß sagte er streng er wandte sich dabei weg und sah anscheinend durchs fenster in den hof hinab in wahrheit jedoch glitt sein scheuer seitenblick über das gesichtchen das jetzt einen furchtbaren inneren aufruhr widerspiegelte und wie von einem unwiderstehlichen impuls getrieben bog er sich rasch wieder nieder und strich mit der hand sanft über die weiche plötzlich von einer wahren fieberhitze überglühte wange des kindes geh sei mein gutes mädchen redete er ihr zu ich bringe dich selbst fort wir reisen zusammen und schöne kleider sollst du haben ganz wie unsere kleinen prinzessinnen ach schenke sie lieber einem andern kind papa versetzte die kleine bei mir gibt's immer schon am ersten tage risse und flecken bärbe sagt immer es ist schade um jede elle zeug die der kleine reichsteufel auf den leib kriegt und da hat sie ganz recht ich will aber auch gar nicht so sein wie die kleinen mädchen im schlosse sie hob trotzig den kopf und hörte auf an ihren fingern nervös zu pflücken ich kann sie nicht leiden weil die großmama immer so vor ihnen knickst ein sarkastisches lächeln huschte über herrn lamprechts gesicht gleichwohl sagte er in strengem ton siehst du grete das ist's eben was die großmama so oft in verzweiflung bringt du bist ein unhöfliches kleines ding und hast die allerschlechtesten manieren man muß sich deiner schämen es ist die höchste zeit daß du fortkommst die kleine schlug ihre feuchtflimmernden augen sprechend zu ihm auf hat denn meine mama auch fortgemußt als sie noch ein kleines mädchen war fragte sie das hervorbrechende weinen mühsam niederkämpfend eine dunkle blutwelle schoß ihm in das gesicht deine mama ist immer ein sehr artiges volksames kind gewesen da war es nicht nötig er sprach mit so gedämpfter stimme als sei außer ihm und dem kind noch irgendein horchendes wesen im flursaal vor welchem sich der laute ton scheue ich wollte sie wäre wieder da die arme mama sie hat freilich holtchen lieber auf den schoß genommen als mich aber da hat es doch nie geheißen daß ich fort sollte eine mama ist doch besser als eine großmama wenn die ins bad reist da freut sie sich und sagt kaum adieu sie weiß nicht wie ein kind alle lieb hat alles papa auch unser haus ach und dambach sie hielt inne als breche ihr kleines herz schon bei dem gedanken an eine trennung das köpfchen nahezu an die fensterscheibe gedrückt suchte sie mit flehentlichem aufblick die augen des stattlichen mannes der die finger leise auf der brüstung spielen ließ und sichtlich mit einer inneren bewegung rang er schwieg bei der beredten klage des kindes sein blick schweifte lange ziellos über die weite landschaft draußen und als er sich endlich senkte da ging ein jäher ruck durch die hohe gestalt und die finger hörten auf zu spielen der papa war erschrocken über was denn es war weit und breit nichts zu sehen die sonne war längst fort auf den feldern drüben rührte und regte sich nichts von den ein und aus fliegenden schwalben ließ sich keine mehr blicken auch die möwchentauben die tagsüber das dach des packhauses umflatterten hatten den schlag aufgesucht und auf dem stillen gange unter den blätterrundbogen des feilenstrauches stand ja nur blanka lenz wie an jedem abend seit sie aus england gekommen war diesmal aber hatte das kind keine augen für das schöne weiße gesicht das wie mondlicht sanft aus dem dunklen blattwerk drüben dämmerte es sah nur wie der papa tief aufseufzte wie er stöhnend mit beiden händen nach den schläfen fuhr und sie preßte als drohe ihm der kopf zu zerspringen die kleine schmiegte sich an seine seite und blickte noch dringlicher zu ihm empor hast du mich noch lieb papa ja grete er sah sie aber nicht an er starrte immer auf denselben punkt gerade so lieb wie du reinhold lieb hast ja papa nun ja doch kind ach da bin ich froh da wirst du mich doch auch hier lassen wer sollte denn auch mit holtchen spielen wer sollte denn sein pferdchen sein wenn ich nicht mehr da bin andere kinder tun es nicht weil er so schlimm mit der gärte haut gell papa es war nicht dein ernst mit dem fortreisen du hast mir nur gedroht weil ich so wild wie ein junge bin aber ich will nun besser werden ich will auch höflich gegen die kleinen prinzessinnen sein gell ich darf da bleiben bei dir und allen papa hörst du denn nicht herr lamprecht zuckte bei der berührung der kleinen seinen arm schüttelnden hand wie aus einem marternden traum empor gott im himmel kind quäle mich nicht auch mit deinen entsetzlichen fragetönen es ist zum verrückt werden fuhr er das zurückschreckende kind an er wühlte mit beiden händen in seinem haar preßte sich wiederholt die stirn und schritt ein paar mal in wilder hast auf und ab es mochten eben nur die monotonen fragetöne gewesen sein die ihn in ihrer dringlichen wiederholung irritiert hatten den sinn derselben erfasste er wohl erst nachträglich als er ruhiger wurde du machst dir einen ganz falschen begriff gretchen sagte er endlich stehenbleibend in milderem ton dort wohin ich dich bringen will hast du eine menge lustiger spielkameraden lauter kleine mädchen die sich untereinander lieb haben wie schwestern ich kenne manches kind das bitterlich geweint hat als es wieder nach hause geholt wurde übrigens ist deine erziehung in einem institut eine längst beschlossene sache zwischen mir und der großmama es handelt sich nur noch um den termin um das wann der aufnahme ich habe nunmehr den beschluss gefaßt und dabei bleibts es ist am besten ich gehe gleich zu tante sophie um das nötige mit ihr zu besprechen bei den letzten worten schritt er nach der flurthüre geh mit grete hier oben kannst du nicht bleiben rief war ihr zu als sie unbeweglich in der fensterecke stehen blieb sie kam langsam mit gesenktem kopf über den saal her er ließ sie an sich vorbei über die schwelle gehen dann drehte er den thürschlüssel um zog ihn ab und ging die treppe hinunter die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die frau mit den karfunkelsteinen von eugenie malet kapitel 5 herr lamprecht kümmerte sich nicht weiter darum ob ihm die kleine auch folge er war längst unten und sie hatte ihn in die wohnstube eintreten hören als sie noch oben an der treppe stand die hände auf das geländer stützend glitt sie langsam stufe um stufe hinab die türe der wohnstube war offen geblieben herr lamprechts starke volltönende stimme klang heraus und margarete hörte beim herabkommen wie er zu tante sophie von lautem schreien laufen im korridor des seitenflügels von eingebildeten erscheinungen am hellen tage und seinem verweilen im roten salon sprach er blieb dabei dass das kind sich die erscheinung im dunklen gange eingebildet habe dass daran die frau basen geschichten der gesündestube schuld seien und dass margarete sofort in ein institut übersiedeln müsse um alle diese eindrücke abzuschütteln und im übrigen auch manierlicher und nädchenhafter zu werden leisen schrittes ging die kleine an der türe vorüber sie warf einen scheuen blick in das zimmer der kleine bruder hatte seinen turmbau im stich gelassen und hörte mit offenem munde zu und tante sophie ins liebes lustiges gesicht war ganz blass und fahl sie presste die verschlungenen hände auf die brust aber sie sprach nicht weil das ihr doch nichts half dachte das mädchen im vorüber huschen denn wenn der papa einmal mit der großmama zusammen etwas beschloss da half kein bitten und betteln mehr die großmama setzte es durch nur einer hatte noch gewalt wenn er dazwischen fuhr und kräftig polterte und wetterte und das war der großpapa in darmbach der half das wusste sie er ließ seine gretel nicht fortschleppen am allerwenigsten aber in den großen vogelbauer wo sie alle in einem tone pfeifen mussten wie er stets sagte wenn die großmama auf ein mädcheninstitut hinwies ja er half was wollten sie denn machen wenn er wie er immer tat sobald ihm der widerspruch zu toll wurde mit den starken finger knöcheln auf den tisch klopfte und mit seiner rauen stimme ernsthaft sagte ruhe bitte ich mir aus franziska ich will es so und hier bin ich her da ging ja die großmama stets hinaus und die sache war abgemacht ja war man nur erst in darmbach dann hatte es keine gefahr mehr sie lief hinaus in den hof um die ziegenböcke aus dem stalle zu holen aber der hausknecht hatte die türe zugeschlossen und eigentlich gab es doch wohl auch zu viel lärm wenn der wagen rasselte dann kam irgendwer und machte ihr das tor vor der nase zu und sie musste da bleiben da hieß es denn sich tapfer auf seine zwei füße stellen und hinauslaufen im vorübergehen hatte sie ihren hut genommen der noch auf dem gartentisch lag sie knüpfte die bänder unter dem kinn und machte sich auf den weg niemand hatte das kind gesehen als es durch den torweg des packhauses auf die straße hinaus schlüpfte es war keine menschenseele im hof auch blanka lenz hatte den offenen gang wieder verlassen und draußen war es auch menschenleer die leute saßen noch nicht vor den haustüren dazu war der abend noch nicht weit genug vorgeschritten nur ein paar kleine barfüßige jungen ließen auf dem kanal der schmalen seichten wasserader welche die straße in der mitte durchschnitt papierschiffchen schwimmen die haben's gut dachte die kleine und marschierte über das brückchen in die benachbarte gasse dann kam man zu einem durchbruch der stadtmauer und von da lief ein fußweg durch die felder und eine niedere anhöhe hinauf nach darmbach er machte zwar einen ziemlich weiten bogen und war einsam aber sie kannte ihn und schlug ihn auch jetzt ein über der belebteren chaussee wirbelten ja bei jedem windhauch erstickende staubwolken die sie heute nachmittag beim hereinfahren wie mit mehl überpudert hatten ach ja heute nachmittag da war noch alles gut gewesen sie hätte aufschreien mögen voll lust als die böcke mit ihr aus dem darmbacher hoftor gestürmt waren der großpapa hatte gelacht und hurra hinter drein geschrien und die dorfkinder ihre getreuen spielkameraden waren ein stück mitgelaufen und die jungen hatten untereinander gesagt es ist aber lot die kann's aber nun kam sie wieder um sich beim großpapa zu verkriechen ach wenn er sie doch ganz und gar draußen behielte sie wäre ja um alles gern in die dorfschule gegangen da hinaus kam auch die großmama niemals sie sagte immer sie könne den fabriklärm nicht ertragen und darauf meinte der großpapa allemal lächelnd und er bliebe draußen weil er ihren papagei nicht schreien hören könne während dieses durcheinander in dem aufgeregten hirn des kindes kreiste trabten die kleinen füße im schleunigsten tempo vorwärts ein langes stück weges ging es durch wogende getreidefelder und da wurde es dem kleinen mädchen doch ein wenig beklommen zumute seit sie mit tante sophie zum letzten mal hier gegangen waren die grünen jetzt schon zu mattem geld bleichenden wände auf beiden wegseiten so himmelhoch gewachsen nur immer eine kurze strecke der vielfach gewundenen pfadlinie vor sich war das winzige menschenkind gleichsam eingeschachtelt im kornfelde und der käfer der seine blauglänzenden flügel ausspannte und leise surrend aufflog die buntlockige winde die sich an den halmen empor half um droben umschau zu halten die hatten es besser und zu häupten des kindes wisperte es ein seidiges rieseln die wenn schleifendes gewand ganz leise daher käme machte es bänglich in die höhe blicken aber bange machen gilt nicht und es geht alles in der welt mit natürlichen dingen zu sagte tante sophie immer und drum konnte es auch kein mit leisen sohlen auf der wogenden hallenfläche ein herwandelndes wesen sein es war nur der abendwind der drüber hinging und die nickenden ähren aneinander rieb und nun hörte ja auch die enge gasse endlich auf der weg ging über kartoffel und rübenäcker dann über zertretenen gras wuchs die anhöhe hinauf die ein laubbällchen das sogenannte darmbacher hölzchen krönte dahinter lag das dorf wohl war es noch hell genug daß das kind die großen erdbeerbüsche mit ihren weißen blütensternen und glühroten früchten zwischen den stämmen am waldessaum sehen konnte aber diesmal gab es weder zeit noch lust zu pflücken und naschen in atemlosem lauf war es bergauf gegangen das kleine herz hämmerte in der brust und der kopf glühte und war so seltsam schwer als sei blei in stirn und schläfen nun in großpapas stube war es kühl da stand das große sofa mit den weichen federkissen auf welchem er stets sein nachmittagsschläfchen hielt und da ruhte auch das kind immer wenn es sich müde gelaufen hatte nur noch das stückchen weg hinter dem dorfe weg dann war ja alles gut der weite fabrikhof lag schweigend und menschenleer da die arbeiter hatten längst feierabend gemacht und durch den anstoßenden garten mit seinen schönen anlagen und dem schmucken klaren teich in welchem sich der pavillon spiegelte ging auch kein anderes leben als das leise rauschen der mächtigen baumwipfel unter denen ist bereits stark der matte nicht einmal friedel großpapas hühnerhund bellte und kam auf das kind zugesprungen die schwelle auf welcher er immer faulenzte war leer die türe war auch zu ja sie erwies sich sogar als fest verschlossen und auf ein mehrmaliges klingeln rührte und regte sich nichts drinnen in ratlosem schrecken stand die kleine vor dem stillen hause der großpapa war gar nicht da das wäre jedoch nie und nimmer eingefallen es war ja so selbstverständlich gewesen dass er zu hause sein musste wenn sie kam sie umging das haus von allen seiten hätte eines der fenster in der niederen erdgeschosswohnung offen gestanden sie wäre was sie schon oft im übermut getan hinaufgeklettert und über die brüstung ins innere gesprungen allein vor allen scheiben lagen die rollläden da war nichts zu machen das weinen war ihr nahe aber noch verschluckte sie tapfer die tränen der großpapa war wohl zum faktor gegangen und er wohnte gleich da drüben in der fabrik aber im hofe sagte eine junge stallmarkt faktor sei mit der zurückkehrenden herrschaftskutsche nach der stadt zu einem polterabend gefahren den herrn amtsrat aber habe sich schon vor einigen stunden vor dreiten sehen es sei heute kegelkränzchen beim oberamtmann in hermsleben das war ein ziemlich entfernt gelegenes gut lieber gott im himmel was sollte nun so ein armes weit hergelaufenes kind anfangen in der ersten verzweiflung lief die kleine wieder vor das hoftor während die magd in den stall zurückkehrte aber schon nach wenigen schritten wurde halt gemacht nach herms leben konnte man doch unmöglich laufen das war ja viel viel zu weit nein das ging absolut nicht da war es besser auf den großpapa zu warten und er kam vielleicht bald wieder damit lief das kleine mädchen nach dem pavillon zurück und setzte sich geduldig auf die schwelle der haustüre das tat ihr müdgelaufenen beinchen gut und auch die tiefe ruhe und stille ringsum war eine wohltat nach dem aufregenden marsch wenn nur das dumme hämmern in stirn und schläfen nicht gewesen wäre aber jetzt wo sie sich in die türecke schmiegte machte es sich doppelt fühlbar und nun gingen auch noch allerhand beängstigende vorstellungen durch den schmerzenden kopf zu hause war die zeit des abendessens längst vorüber und sie hatte bei tische gefehlt man suchte ganz gewiß überall nach ihr und bei dem gedanken daß sich tante sophie um sie ängstigen könne tat ihr das kleine herz bitter weh aber wenn es nur um gottes willen niemand einfiel sie in darmbach zu suchen ehe der großpapa zurück war ganz entsetzt fuhr sie empor und ihre augen feuchten nach einem versteck in welchem sie sich nötigenfalls verkriechen konnte denn nun wo sie heimlich davon gelaufen war blieb gar kein zweifel dass man sie gleich morgen fortbrachte dafür sorgte schon die großmama diese unerbittliche großmama die so ungerecht sein konnte wenn holtchen täppischerweise hinfiel dann wurde das wilde mädchen ausgezankt weinte er aus eigensinn so hatte ihn gewiß das umgezogene ding die grete gereizt das doch sollte eine großmutter niemals wusste wie lieb man sein brüderchen hatte und alles wie hat ihn bissen vom munde ach wie gern hingab nur damit es lachen und fröhlich sein sollte ach ja die in der oberen etage sie waren alle nicht gut gegen die grete und fast noch schlimmer als die großmama war dieser mossier herbert den sie durchaus onkel nennen sollte ein schöner onkel der keinen bart hatte und doch gerade so wie sie auch über den schulaufgaben schwitzen musste wie fehle die rute hatte er heute nachmittag gesagt und die finger die er ihr vor ärger beinahe zerdrückt hatte taten noch weh wie der sich freuen würde wenn sie die grete morgen wirklich in den wagen zerrten und ohne gnade in den vogelbauer schleppten aber das geschah ja nicht gott behüte sie wehrte sich mit händen und füßen dagegen sie wollte schreien dass die leute auf dem markt zusammen liefen ach wenn doch nur endlich der großpapa käme aber es blieb totenstill im garten auch drüben auf der chaussee hatte das vereinzelte rollen und ächzen der wagenräder aufgehört das schweigen der nacht begann wenn sie auch selbst noch zögerte zu kommen es war ja ein goldener tag heute gewesen und wie noch der heiße sonnenatem schwer über der erde brütete so schien sich auch ein rest der funkelnden tagesglorie in den lüften festzuhalten und nicht erlöschen zu wollen die schlaguhr auf dem türmchen des fabrikgebäudes schnurrte viertelstunde auf viertelstunde ab die neunte stunde war vorüber und nun war wohl das schlimmste überstanden in der stadt ging der großpapa stets um zehn uhr zu bette er hielt es sehr streng mit der pünktlichkeit und kam gewiss bald nach darmbach zurück ach ja und wenn sie ihn dann von herms leben herangaloppieren hörte da wollte sie ihm entgegenlaufen und neben dem pferde hertraben dann sah er doch wenigstens auf seine wilde hummel herunter und da konnte ihr niemand etwas anhaben niemand und es jagte in der tat plötzlich ein reiter daher aber die kleine lief nicht nach dem tore sie horchte einen augenblick mit starrem entsetzen auf das getrappeln der flüchtigen pferdehufe dann sprang sie mit einem wilden satze aus der türecke rannte um den teich und kroch in das fast undurchdringliche gebüsch welches sich zwischen die entgegengesetzte seite des teiches und das den garten vom fabrikhofe trennende eisengitter drängte der reiter kam von der stadt her zwar der papa der sie suchte sie wühlte sich tief in den dornigen busch das weiße kleid mit den heidelbeerflecken erhielt nun auch terrisse genug und die füße versanken im morast trotzdem kauerte sie auf dem nassen boden nieder und schmiegte sich so enge zusammen als wolle sie ihren schmalen körper auf ein nichts reduzieren mit zurückgehaltenem atem und die aneinander schlagenden zähne fest zusammenbeißend hörte sie zu wie der papa im hofe mit der aus einem fenster herabsehenden markt sprach das mädchen sagte ihm dass das kind vor ihren augen umgekehrt und nach der stadt zurück sei sie habe es aus dem tore fortlaufen sehen trotz dieser versicherung ritt er lamprecht in den garten herein margarete hörte seitwärts hinter dem gebüsch das wilde schnauben luzifers der papa mußte einen scharfen ritt gemacht haben dann kam der reiter in ihren gesichtskreis er umritt den pavillon und konnte vom pferde aus den nicht großen garten mit seinen rasenplätzen und gruppen von ahorn und akazienbäumen recht wohl übersehen grete rief er in alle dunkelnden ecken hinein jedes andere ohr hätte aus diesem schrei nichts als die namenlose vaterangst zu hören vermocht für die kleine aber die regungslos im gebüsch hockte und mit fast wildem blick jede bewegung des reiters verfolgte war der mann dort auf dem pferde in diesem moment derselbe der heute nachmittag im dunklen gange über sie gebeugt nicht gewusst hatte ob er sie erwürgen oder zertreten solle und jetzt wo er ihr ihr ganz nahe am teichufer hielt und die augen hinschweifen ließ über das seichte gewässer welches so blank und kristallklar dalag dass man selbst in der dämmerung den weißen sand auf dem grunde schimmern sah jetzt wo ihm diese augen unter den starken schwarzen brauen glühten wie immer wenn er furchtbar böse war überkam das kleine mädchen ein unbeschreibliches ein förmlich lähmendes furchtgefühl ohne atem wie versteinert kauerte es im gestrüpp es hätte sich eher mit dem fuß in das wasser stoßen lassen als daß ihm auch nur ein antwortender laut entschlüpft wäre herr lamprecht wandte sein pferd und ritt wieder hinaus es mochte wohl der knecht des faktors sein der eben mit schlürfenden schritten über den hof herkam und dem reiter die gittertüre öffnete herr lamprecht sprach mit ihm und seine stimme klang so heiser und matt als verlächzte ihm die kehle er fragte nach dem ausbleiben seines schwiegervaters und der mann sagte ihm dass der alte herr aus dem kegelkränzchen selten vor zwei uhr nachts zurück käme was noch weiter gesprochen wurde war nicht zu verstehen herr lamprecht tritt über den hof zum tore hinaus und der mann schien ihn zu begleiten aber nicht über die chaussee durch die felder wurde der rückweg nach der stadt eingeschlagen die kleine entlaufene war wieder allein nun die seelische erstarrung von ihr wich wurde sie sich des schmerzhaften druckes bewusst den die zusammenstrebenden zweige auf ihren eingezwängten körper ausübten die bodennässe drang empfindlich durch die dünnen zeugstiefelchen und der bussch wimmelte von mücken die ihr das gesicht und die entblößten arme blutdürstig umsummten mühsam richtete sie sich auf und hob die tief eingesunkenen füße aus dem morast der ihr schwer an den sohlen kleben blieb jetzt brach sie in ein leises trostloses jammern aus der böse bussch wollte sie nicht wieder fortlassen sie sollte da bleiben in dem entsetzlichen morderdunst den sie durch ihr eindringen aufgerührt gefangen wie ein armer kleiner spatz in dem harten zähn geschlinge der zweige sollte sie warten bis der großpapa käme ach und er kam ja nicht vor zwei uhr nachts fünf lange stunden sollte sie sich wehren gegen die mückenwolke die ihr immer näher auf den leib rückte so oft sie auch danach schlug und frösche und kröten gab es ihr auch genug reinhold wollte sogar einmal gesehen haben dass eine lange bunte schlange aus dem busch gekrochen sei sie schüttelte sich vor grauen und fühlte es förmlich lebendig werden um und unter ihren füßen alle kraft zusammennehmend arbeitete sie sich wie toll durch die unheimliche wildnis bis die letzten starkstämmigen ausläufer rauschend und knackend hinter ihr zusammenschlugen es war eine jämmerlich zugerichtete kleine gestalt die nach dem pavillon zurück mehr taumelte als ging den hut hatten ihr schon beim eindringen die oberen äste weggerissen mochte er hängen bleiben auch das total zerfetzte kleid wurde nicht beachtet nur die in eine schlammkruste gehüllten füße die bei jedem schritt über die breite weiße sandsteinstufe vor der haustüre pechschwarze abdrücke hinterließen waren ein erschreckender anblick am himmel trat ein funkelnder stern nach dem anderen hervor die in die türecke gedrückte kleine bemerkte es nicht wenn sie die schweren leder hob dann sah sie nur daß das dunkel drunten den letzten schwachen schimmer des teichspiegels verschlang die rasenplätze lagen schwarz unter den bäumen allerhand vorbeischwirrendes nachtgesindeln machte sich bemerklich kreuzchen schrien und vom dachboden des pavillons kamen die räuberischen fledermäuse wie im traume hörte sie vereinzeltes hundegebell vom dorfe her und die turmuhr hatte wieder zwei viertelstunden angezeigt noch viele viele solcher viertelstunden mussten von dort oben herunterrasseln bis es zwei uhr war ach wie schrecklich die nässe an den füßen jagte ihr ein fröstel nach dem anderen über den leib und die an die harte türbekleidung gelehnte stirn glühte und schmerzte heftig ach nur einmal nur für ein paar minuten den schweren kopf in ein weiches kissen drücken und einen schluck wasser aus dem kühlen hofbrunnen zu hause trinken dürfen das musste wohltun tante sophie goss immer ein wenig himbeersaft in das glas wenn man über kopfweh klagte und für solche mückenstiche wie sie jetzt auf den armen und wangen brannten hatte sie eine lindernde salbe ach ja es war gut sein bei tante sophie ein unbezählbares sehnsuchtsgefühl nach der treuen pflegerin wallte plötzlich in der kleinen auf sie schloss die augen wieder und träumte sich in die schlafstube daheim die fenster gingen auf den stillen hof und das brunnenplätschern klang leise und ununterbrochen herein es war von jeher das einlullende wiegenlied der beiden kinder gewesen sie lag im weißen weichen bett und tante sophie kühlte ihr das brennende gesicht und die zerstochenen arme bis sie einschlief ja schlafen heimgehen und schlafen das war's das war's was sie mit einem ruck erportrieb und durch den garten und über den hof hinaus auf den feldweg taumeln machte sie hörte nicht mehr dass die uhr schlug als sie das hoftor verließ das ängstliche zählen der viertelstunden war vorüber sie dachte auch nicht an die wegstrecke die vor ihr lag sie sah nur das ziel die weite kühle schlafstube in der sie den glühenden körper mit seinen pochenden pulsen ausstrecken durfte sie hörte tante sophie ins gute stimme und sah die hände die sie auf den schoß heben und ihre schwere nasse last von den füßen streifen würden was dann kam anderen tages daran dachte sie auch nicht mehr und die steifen beinchen wurden gelänger mit der bewegung in immer wilderem lauf ging es hinter dem schweigenden dorfe weg dann trat das wellchen hervor eine dunkle masse die nicht ahnen ließ dass sie aus millionen säuselnder blätter und blättchen zusammengewoben sei vorbei ging es auch hier in achtloser hast und nur einmal prallte die kleine laufende seitwärts weißes gewand schwebte durch das dickicht ach es waren ja die birken mit ihren hellen stämmeln sie standen nur nicht fest sie waren so sonderbar wackelig und der kleine stern der gleich darauf drüben über dem tale auftauchte das licht in der hochgelegenen türmerstube des wachtturmes welcher die stadt beherrschte es schwankte auch als ob der alte bursche der vierschrötige turm zu tanzen anfange doch diese befremdende erscheinung ging schnell wieder unter in dem einen vorwärts hetzenden trieb weiter heim zu tante sophie und im wispernden kornfeld hörte sie reinhold weinen weil ihm die wilde grete seinen turm umgeworfen habe und bärbe murmelte in einem pfort von der frau mit den karfunkelsteinen im haar und von dem wackelnden vorhang in der verschlossenen stube und die roten klatschrosen die das kind heute wie fackeln im korn glühen gesehen sie machten die enge dunkle gasse heiß zum ersticken aber mit dem niederlegen auf die kühle erde war es doch nichts weit drüben rief tante sophie immer wieder vorwärts gretel mach daß du heimkommst so lief sie gehorsam weiter zuletzt freilich mit einknickenden knien und keuchender brust bis die stadt erreicht war in manchem haus der letzten gasse durch die sie erschöpft schlich brannte noch licht aber die türen waren geschlossen und die matten dritte des kindes polterten förmlich auf dem hohlen kanalbürgchen eine so tiefe nachtstille wiebte bereits in gassen und straßen und nun weibte sich endlich der torbogen des packhauses über dem kleinen mädchen nur war es schlimm dass das schwere altväterische türschloss im torflügel gar so hoch saß eine kinderhand konnte es nicht erreichen nach einer vergeblichen anstrengung sank die kleine auf den niederen prallsteine in sich zusammen sie meinte die ganze welt drehe sich mit ihrem kreise und vor dem hämmern und pochen ihrer pulse könne sie nichts mehr hören aber das murmeln des vorbeischießenden kanalwassers drang doch an ihr ohr und die kühle die es ausströmte wirkte belebend auf ihr hindämmerndes bewusstsein und jetzt kam auch jemand die straße daher es waren kräftige schritte die sich dem packhause näherten und nach wenigen minuten trat ein mann unter den torbogen so weit durchlichtete der sternfunkelnde himmel die nacht doch daß man die umrisse einer gestalt zu erkennen vermochte der mann war herr lenz der im packhause wohnte und welchen die kleine margarete gar gern hatte er war für oft wenn sie im hofe spielte im vorübergehen ein heiteres scherzwort hin und für ihren freundlichen gruß strich er mit liebkosender hand über ihr haar lassen sie mich auch mit hinein murmelte sie heiser als er mit dem hausschlüssel das tor geöffnet hatte und im begriff war einzutreten er fuhr herum wer ist denn da die grete was das kind aus dem hause um gottes willen kleine wie kommst du denn hierher sie antwortete nicht und griff nur mit testender hand nach seiner rechten die er ausstreckte um ihr aufzuhelfen aber das ging absolut nicht und so nahm er sie ohne weiteres auf den arm und trug sie in die tiefe torwölbung hinein die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von awaii im dezember 2012 die frau mit den karfunkelsteinen von eugenie marlitt kapitel 6 da drin war es stockdunkel herr lenz tappte mit seiner last vorwärts und schlug endlich eine türe linker hand geräuschvoll zurück gleich darauf fiel ein lichtschein von oben über die dahinterliegende steile treppe herab ernst rief eine frauenstimme angstvoll fragend herunter ja ich bin's mit haut und haar heil und gesund handchen guten abend auch liebster schatz nun gott sei lob und dank daß du da bist aber liebster bester mann wo hast du denn gesteckt verlaufen hatte ich mich sagte er im langsamen hinaufsteigen dieser verflixt schöne thüringer wald lockt wie ein irrlicht immer ein punkt prächtiger als der andere da läuft man weiter und weiter und denkt nicht an den nachhauseweg entsetzlich müde beine bringe ich heim aber das skizzenbuch ist auch voll mutterchen damit tauchte er über dem treppengeländer auf und seine frau die mit der lampe in der hand oben stand prallte zurück ja gell was ich da mitbringe handchen nun das habe ich drunten im torweg aufgelesen sagte er auf der obersten stufe stehenbleibend und mit halblächelndem halb besorgtem gesichtsausdruck er versuchte den kopf zu wenden um das kind auf seinem arme bei licht zu besehen allein es hatte die arme krampfhaft fest um seinen hals geschlungen und das gesichtchen von dem wirr hereinfallenden haar fast verdeckt drückte sich an seine wange frau lenz stellte die lampe schleunigst auf den vorsaaltisch gib mir das kind ernst sagte sie mit ängstlicher hast und reichte nach dem kleinen mädchen mit deinen armen müden beinen darfst du keinen schritt mehr tun gretchen aber muss auf der stelle fort man sucht sie seit vielen stunden gott ist das ein aufruhr drüben im vorderhause alles rennt durcheinander und die alte bärbe heult in ihrer küche dass es bis zu uns über den hof her schallt komm her engelchen lockte sie mit sanfter zärtlicher stimme ich trage dich hinüber nein nein wehrte die kleine angstvoll ab und klammerte sich noch fester an ihren träger wenn drüben alles durcheinander rannte da war auch die großmama unten und so wild und wirr es ihr auch durch den schmerzenden kopf sauste über den empfang von seiten der alten dame war sie sich doch vollkommen klar nein nicht hinübertragen wiederholte sie mit fliegendem atem tante sophie soll kommen auch recht herzchen dann holen wir die tante sophie beschwichtigte herr lenz ganz wie das kindchen will bestätigte seine frau die besorgt auf die heisere nach atem ringende kinderstimme horchte und mit rascher hand und prüfendem blick den haarwust aus dem entstellten gesichtchen strich schweigend nahm sie die lampe und öffnete die stubentür das packhaus das älteste der aus der urväterzeiten stammenden hintergebäude war ein massiver baum mit dicken wänden und tiefen fensternischen dessen eigentliche fassade nach norden der straße zugewendet lag deshalb wehte den eintretenden eine so köstlich kühle eine völlig reine nur von erfrischenden reseda düften durchhauchte luft entgegen hier in dem stillen trauten heim der malerfamilie überließ sich das kind willig der sanften freundlichen frau die es auf den schoß nahm während herr lenz hut plate und reisetasche ablegte blanca ist draußen auf dem gange sagte die frau als antwort auf den suchenden blick den ihr mann durch das zimmer gleiten ließ sie war dabei ihr haar für die nacht zu ordnen als der kutsche aus dem vorderhause bei uns nach gretchen fragte wir hatten freilich schon längst die unruhe drüben bemerkt herr lamprecht war zu ganz ungewohnter zeit aus und eingeritten und im hofe wurde jeder busch durchsucht allein wir hielten uns wie immer streng an deinen befehl nichts zu sehen was in haus und hof deines prinzipales vorgeht seit nun aber der kutscher da gewesen ist sitzt unser kind draußen auf dem dunklen gange und ist nicht herein zu bringen das liebe kleine ding da ist ihr augapfel wenn sie es auch nur vom sehen kennt aber um gott kind was ist denn das mit deinen füßen unterbrach sie sich das lampenlicht fiel auf die schlammüberzogenen stiefelchen die über ihrem hellen kleide herabhingen mit hastigen händen befühlte sie die säume der zerschlitzten röckchen die auch die nässe des sumpfbodens in sich gesogen hatten das kind ist im wasser gewesen sagte sie halblaut und alertiert zu ihrem mann es muß so schnell wie möglich in trockene kleider geh rufe blanka er öffnete die türe in der rückwand der stube der raum dahinter die küche war dunkel aber durch die gegenüberliegende weit offene türe die nach dem gange führte sah man einzelne lichter des vorderhauses herüberblinken auf den ruf des vaters eilten draußen leichte schritte über die knarrenden gangdielen dann trat die schöne blanka aus dem tiefen dunkel auf die türschwelle im weißen spitzen besetzten frisiermantel mit blassem gesicht und schlaff niederhängenden nackten armen und das aufgelöste haar wogte goldglitzernd um sie her bist du endlich gekommen vater fragte sie vibrierenden tones mit scheuer haltung und niedergeschlagenen augen blieb sie stehen und es sah aus als sei ihr das lampenlicht das sie so plötzlich und grell überflutete unerträglich und sie habe den einzigen wunsch in das dunkel zurück zu flüchten was ist das der ganze willkommensgruß meiner kleinen rief herr lenz launig weder kuss noch handschlag und ich habe doch ein verlorenes schäfchen mitgebracht siehst du denn nichts wer sitzt denn dort auf dem schoß der mutter mit einem ausruf der überraschung fuhr das junge mädchen empor und flog auf das kind zu sieh sieh sagte frau lenz halb belustigt aber doch auch ein wenig verletzt vater könnte wohl eifersüchtig werden du hast dich ja wirklich mehr um das fremde kind geängstigt als um sein ausbleiben jetzt hilf mir aber deinen liebling zu säubern und ins trockene zu bringen dort im unteren fach der kommode müssen noch röckchen und strümpfe aus deiner kinderzeit liegen die suche hervor sie setzte die kleine auf das sofa und holte waschwasser und ein handtuch herbei während das junge mädchen auf die dillen niederkniete und mit fliegenden händen den inhalt des schubfaches durcheinander warf wo bist du nur gewesen kindchen sagte frau lenz beim lösen der schleifen und knöpfe am anzug des kleinen mädchens der körper unter ihren händen war in schweiß gebadet in dambach war ich stieß margarete hervor aber der großpapa konnte mir nicht helfen er war nicht da und nun während die frau mit lauem schwamm die beschmutzten füßchen wusch nun war es als müsse alles erduldete das sich in die letzten tagesstunden zusammengedrängt von dem alterierten kinderherzen herunter in krankhafter hast wurde alles geschildert die schrecknisse im teichgebüsch und die angst dass der papa vom pferde steigen und den busch durchsuchen könne und warum man zum großpapa gelaufen sei nun weil immer eine weiße gestalt durch den dunklen gang husche und die leute erschrecke und die stube sei nicht verschlossen gewesen ganz gewiss nicht sie habe deutlich gehört wie auf das türschloß gedrückt worden sei dann habe sie es schneeweiß durch den türspalt schlüpfen sehen und unter dem schleier habe langes haar herabgehangen und weil das mädchen so laut geschrien da wolle nun der papa die kräte ins institut stecken das ausgeprägteste delirium die kleine ist schwer krank murmelte herr lenz mit abgewendetem gesicht beeilt euch mit dem umkleiden und er stahl sich leise hinaus um anzeige im vorderhaus zu machen die röckchen und kinderstrümpfe mussten sich in eine unauffindbare ecke verirrt haben denn die schöne blanka kniete noch vor der kommode und suchte in ihrem weißen gewand und mit dem langen blonden rücksichtslos über die dielen geschleiften haar sah sie aus wie eine zu marktdiensten erniedrigte prinzessin nun wurde auch noch ein zweites schubfach geräuschvoll aufgezogen frau lenz erhob sich ein wenig ungeduldig und trat hinzu liebes herz das dauert mir zu lange und ein solcher kram dass man etwas nicht zu finden vermöchte ist doch bei mir nicht mode wo hast du denn deine augen kleine maus da liegt ja das blaue flanellröckchen obenauf hier in der ecke stecken drei paar strümpfe und da ist auch noch ein nachthemdchen sie nahm die sachen heraus und schob die kasten zu das junge mädchen hatte keinen grund mehr in der halbdunklen ecke zu verweilen und als es sich zögernd dem licht wieder zuwendete da schien selbst aus den lippen jeder färbende blutstropfen gewichen zu sein kind wie magst du dich nur so alterieren rief die mutter erschrocken es ist nicht so schlimm wie der vater meint bei kindern stellt sich sehr leicht starkes fieber ein vergeht aber auch schnell wieder in einigen tagen ist dein liebling wieder gesund du wirst es sehen hier stecke die müden beinchen in frische strümpfe während ich draußen einen kühlen trank zurecht machte die tochter rollte schweigend die strümpfchen auseinander kauerte vor dem sofa nieder und schickte sich an die kleinen nackten füße zu bekleiden aber kaum war die küchentüre hinter der frau zugefallen als sich das junge mädchen mit einer leidenschaftlichen gebärde aufrichtete das kind mit beiden armen umschlang und heftig an ihre brust presste margarete öffnete die fieberglänzenden augen weit vor überraschung ach sie haben mich lieb fräulein lenz ja die schöne blanka neigte bejahend den kopf in verhaltenem schmerz klemmte sie die unterlippe zwischen die zähne und eine träne stahl sich unter der gesenkten wimper hervor es ist schön bei ihnen in der kühlen stube murmelte die kleine und drückte das gesichtchen zärtlich in die blonde haarflut die über die brust des mädchens fiel ich möchte da bleiben hierher kommt auch die großmama nicht niemals die geht nie ins packhaus der papa auch nicht aber tante sophie kommt bringen sie mich zu bette in diesem augenblick trat die mutter wieder in das zimmer ach und wie gut sie riechen fräulein lenz rief das kind lauter und hob tief atmend den kopf wie die schönsten rosen gerade wie ein paar heißer zuckender lippen drückten sich fest auf den kleinen mund und erstickten jedes weitere wort aber blanka das kind ist ja noch barfuß schallt frau lenz und wer wird denn einen patienten auch noch durch die eigene angst aufregen geh nur weg kleine ungeschickte ich will das anziehen selbst besorgen in wenigen minuten war sie mit dem umkleiden fertig eile machte sich aber auch in der tat nötig denn wie schon im kornfelde so mischten sich jetzt wieder fiebergebilde in die vorstellungen des kindes frau lenz hielt ihm das hereingebrachte trinkglas an die lippen und in gierigen zügen wurde der heißersehnte kühltrank geschlürft gleich nachher kamen schritte die treppe herauf und herr lenz ließ die tante sophie eintreten wer das humor beseelte gesicht der lustigen alten jungfer kannte der musste erschrecken so furchtbar hatte es die angst der letzten stunden in linien und farben verändert mit einem stummen gruß für die hausfrau und das wieder in die dunkle ecke geflüchtete schöne mädchen trat sie auf die kleine margarete zu die ihr matt die arme entgegenstreckte ein einziger prüfender blick ein befühlender kinderstirn und sie wusste daß hier ein schweres erkranken im anzuge war das kommt davon wenn man mit solch einem jungen seelchen umgeht wie mit einem schlechten instrument auf dem man herumdreschen kann wie man will sagte sie derb in rückhaltlosem schmerz und unsäglicher bitterkeit sie hüllte die kleine in einen plate den sie mitgebracht hatte nahm sie auf den arm und reichte herrn und frau lenz die hand dank vielen dank mehr brachte sie beim verlassen des zimmers nicht heraus drunten im hofe aber löste sich eine hohe gestalt aus dem dunkel und trat ihr entgegen die kleine margarete schrak zusammen und ein beben ging durch ihren körper als zwei hände nach ihr griffen es war der papa der sie mit einer ungestümen bewegung an sich zog mein liebes kind mein gutes gretchen erschrecke nicht ich bin's der papa sagte seine tiefe stimme vibrierend er hielt sie fest an seiner schwer atmenden brust während er sie über den hof trug und in der heller leuchteten hausflur wo alle hausbewohner auf ihn und das kind einstürmten hob er schweigengebietend die hand und ging an den verstummenden vorüber nach der schlafstube der kinder na dann ist's ja gut zigeuner haben sie nicht gestohlen und umgekommen ist sie ja sonst auch nicht gott sei gelobt und gepriesen sagte bärbe nachher in der küche zu den anderen und nahm den ersten ohnmachtsbissen nach so vielen angststunden aber sag mir nur keiner dass nun auch die geschichte aus und vorbei ist wer den armen wurm mit seinen schlenkenden ärmchen und beinchen gesehen hat wie ihn der herr vorbeitrug der weiß genug was hab ich heute nachmittag gesagt ein unglück gibt's hab ich gesagt aber da heißt's immer die abergläubische bärbe der unglücksrabe die jammerbase ja spotten kann ein jeder das ist keine kunst aber beweisen ja beweisen das steht auf einem anderen platte wollen mal sehen wer recht behält die klugen leute die an gar nichts glauben oder die alte bärbe mit ihrer einfältigkeit so eine wie die mit den karfunkelsteinen die wird sich wohl für nichts und wieder nichts in dem gang da oben rumtreiben es ist nicht das erste mal daß solch ein armes unschuldiges kindchen nachgeholt wird denkt an mich mit unserm armen gretchen geht's schief bei diesen worten legte sie die gabel mit dem angespießten bissen wieder hin und verhüllte ihr gesicht mit der blauleinernen schürze und wochenlang hatte die küchenprophetin die schmerzliche genugtuung tag für tag mit gesteigertem nachdruck auf das was sie gesagt hinweisen zu können bei all ihrem wirklichen kummer dachte sie doch schon ganz im stillen zwar aber wehmutsvoll ausmalend an den schönsten blumenkranz der zu haben und an das goldgedruckte karmen mit dem namen barbara wenzel auf breitem weißem atlasband als die tüchtige natur des kindes siegte und eine plötzliche glückliche wendung eintrat nun war wieder sonnenschein im hause herr lamprecht der in den stunden der gefahr fast nicht vom bette des kindes gewichen war richtete seine gebeugte gestalt auf und in blick und gebärden brach sein feuriges naturell wieder durch ja die leute meinten er habe in seinem ganzen leben nicht so siegerhaft und herausfordernd ausgesehen wie eben jetzt was aber die anderen im hause freudig bemerkten das erbitterte die alte bärbe förmlich er hatte nämlich seinen vorsatz die spukhaften appartements der verstorbenen frau dorothea für eine zeit selbst zu bewohnen ausgeführt auch der korridor war durch eine türe vom flursaal abgeschlossen worden für die alte köchin war es fast noch schlimmer als eine gotteslästerung wenn sie in droben ungeniert die verblichenen gardinen zurückziehen und in sündhafter herausforderung an das fenster treten sah von der huschenden weißen frau sprach nun niemand mehr natürlich durch eine dicke bohlentüre konnte doch kein christenmensch sehen aber es wollte auch durchaus der morgen nicht kommen an welchem man den herrn mit umgedrehtem genick in seinem zimmer fand im gegenteil es war wie gesagt als lebe er neu auf und der großpapa der in der unglücksnacht vom hermsleben kommend gar nicht vom pferde gestiegen sondern gleich nach der stadt weitergeritten war er schekerte und scherzte auch wieder in seiner derbjovialen weise aber an dem tage wo sein liebling zum ersten mal die ganzen nachmittagsstunden außer bett sein durfte da brannte ihm doch der boden unter den füßen und er ritt auf und davon der infame schreihals das verzogene best in der oberen etage jage ihn aus seinen eigenen vier pfehlen sagte er noch lachend vom pferde herunter und die frau amtsrätin stand oben am fenster und streichelte ihren papagei und reichte ihm mit zierlich gespitzten fingern ein stückchen zucker zwei tage nachher reiste auch herr lamprecht fort auf lange sagten seine leute im kontor die kleine margarete sah verwundert in sein gesicht als er sich abschiednehmend über sie bog und ihr die herrlichsten dinge zu schicken versprach so habe ich den papa noch nie gesehen so schrecklich vergnügt und so wunderlich mit seinen funkelnden augen meinte sie das glaube ich gerne sagte tante sophie er freut sich dass sein kleiner ausreißer wieder gesund ist und wenn er die geschäftstour hinter sich hat dann geht er nach italien und wohl noch weiter er will sich wieder einmal die welt ansehen und er hat recht nach der angstzeit ist ihm der spaß zu gönnen wir alle haben auf lange genug ja gretel an den bleichtag werde ich denken solange mir ein auge im kopfe steht und die linden vor der weberei hatten sich inzwischen sommerlich verdunkelt aus dem rosenlaub leuchteten nur ganz vereinzelt wie vom himmel gefallenen blutstropfen die blüten des jacqueminot und auf den glitzernden wassern des brunnenbassins schwammen schon die ersten herabgewehten herbstgelben blättchen als die kleine genesene ins freie entlassen wurde es war vieles anders geworden am verwunderlichsten aber war es doch dass der papa da oben gewohnt hatte wo nun nach seiner abreise gerade heute gründlich gelüftet wurde die fenster standen weit offen man sah die wundervolle malerei am plafond des großen dreifenstrigen wohnzimmers und im anstoßenden gemach den baldachin eines grünseidenen himmelbettes und auf den fenstersimsen standen und lagen behufs des abstäubens allerhand moderne gegenstände rauchutensilien statuetten albums und ganze stöße von zeitungen herr lamprecht hatte sich die verfemten räume vollkommen wohnlich und nach bedürfnis eingerichtet die kleine sah nachdenklich hinauf aus dem zimmer mit dem herrlichen deckengemälde war die verschleierte geschlüpft es war die zweite der türen im korridor gewesen hinter welcher der kleine fuß im zierlichen hackenschuh zum vorschein gekommen war seit sie wieder gesund war wusste sie das alles ganz genau allein sie sprach nicht mehr darüber aus verdruss weil niemand auf ihr fragen und erzählen einging sie wusste ja nicht dass die ärzte erklärt hatten die vision im korridor sei bereits der ausbruch ihrer nervösen krankheit gewesen und so wurde der ganze vorgang mit seinen unglücklichen folgen totgeschwiegen wie auch nie wieder ein wort über das unterbringen der unmanierlichen geräte in einem institut verlautete auf dem offenen gang des packhauses war es auch totenstill nur der lustige sommerwind fuhr manchmal durch das grünschuppige geschlinge des pfeifenstrauches stäubte es mutwillig auseinander und erregte ein flüsterndes geplapper der zurückfallenden blätterzungen in der hübschen stube voll reseda dürfte aber saß gewiss die frau mit dem lieben zärtlichen muttergesicht und trauerte denn die schöne blanka war nun auch fort sie war heute früh abgereist und wohl wieder in kondition nach dem weltfremden engeland gegangen wie bärbe heute morgen zu tante sophie gesagt hatte und darüber war die kleine margarete aus ihrem halben morgenschlafe empor gefahren und hatte still damit die tante und bärbe es nicht hören sollten in ihr kissen hinein geweint in diesem augenblick aber wo reinhold in das haus gegangen war um seinen baukasten zu holen und das kleine mädchen allein unter den linden saß kam die alte köchin über den hof her die hand unter der schürze und mit einem wahren inquisitorenblick die fenster der oberen etage im vorderhause streifend fräulein sophie weiß drum und will dass ich's dir geben soll gretchen aber die frau amtsrätin braucht's nicht gerade mit anzusehen sagte sie wie du krank warst da hat das schöne mädchen dort auf dem gange gar manchmal stundenlang auf mich gelauert weil ich ihr immer sagen musste wie es gerade um dich stand in den hof runtergekommen ist sie kein einziges mal solange sie auch da gewesen ist du lieber gott freilich dein papa und die großmama sind stolze leute und leiden keine zutuligkeit und dreistigkeit nun aber heute in aller frühe wie ich das kaffeewasser am brunnen holte da kam sie über den hof her schon im schleierhut und mit der reisetasche und blass wie der tod und konnte aus keinem auge sehen verweinen weil's ja gerade fortgehen sollte in die weite welt und sie sagte ich sollte dich vieltausendmal grüßen und dir das geben sie zog die hand unter der schürze hervor und legte ein kleines weißes paket auf den gartentisch jubelnd zog die kleine ein gesticktes margaretentäschchen aus dem papier still still gretchen musst nicht so schreien mahnte bärbe das war gar eine eigene geschichte heute früh und schön war's nicht von der frau amtsrätin nein alles was recht ist sag ich immer sie ist ja doch kein unglück wenn der junge herr herbert auch gerade in dem moment mit seinem trinkglas runter an den brunnen kommt wie er es ja jeden morgen die ganzen letzten wochen getan hat er sah ganz krank aus wie eine leiche und kam auf das mädchen zu ich glaube er hat was sagen wollen vielleicht glückliche reise oder sonst eine höflichkeit aber da stand auch schon die frau amtsrätin da hat noch das nachtmützchen aufgehabt und der schlafrock hatte um den leib gehangen als ob sie geradewegs aus dem bette hineingefahren sei und augen hat sie gemacht als wollte sie das mädchen aufspießen die hat sich aber nur tief vor ihr verneigt und ist zu ihren eltern gegangen die im torweg auf sie gewartet haben weißt du gretchen unsere frau herzogin kann sich nicht stolzer und vornehmer haben als die malerstochter von der schönheit gar nicht zu reden und es kann wohl sein dass das stolz an ihr deine großmama geärgert hat denn eh ich nur recht wusste wie hat sie das papier in meiner hand aufgerissen und hineingeguckt fürs gretchen ist's frau amtsrätin sag ich so sagt sie ganz laut und böse wie kömmt denn fräulein lenz dazu meiner enkelin ein andenken zu schenken und das hat das arme mädchen noch in ihre ohren hineingehört und vater und mutter auch und den jungen herrn hat's gerade so gedauert wie mich er hat schreckliche augen gemacht und ist ins haus gestürmt so das war die geschichte gretchen die frau amtsrätin wollte mir zwar das paketchen partout wegnehmen aber ich hab fersengeld gegeben und fräulein sophie sagt sie sehe gar nicht ein warum du das täschchen nicht tragen solltest sie ging wieder in ihre küche und die kleine margarete sann und grübelte das herz tat ihr weh und zornestränen stiegen ihr auf weil die guten leute im packhaus gekränkt worden waren und bärbe hatte recht herbert sah ganz anders aus so blass und so schrecklich ernsthaft er sprach mit niemandem mehr nicht einmal mit reinhold der doch sein liebling war ja die großmama sie konnte manchmal so furchtbar strenge augen machen und davor fürchtete sich der große primaner herbert auch das hatte die kleine wohl bemerkt aber es half doch alles nichts und wenn die großmama noch so sehr zankte und noch so schlimme augen machte sie trug das täschchen doch sie trug es alle tage auch wenn einmal der papa von seiner reise zurückkam und sie ausschallt denn stolz war er der papa vielleicht noch schlimmer als die großmama das hörte man an seinem barschen ton wenn er befehle gab und außerdem sprach er nie mit den arbeitern die unter ihm standen auch die malers leute waren ihm zu gering er sah immer so aus als wisse er gar nicht dass jemand im packhaus wohne und auf dem offenen gange mochte sein wer wollte er grüßte nie hinauf an dem unglücksabend war er ja auch nicht in das haus gegangen und hatte lieber im dunklen hofe gewartet bis sie herausgebracht worden nur während ihrer krankheit hat er nicht stolz ausgesehen sie hatte ihm sogar als es besser mit ihr ging und er allein an ihrem bett gesessen von der hübschen stube im packhaus erzählen dürfen und von dem schönen mädchen wie es so weiß und mit offenem haar vom gange hereingekommen wie es ihren kopf so fest an die brust gedrückt habe dass ihr das weiche dicke haar ganz schwer über das gesicht gefallen sei und da hatte der papa gar nicht gezankt er war ganz still gewesen er hatte sie auf die stirn geküsst und gerade so fest an sein stark pochendes herz gedrückt wie es die schöne blanka getan und darüber verwunderte sie sich heute noch kapitel 7 von die frau mit den karfunkelsteinen die frau mit den karfunkelsteinen von eugenie marlitt die stadt b war nicht die residenz des landes aber ihre schöne gesunde lage machte sie zum bevorzugten sommeraufenthalt des regierenden herrn trotzdem das schloß auch in seinem äußeren nichts weniger als imposant für eine größere hofhaltung kaum den nötigen raum bot in den letzten drei jahren übrigens machte sich das nahe zusammenrücken der sommergäste im schlosse nicht mehr so nötig die beiden schönen prinzessinnen waren kaum dem kindesalter entwachsen weggeholt worden und hatten selbst für prinzessinnen glänzende partien gemacht und der erbprinz befand sich auf reisen ob nun bereits der wonne mond durch weiche lüfte und süße düfte seine köstlich klingende bezeichnung verdiente oder ob er noch überliegen gebliebenes schneefelder der berggipfel einherziehend einen rauen april atem in die letzten zum flachen land auslaufenden täler des thüringer waldes hineinblies gleich viel pünktlich mit dem 15 mai rückte alljährlich die wagenkolonne aus der residenz in das hübsche b ein und bald darauf sah man die schlöte des schlosses gastlich dampfen die wohlbekannte livre der herzoglichen bedienten tauchte in den straßen auf und vor den vornehmsten häusern hielt dann und wann eine die hofdamen machten besuche auch das lamprechtsche haus war eines der wenigen bürgerlichen denen diese auszeichnung widerfuhr die frau amtsrätin marschall war heute noch so wohl gelitten bei hofe wie vor zehn jahren denn volle zehn jahre waren verstrichen seit seit jenem unglückseligen bleichtag an welchem die kleine margarete aus furcht vor dem institut nach dambach gelaufen war die herzogliche gnadensonne bestrahlte selbstverständlich auch alles was der alten dame verwandtschaftlich nahe stand so zum beispiel wurde jetzt die firma lamprecht und sohn durch einen kommerzienrat repräsentiert den einzigen der stadt b denn serenissimus kargte sehr mit diesem titelgeschenk herr balduin lamprecht war auch gegen die seltene auszeichnung durchaus nicht unempfindlich seine geschäftsfreunde behaupteten er trüge seine nase so hoch dass kaum noch mit ihm auszukommen sei früher habe er doch wenigstens verbindliche manieren gehabt aber auch die seien untergegangen in einem abstoßend finsteren hochmut seit jahren hatte ihn niemand mehr lächeln sehen er reiste viel in geschäften und war tätig wie kaum in den ersten jahren seiner selbständigkeit aber wenn er heim kam da wurde es förmlich dunkel im hause da sanken die stimmen der untergebenen zum flüstern herab in aller minen lag ängstliche spannung und die fußtritte klangen gedämpft als fürchte jedes einen in irgendeiner ecke lauernden bösen geist aufzuscheuchen die leidige hypochondrie ein lamprechtsches erbstückchen sagte achselzuckend der hausarzt im hinblick auf die düstere stimmung des heimgekehrten der sich oft tagelang einschloss tüchtig wasser trinken und holz sägen das wäre am platze und die frau amtsrätin nickte eifrig mit dem kopfe dazu einzig und allein das alte erbübel war's sonst absolut nichts tante sophie aber lächelte ingrimmig wenn ihr dieser salomonische ausspruch zu ohren kam jawohl sonst absolut nichts pflegte sie ihn ironisch zu bekräftigen beileibe nicht etwa das bisschen sehnsucht nach einem richtigen familienleben ei bewahre der mann muß ja gott danken daß er einmal vor so und so viel jahren eine frau gehabt hat und kann nun bis an sein seliges ende von der erinnerung zehren der fanny muß doch die letzte bosheit der seligen judith gar zu gut gefallen haben weil sie es gerade so gemacht hat na meinetwegen ich wollte nichts sagen wenn sie dem armen kerl dem witwer wenigstens ein paar stramme buben hinterlassen hätte aber der reinhold das angstmännchen du lieber gott dem sah man ja schon im wickel an daß es irgendwo haperte reinhold lamprecht war in der tat das angstkind des hauses verblieben er litt an einem herzfehler der ihm jede geistige und körperliche anstrengung verbot er selbst fühlte die entbehrung aller schönen jugendfreuden wohl kaum denn sein ganzes dichten und trachten ging im geschäft auf wenn aber der kommerzienrat den langen bleichen dünnen zahlen menschen mit der kühlen gemessenheit eines greises am schreibtisch stehen sah unbekümmert ob draußen blütenschnee von den bäumen flog oder wirkliche winterliche flocken vor den scheiben wirbelten da ging es wie zorn und grimm durch seine züge und ein bitter verächtlicher blick streifte das häuflein gebrechlichkeit welches dereinst das haus lamprecht repräsentieren sollte aber er sprach nie darüber er ballte nur im stillen krampfhaft die faust wenn die frau amtsrätin sich freute daß die vornehme ruhe der seligen fanny in so frappanter weise auf den sohn übergegangen sei und eigentlich kränklich war der stammhalter der lamprechts nach ihrem dafürhalten absolut nicht gott behüte er war nur zarter empfindlicher konstitution eine frau wie fanny konnte selbstverständlich nicht die mutter von robusten bauernkindern gewesen sein margarete war ja auch bleich und schmächtig aber kerngesund man mußte nur ihre reisebriefe lesen das mädchen ertrug ja strapazen und anstrengungen wie ein mann diese bravourstücke waren übrigens durchaus nicht nach dem geschmack der alten dame der entwicklungsgang der enkelin mißfiel ihr gründlich ein langjähriger aufenthalt in einem vom adel frequentierten etwas orthodox angehauchten pensionat dann vorstellung bei hofe und nach einigen jahren der auszeichnung und des triumphes als abschluss eine gute partie so mußte eigentlich die jugendzeit der einzigen tochter eines reichen hauses verlaufen aber schon der plan bezüglich des institutes hatte ja an margaretens trotzkopf scheitern müssen und das mädchen war zum stillen ärger der großmutter bis über das vierzehnte lebensjahr in seiner entsetzlichen urwüchsigkeit verblieben dann war allerdings ein plötzlicher umschwung eingetreten die jüngere schwester der frau amtsrätin war an einen universitätsprofessor verheiratet dessen name einen weithin geltenden klang hatte er war historiker und archäolog und da ihm bedeutende mittel zur verfügung standen so reiste er viel um für seine wissenschaftlichen werke aus den quellen selbst zu schöpfen und dabei war ihm seine frau ein treuer kamerad kinder hatten sie nicht nach langem aufenthalt in italien und griechenland waren sie nun auch wieder einmal in die heimat zurückgekehrt und die frau amtsrätin hatte sich glücklich geschätzt die durchreisenden auf einige tage beherbergen zu können denn sie war sehr stolz auf den ruhm ihres schwagers am ersten tage war der unmanierliche backfisch die grete für die zürnende großmama nicht zu finden gewesen wer mochte denn auch einem hochnot peinlichen verhör so geradewegs in die hände laufen der famose gelehrte großonkel in berlin hatte dem mädchen von jeher einen gelinden schauer über die haut gejagt das war so einer der die unglücklichen schulkinder einfing sie zwischen seine knie klemmte und examinierte bis sie vor angst schwitzten gesehen hatte sie ihn nie aber er war selbstverständlich lang und steif wie ein stock lachte nie und sah mit strengen stechenden augen durch die großen runden brillengläser am zweiten morgen aber hatte sie sich im flursaal einer offenen salontüre schräg gegenüber hinter dem buffet verkrochen professors frühstückten beim papa und sie hatte große augen gemacht denn der schöne alte herr konnte lachen wirklich so recht aus herzensgrunde lachen er hatte einen herrlichen weißen bis auf die brust herabwallenden vollbart und dazu prächtige helle augen ohne brillengläser und wie ein junger hatte er das glas mit dem funkelnden goldwein gehoben und einen schalkhaften toast ausgebracht dann hatte er von den schliemannschen ausgrabungen auf dem berge hissalik erzählt und sehr verwunderlich war es dabei gewesen daß seine frau die großtante mit dem glatt gescheitelten vollen grauhaar über dem klugen gesicht auch dreingesprochen und zwar ganz mit demselben verständnis wie der große gelehrte ja eine weite wunderherrliche welt voll alter versunkener und nun wieder erstehender geheimnisse hatte sich da aufgetan und die lauschende junge unwissende hinter dem buffet hatte sich allmählich aus ihrer kauernden stellung aufgerichtet dann war es gewesen als schleiche ein leiser nachtwandelnder fuß über den flursaal her bis das lang aufgeschossene mädchen unsicheren blickes in fluchtbereiter haltung aber im atemlosen hören die verschränkten hände auf die brust gepresst unter der salontüre erschienen war meine grete ein scheuer vogel wie sie sehen hatte der papa mit der hand nach ihr hingewinkt und damit den zauber gebrochen im panischen schrecken war der scheue vogel von der schwelle geflohen hatte verfolgt von einem vielstimmigen heiteren gelächter die flursaaltüre klirrend hinter sich zugeschlagen und war die treppe hinab mehr gestürzt als gelaufen allein flucht und trotziger widerstand hatten nichts mehr genützt die wilde hummel hatte sich rettungslos auf ein fremdes gebiet verflogen lernbegierde und wissensdurst waren in der jungen seele erwacht und hatten sie immer wieder zu füßen der erzähler geführt und als nach acht tagen der wagen vor dem lamprechtschen hause gehalten hatte um die fortreisenden nach der bahn zu bringen da war auch die unmanierliche grete in schleierhut und reisemantel aus der haustüre getreten verweinten gesichts zwar und den letzten jammerlaut eines schweren abschiedes auf den lippen aber man hatte sie mitnichten in den wagen schleppen müssen und sie hatte auch nicht geschrien daß die leute auf dem markt zusammenlaufen mußten fest entschlossen und freiwillig war sie mitgegangen um bei onkel und tante zu lernen und sie auf ihren reisen zu begleiten darüber waren fünf jahre hingegangen margarete war 19 jährig geworden und hatte das väterliche haus nicht wieder gesehen ihre verwandten vorzüglich den papa hatte sie in der langen zeit öfters teils in berlin teils auf reisen bei verabredeten rendezvous gesehen und in den letzten zwei jahren waren die besuche der großmama in berlin immer häufiger geworden sie wollte die enkelin heimholen allein onkel und tante zitterten bei dem gedanken an eine trennung und das junge mädchen selbst verspürte nicht die geringste lust sich am heimischen hofe vorstellen zu lassen und so mußte die frau amtsrätin zu ihrem bittersten verdruß immer wieder allein zurückreisen tante sophie war außer herbert die einzige der familie gewesen die sich ein wiedersehen mit der gretel hatte versagen müssen nein das sollte ihr einmal niemand nachsagen können dass sie um einer freude eines herzensbedürfnisses willen den haushalt je auch nur für ein paar tage im stiche gelassen hätte es ging eben nicht und ließ sich vor dem gewissen nicht verantworten und da hatte das dumme alte herz mit seiner sehnsucht absolut nichts drein zu reden nun machte sich aber der ankauf neuer teppiche und portieren für die guten stuben durchaus nötig und tante sophiens pelzmantel verlor trotz steinklee und pfeffer seit jahren die haare er mußte pensioniert werden ein neuer pelzmantel war aber ein teures stück und das konnte man nicht nur so verschreiben und wie die katze im sacke kaufen ebenso wenig wie die kostbaren teppiche und portieren da hieß es gleich vor die rechte schmiede gehen und deswegen dampfte tante sophie viel eiliger als es nötig aber doch nur aus wirtschaftlichen rücksichten eines tages nach berlin und stand plötzlich unter strömenden freudentränen in margaretens mädchenstübchen und was alle bittenden süßen und strengen worte der frau amtsrätin nicht vermocht das tat der anblick der unvergessenen mütterlichen pflegerin eine heiße sehnsucht wallte in dem jungen mädchen auf sie wollte heim auf einige zeit heim um über weihnachten zu bleiben tante sophie sollte ihr wie einst dem kinde den christbaum in der trauten wohnstube anbrennen und so wurde verabredet dass sie in der kürze der heimkehrenden tante folgen solle aber ganz im stillen niemand durfte es wissen papa und großpapa sollten überrascht werden so geschah es an einem stillen milden abend zu ende des septembers daß die junge dame zu fuße von der bahn kommend den türflügel des packhauses hinter sich schloß und einen augenblick lächelnd unter dem dunklen torwege stehen blieb sie schien noch auf das knarren und ächzen des alten holzgefüges zu horchen ob schon es sofort verhalt war gerade diese laute hatten in ihr kindesleben hinein geklungen so weit sie zurückdenken konnte in ihre spiele im hofe und oft noch aufschreckend in das süße hindämmern des ersten schlafes hinein und wie oft hatte tante sophie erzählt daß gerade durch dieses tor jahrhunderte hindurch die leinenfrachten dieses goldbringende handelsgut der lamprechts in die welt hinausgegangen waren das hatte die wilde hummel damals nicht sonderlich interessiert jetzt aber flog ihr blick unwillkürlich empor als müsse er trotz der dunkelheit an der steinwölbung noch die spuren der hochgetürmten planwagen finden können in welchem lichte erschien ihr überhaupt jetzt der stille hof des alten patrizierhauses seit sie durch studium und belehrende reisen sehenden auges geworden war wie fest gebannt blieb sie stehen nachdem sie mit erregt pochendem herzen einige schritte vorwärts gelaufen unter ihren füßen raschelte dürres laub die mächtig gewachsenen lieben linden hatten bereits zum größten teil die blätter abgeworfen und hinter den stämmen dunkelten die mauern des uralten weberhauses heute wie an jedem abend kam der starke lichtstrom der großen wandlampe drüben aus den küchenfenstern er legte sich breit über den hof hin beschien grell wie immer seitwärts ein ganzes stück des anstoßenden spukhaften flügels und hob das mächtige steinerne brunnenbecken inmitten des hofes weiß aus dem abend dunkel und jenes beleuchtete stück fassade des zwischen das packhaus und das große nüchterne stiellose vorderhaus geklemmten seitenbaues zeigte zur überraschung der heimkehrenden den edelsten renaissance stil und die steinfigur die sich hoch über den vier wasserspendenden brunnenröhren hell bestrahlt erhob und nach welcher einst herbert und später auch reinhold mit kieseln geworfen sie war eine fein gegliederte brunnennymfe von schönstem ebenmaße jeder der vandalischen steinwürfe von damals entrüstete in diesem augenblick noch nachträglich die junge kunstverständige die thüringer fugger hatten die kauf und handelsherren lamprecht einst um ihres reichtums willen im volksmund geheißen in dem erbauer des seitenflügels mit dem dazugehörigen brunnen hatte aber auch etwas von dem kunstsinn der berühmten augsburger leineweber gelebt nur daß er seine schöpfung in herber stolzer verschmähung alles rühmens und preisens der öffentlichkeit entzogen und sie lediglich zur eigenen augenweide und befriedigung in der verborgenheit aufgerichtet hatte so war es recht die tochter des alten hauses hatte auch ihre dosis bürgerstolz im blute mitbekommen er trug in diesem moment der heimkehr seinen teil an dem freudig erregten schlag ihres herzens oh ja so ein ganz klein wenig hochmütig war man von der brunnenfigur hinweg glitt ihr blick über die küchenfenster und sie empfand eine helle wiedersehensfreude und lachte in sich hinein da war freilich von griechischen linien nicht die rede berbe tauchte aus der tiefe der küche auf und trat in den hellen lampenschein sie war noch ebenso bärenhaft vierschrötig und ungeschlacht wie ehemals das dürre graue um den kamm gewickelte zöpfchen am hinterkopf hatte sich in seiner position ausgezeichnet konserviert und das mundwerk ging flott wie immer einzelne laute ihrer spröden stimme kamen durch das offene fenster es ging überhaupt sehr lebhaft zu in der küche verschiedene hände mussten beschäftigt sein das geschirr abzuwaschen denn es klirrte und klapperte ohne aufhören berbe und der hausknecht trockneten die teller und ein hübscher junger bursch in feiner livret ging eilfertig ab und zu ohne zweifel war diner im hause margarete hatte schon beim heraustreten aus der finsteren torwölbung durch die flurfenster gesehen daß droben in der belle etage im großen salon der kronleuchter brannte das überraschte sie nicht tante sophie hatte ihr bereits in berlin gesagt daß jetzt immer etwas los sei zu hause zwischen den leuten bei hofe und amtsrats sei große herrlichkeit und der papa sei dadurch ein gar gesuchter mann und die braunen augen hatten dabei lustig gezwinkert ei nun das war ja die beste gelegenheit sich die herrlichkeit in bausch und bogen zu besehen ohne sich selbst sehen zu lassen gleichsam von der tiefe einer theaterloge aus es galt einen versuch sie ging durch die hausflur in die wohnstube da war es sehr dämmerig das gaslicht kam schwach durch die fenster herein und warf nur einen intensiveren lichtfleck auf die eine wandfläche auch auf das zifferblatt der schönen großen wohlbekannten standuhr das behäbig langsame ticken des alten inventarstücks berührte die heimkehrende herz bewegend wie ein gruß von lieber menschenstimme tante sophie war nicht da sie hatte selbstverständlich oben alle hände voll zu tun dafür war das ganze große zimmer von dem duft ihrer lieblingsblumen erfüllt auf dem esstisch stand ein mächtiger strauß lefkojen und reseda wohl der letzte für dieses jahr aus tante sophiens eigenen kleinen garten vor dem tore wie das alles anheimelte margarete warf hut und mantel auf einen stuhl schwang sich auf den hohen fenster tritt und sah hinaus über den gas hellen markt hin alles wie sonst da sie noch in den kinderschuhen gesteckt und die scharfen steinkanten des holprigen pflasters unter den sohlen gefühlt da der kleine zum teil noch von uralten verteidigungsmauern eifersüchtig umschlossene straßenkomplex stadt b genannt für sie die welt bedeutet hatte in der sie um jeden preis leben und sterben gewollt alles wie sonst der bemoeste neptun auf dem marktbrunnen das eckhaus schräg gegenüber mit seinem steinbild über der gewölbten türe welches besagte daß der hausbesitzer zum bierbrauen berechtigt sei die schrille kleine glocke auf dem rathaustürmchen die eben halb acht schlug das ferne klingeln verschiedener schellen an den ladentüren und auch die edle wißbegierde der guten landsmänninnen die dort in einem trupp an der straßenecke standen und schlafende kinder in ihre weiten runden kattunmäntel gewickelt lange hälse machten sie konnten sich nicht satt sehen an dem kronleuchter der droben in lamprechts guter stube brannte und zischelten wacker durcheinander der richtige rechtschaffende klatsch an der straßenecke die junge dame verließ ihren hohen standpunkt am fenster und lachte sie machte es ja nicht besser als die schnatternde gesellschaft da drüben sie huschte ja jetzt auch hinauf um zu sehen was alles dieser kronleuchter beschien Ende von Kapitel 7 Kapitel 8 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Frau mit den Karfunkelsteinen Von Eugenie Malit Kapitel 8 Das lautlose Huschen wurde ihr nicht schwer Ein neuer, breiter Läufer von dickflaumigem Teppichstoff verschlang jeden Fußtritt auf der Treppe Vor Margarete her eilte der Livretbediente mit einer Platte voll Seltaswasserflaschen hinauf Er bemerkte die junge Dame nicht und droben ließ er achtlos die Türe offen Weit genug für einen Flederwisch wie sie, meinte sie und huschte durch den Spalt Der Flursaal war spärlich beleuchtet Nur aus der weit offenen Salontür strömte der Kerzenglanz und teilte als breiter Streifen den mächtigen Raum in zwei Hälften Und in dem Moment, wo der Bediente mit seinen Flaschen in die offene Salontüre trat Schlüpfte Margarete hinter ihm weg in den dunklen Hintergrund Und trat in eine der Fensternischen Sie konnte einen großen Teil des Salons überblicken Und es war wirklich, als säße sie in der Theaterloge Und sähe ein interessantes Lustspiel Der ersten Liebhaberin, das war die junge Fremde dort an der Tafel zweifellos Konnte sie gerade in das Gesicht sehen Es war ein hübsches, volles, ruhig lächelndes Gesicht Auf schneeweißem, rundem Halse und breiten, üppig schönen Schultern Die junge Dame saß so, daß für die Beschauerin draußen Der alte, berühmte, lamprechtsche Tafelaufsatz Ein prächtiges, mit Früchten und frischen Blumen beladenes Kaufvarteischiff von gediegenem Silber Dicht neben ihr zu stehen schien Das gab ein farbenprächtiges Bild Frischer waren die Blumen auch nicht Als der blonde Mädchenkopf mit seinem strahlenden Teint Also, das war sie Diese Heloise von Taubeneck Die gegenwärtig eine so dominierende Rolle Bei Amtsrats spielte Nun, verwunderlich war es gerade nicht Daß die Großmama über diese neue Beziehung So ganz und gar aus dem Häuschen sein sollte Wie Tante Sophie sich in Berlin ausgedrückt hatte Eine Nichte des Herzogs Sei es auch nur die Tochter des verstorbenen Appanagierten Prinzen Ludwig Aus einer unebenbürtigen Ehe Der einst Schwiegertochter nennen zu dürfen Das übertraf ja weit, weit Großmamas kühnste Wünsche Wie sie wohl dies unmenschliche Glück ertrug Nun, die ehrgeizige alte Dame lehnte denn auch dort an der Schmalseite der Tafel Mit stolzseligem Gesichtsausdruck und die Hände fast andächtig gefaltet in ihrem Stuhl Und verwandte kein Auge von der blonden Schönheit neben dem Sohn Dem einzigen, dem Vergötterten Der in rapider Geschwindigkeit Staffel um Staffel im Staatsdienst erstieg Und mit neunundzwanzig Jahren schon ein Herr Landrat war Wie oft hatte ihn Margarete als Kind aus Papas Munde Spottweise Unser zukünftiger Minister nennen hören Nun war er in der Tat dem hochgesteckten Ziel nahe Wie Tante Sophie in Berlin erzählt Sie hatte gesagt, man munkele bereits im Lande, daß ein Wechsel in Sicht sei Der bisherige Chef des Ministeriums kränkele und habe den Wunsch, nach dem Süden zu gehen Schlechte Leute aber behaupteten, seine Exzellenz tue keine Ader weh Die Diagnose rühre nicht vom Arzt, sondern von einer hohen Persönlichkeit her Und der Herr Landrat Marschall würde, trotz seiner ausgezeichneten Fähigkeiten Keinesfalls den Harras Sprung in die hohe Stellung machen Wenn nicht eben jenes Fräulein Heloise von Taubenneck wäre Ja, die Welt ist gar schlecht mit ihren losen Zungen Damit waren diese neuesten Nachrichten aus der Heimat Unter bedauerlichem Achselzucken geschlossen worden Aber der Schalk hatte der Tante aus jedem Augenwinkel gelacht Übrigens sei Herbert wirklich ein vornehmer Mann geworden Hatte sie sich beeilt hinzuzusetzen Wie geboren zu einer hohen Beamtenstellung Wo man sich gegen Kreti und Pleti abschließen müsse Nun ja, er war ein hübscher Mann geworden Eine echte Diplomatenfigur mit seiner vornehmen Sicherheit in Tun und Wesen Wenn sie ihm in der Fremde plötzlich begegnet wäre Da hätte sie vielleicht gestutzt Aber auf den ersten Blick ihn sicher nicht erkannt Sie hatte ihn lange nicht gesehen Es mochten wohl sieben Jahre darüber vergangen sein Als Student hatte er seine Freizeit meist auf Reisen verlebt Und wenn er ja einmal nach Hause gekommen Da war sie dem eingebildeten Studiosus Der immer noch keinen Bart und deshalb auch kein Anrecht Auf den diktatorisch geforderten Onkeltitel hatte Glücklich aus dem Weg gegangen Er hatte nie gefragt, wo sie steckte Selbstverständlich Nun war ihm aber der Bart gewachsen Ein schöner, dunkler Am Kinn leicht geteilter Vollbart Und aus dem missachteten Studenten war ein Herr Landrat geworden Der noch dazu mit vollen Segeln auf seine Verheiratung lossteuerte Und binnen kurzem eine Tante an seiner Seite haben würde Da konnte man guten Gewissens Onkel sagen Jawohl, unbedenklich Das junge Mädchen in der dunklen Fensterecke lächelte schelmisch Und ließ die Augen weiter schweifen Bei Betreten des Flursaals war ihr ein lautes Stimmen durcheinander entgegengekommen Man hatte sehr lebhaft gesprochen Und sie meinte auch, Papas geliebte, raue Stimme herausgehört zu haben Mit dem Eintritt des Bedienten jedoch war es stiller geworden Und jetzt sprach nur eine einzige, ganz angenehme, wenn auch etwas fette Frauenstimme Sie schien gewissermaßen zu dominieren Und in der Modulation lag, besonders wenn es galt, eine eingeworfene Frage zu beantworten Eine merkliche Herablassung Margarete konnte die Sprecherin nicht sehen Sie mochte dem Papa zur Rechten sitzen Während Fräulein von Taubenegg links seine Nachbarin war Die unsichtbare Dame erzählte einen Vorfall bei Hof Hübsch und anschaulich Unterbrach sich nur manchmal mit einem Nicht wahr, mein Kind? Was die schöne Heloise stets mit der Antwort Gewiß, Mama Prompt und gleichmütig bestätigte So war es also Frau Baronin von Taubenegg Die Witwe des Prinzen Ludwig Welcher neben dem Papa saß Wie stolz er aussah Die finstere Melancholie, welche die Tochter bei jedem Wiedersehen aufs Neue erschreckt hatte Schien heute wie weggewischt von den schönen, wenn auch stark alternden Zügen Die Großmama war somit nicht die Einzige, die sich in den Strahlen des über der Familie aufgehenden Glücksgestirns sonnte Frau von Taubenegg beschrieb eben mit gesteigerter Lebendigkeit Wie das Pferd des Herzogs alle Anstrengungen gemacht, seinen Reiter abzuwerfen Als sie plötzlich aufforchend verstummte Über ihre ziemlich laute Stimme hinweg schwebte ein Klang in das Zimmer herein Ein lang ausgehaltener Ton Es schwoll und schwoll und blieb doch geisterhaft zart und unirdisch Bis er plötzlich abriß, um eine Terz tiefer einzusetzen Magnifique! was für eine Stimme! Rief Frau von Taubenegg halblaut Bah, es ist ein junge gnädige Frau, ein aufdringlicher Bengel Der einem seine Kehltöne an den Kopf wirft, wo man geht und steht Sagte Reinhold, der an der Tischecke neben der Frau Amtsrätin saß Seine schwache, knabenhafte Stimme bebte in verhaltenem Ärger Ei, nun ja, du hast recht Die Singerei im Packhaus wird auch mir nach gerade zu viel Bestätigte die Großmama und sah ihn besorgt von der Seite an Aber es fällt mir doch im ganzen Leben nicht ein, mich darüber zu ärgern Hübsch ruhig, Reinhold, die Familie im Packhaus ist für uns ein notwendiges Übel An welches man sich mit der Zeit gewöhnt, du wirst es auch lernen Nein, Großmama, grundsätzlich nicht, versetzte der junge Mann Während er mit nervöser Hass seine Servierte zusammenfaltete und sie auf den Tisch warf Puh, wie heftig, lächelte Fräulein von Taubenegg Was für herrliche Zähne sie hatte Viel Lärm um nichts Es ist mir nicht erfindlich, wie sich Mama durch die paar Töne unterbrechen lassen konnte Noch weniger aber begreife ich ihren Zorn, Herr Lambrecht So etwas höre ich gar nicht Sie hob den Weißen bis an die Schulter entblößten Arm Nahm eine schöne Orange von dem Tafelaufsatz und fing an, sie zu schälen Reinholds bleiches Gesicht rötete sich ein wenig Er schämte sich seiner Heftigkeit Ich ärgere mich nur, entschuldigte er sich, daß man den Sing-Sang so widerspruchslos hinnehmen muß Der eitle Bursche sieht jedenfalls, daß wir Gesellschaft haben und meint, er gehöre dazu Unverschämt, er will um jeden Preis bewundert sein Wenn du das denkst, da bist du aber stark auf dem Holzweg, Reinhold Sagte Tante Sophie eben hinter ihm weggehend Sie hatte bisher an der Kaffeemaschine ihres Amtes gewaltet Und einen stark duftenden Trank gebraut, dessen erste Tasse sie auf einem Silbertällerchen Der Frau von Taubenegg persönlich präsentierte Sie war in ihrem schweren, schwarzseitenen Ripskleide Das volle graue Haar saß wie immer in zwei glänzende Scheitelpuffen zu beiden Seiten der hellen Stirn Und darüber her fiel eine schöne schwarze Spitze Sie sah ganz vornehm aus, die mittelgroße, gut konservierte Gestalt mit ihrem sicheren Auftreten Und die Zuckerschale von der Tafel nehmend, setzte sie hinzu Der Kleine fragt nicht viel nach unsereinem Der singt für sich selbst wie der Vogel auf dem Zweig Das quillt ihm nur so aus der Brust Und ich habe zu jeder Stunde meine Freude daran Es ist die reine Pracht und Herrlichkeit Eine wahre Gottesstimme Hören Sie's? Sie sah sprechend über die Tafelrunde hin Und neigte den Kopf nach der Richtung des Hofes »Die Himmel rühmen des ewigen Ehre«, sang der Knabe drüben im Packhause Eine lieblichere Stimme hatte wohl noch nie zu Ehren Gottes gesungen Reinhold warf der Tante einen Blick zu, der die Lauscherin im Fensterwinkel empörte »Wie kannst du dich unterstehen, in diesem auserwählten Kreise mitzureden?« Diese Frage lag deutlich genug in den hochmütigen, fast farblosen Augen Und daneben sprühte die tiefste Erbitterung Margarete kannte ja das schmale, fleischlose Gesicht Auf welchem das Muskelspiel so harte, scharfe Linien zog In jeder Regung Sie hatte es als Kind ängstlich studieren gelernt Aus schwesterlicher Liebe und auch, weil man gewohnt war Sie für jeden Heftigkeitsausbruch des schwächlichen Knaben verantwortlich zu machen Geändert hatte er sich nicht Er war immer gewohnt gewesen, um seines Leidens willen in allem seinen Kopf durchsetzen zu dürfen Auch jetzt trieb ihm sein bodenloser Eigensinn das Blut dunkel nach dem Gesicht Nervös unruhig griff seine Hand nach verschiedenem Gerät auf der Tafel und stieß es durcheinander Bis ein scharfes Klirren die unwillkürlich Lauschenden aufschreckte »Pardon, ich war sehr ungeschickt«, stammelte er kurzatmig »Aber die Stimme macht mich ganz nervös Sie klingt mir im Ohr, wie wenn ein Trinkglas mit nassem Finger bestrichen wird« »Nun, dem ist ja abzuhelfen, Reinhold«, sagte Herbert beruhigend Er stand auf und kam heraus in den Flursaal, um die der Salontüre gegenüberliegenden offenen Fensterflügel zu schließen Also auch darin hatte sich nichts geändert Reinhold war stets Herberts Protégé und Liebling gewesen Und wie einst der Primaner und Student beeifert gewesen war Dem kränklichen Neffen alles Ärgerliche und Verstimmende aus dem Wege zu räumen So tat es auch in dieser Stunde noch der Herr Landrat Den Flursaal entlanggehend inspizierte er auch die anderen Fenster Und kam an Margaretes Versteck heran Sie drückte sich tiefer in die finstere Ecke Und dabei rieb sich ihr Seidenkleid knisternd an der Wand »Ist jemand hier?«, fragte er aufhorchend Sie lachte in sich hinein »Ja«, sagte sie halblaut »Aber kein Dieb oder Mörder Auch nicht die Ahne Dorothee aus der Spukstube Du brauchst dich nicht zu fürchten, Onkel Herbert Es ist nur die Greta aus Berlin« Damit trat sie aus dem Fensterwinkel Ein schlankes Mädchen, das sich lächelnd mit lässiger Grazie ein wenig vorbog Um sich zur Bestätigung von dem letzten Schrägstreifen des Kerzenlichtes bescheinen zu lassen Er war unwillkürlich zurückgewichen und sah sie an, als traue er seinen eigenen Augen nicht »Margarete?«, wiederholte er ungewiss fragend und reichte ihr etwas zögernd die Hand hin Sie legte die ihre Kühl hinein und er ließ sie ohne Druck wieder fallen Eine recht steife Begrüßung, aber ganz in Ordnung »So bei Nacht und Nebel kommst du heim?«, fragte er wieder »Und niemand im Haus weiß um dein Kommen?« Ihre dunklen Augen blitzten ihn mutwillig an »Ja, weißt du, einen Kurier wollte ich nicht vorausschicken Das kommt ein bisschen zu teuer für meine Einkünfte Und da dachte ich mir, unterbringen werden sie dich schon zu Hause Auch wenn du unverhofft kommst Nun, wenn ich einen Augenblick im Zweifel war Ob die junge Dame da wirklich die übermütige Grete sei So weiß ich's jetzt Du kommst zurück, wie du gegangen bist Ich will's hoffen, Onkel Er wandte das Gesicht halb zur Seite Und da war's, als gehe ein leises Lächeln durch seine Züge »Was soll aber nun werden?«, fragte er »Willst du nicht hereinkommen?« »Oh, beileibe nicht Die Herbstkühle in den Kleidern, Ruß und Staub auf dem Gesicht Dazu eine heruntergetretene Falbel am Rock Und ein paar zerplatzte Handschuhe in der Tasche Ein schönes Debüt vor dem Staatswrack und brillanten Hofschleppen Sie deutete nach dem Salon Wo bereits wieder eine laute, lebhafte Konversation im Gange war Auf keinen Fall, Onkel Du wirst dich doch nicht mit mir blamieren wollen Nun, wie du willst, sagte er kühl und zuckte die Schultern Wünschest du, dass ich dir den Papa oder Tante Sophie herausschicke? Gott behüte!« Sie trat unwillkürlich weiter vor und streckte die Hand aus, um ihn zurückzuhalten Dabei tauchte ihr Kopf für einen Moment tief in das herüberströmende Licht Ein feiner, anziehender Kopf, den dunkle Locken umwogten Gott behüte, was denkst du? Zu einer Begrüßung im Dunkeln sind mir die beiden viel zu lieb Ich muss ihre Gesichter klar vor mir haben Muss sehen, ob sie sich freuen Und müssen denn die da drüben durchaus wissen Dass du mich als Horcherin an der Wand ertappt hast? Ich schäme mich ohnehin genug Aber das Licht hier oben lockte zu verführerisch Und da taumelte die dumme Motte hinein Nun gehe ich wieder Ich habe genug gesehen So? Und was hast du denn gesehen? Oh, sehr viel Schönheit Wirkliche, bewundernswürdige Schönheit, Onkel Aber auch viel Vornehmheit Viel Herablassung Zu viel für unser Haus Die Deinen finden das nicht, sagte er scharf Es scheint so, gab sie achselzuckend zu Die sind aber auch viel gescheiter als ich Mir hat von jeher der Dünkel meiner Ahnen Der alten Leinenhändler im Blute gesteckt Ich lasse mir nicht gerne etwas schenken Er trat von ihr weg Ich werde dich wohl deinem Schicksal überlassen müssen Sagte er trocken Mit einer leichten, steifen Neigung des Kopfes Oh, bitte Nur noch einen Augenblick Wäre ich die Frau mit den Karfunkelsteinen Dann könnte ich ungefährdet verschwinden Und brauchte dich nicht zu inkommodieren So aber muss ich dich bitten Für einen Moment die Salontüre zu schließen Damit ich vorüber kann Er schritt rasch nach der Türe Ergriff beide Flügel Und zog sie hinter sich zu Margarete flog durch den Flursaal Sie hörte, wie drinnen einstimmig Gegen das Schließen der Türe protestiert wurde Und da sie die äußere Türe hinter sich zudrückte Sah sie noch, wie die beiden Flügel langsam wieder aufgingen Wie sich der bärtige Männerkopf Noch einmal verstohlen herausbog Jedenfalls um zu sehen Ob der Eindringling den Ausweg gefunden hatte Lustig Der steifnackige Herr Landrat Und die übermütige Grete im Komplott Das hätte er wohl zehn Minuten zuvor Auch nicht träumen lassen Ein Aufschrei empfing sie Als sie wieder in die dämmerdunkle Wohnstube trat Die nach der Küche führende Türe wurde aufgerissen Und Berbe rannte hinaus Dass ihr die Röcke flogen Sei gescheit, Berbe Rief Margarete lachend Und ging ihr nach Bis auf die Schwelle der hell erleuchteten Küche Ich sehe ihr ja gar nicht ähnlich Der im Roten Salon Und so durchsichtig wie die spinnwebige Frau Judith Bin ich doch wahrhaftig auch nicht Komm her und gib mir die Hand Alte treue Seele Hab mich gar manches Mal nach dir gesehnt Da Sie streckte ihre schöne schmale Hand hin Sie ist warm und von Fleisch und Bein Du kannst sie getrost anfassen Und die alte treue Seele War plötzlich wie närrisch vor Freude Sie faßte nicht nur die Hand Sie schüttelte sie auch Daß dem jungen Mädchen Hören und Sehen verging Und die Tränen stürzten ihr aus den Augen Ja, da waren nun fünf Jahre nur so verflogen Der Mensch wußte nicht wie Und aus dem Gretel war eine Dame geworden Fix und fertig wie ein Döckchen Aus dem Ausbund Wie die kleine wilde Katze Ist sie mir gar manches Mal Von rückwärts auf meinen breiten Buckeln aufgesprungen Wenn ich kein Arg hatte Und in meinem Aufwasch vertieft war Sagte sie zu der Küchenmagd Und wischte sich lachend die Augen Ja, zum Umstürzen war der Schrecken manchmal Aber Ihre laute, grelle Stimme sank zum Flüstern herab Das sollten sie doch nicht, Fräulein Ich mein, mit solchen Wie die oben im Gange Muss sich der Mensch nicht vergleichen Es ist ein Aber dabei Und sie sind ohnehin so blass Gar so blass Margarete verbiß sich mit Mühe das Lachen Also auch da alles beim Alten Nun ja Ihre Mundwinkel zuckten in leiser Ironie An uns ist kein Tadel Gut konservativ sind wir Sagte Tante Sophie immer Wenn Reinhold die abgerissenen Arme und Beine Meiner Puppen Sorgfältig sammelte Und als alten Besitz respektierte Hast recht, Bärbe Blass bin ich Aber noch frisch genug, um mich meines Leibes und Lebens gegen deine Gespenster zu wehren Und du sollst sehen In unserer starken Thüringer Luft werden meine Backen bald rund und rot wie Borstorfer Äpfel sein Aber horch Durch das offene Küchenfenster klang wieder die Knabenstimme herein Jetzt sage mir Wer singt denn drüben im Packhause? Es ist der kleine Max Ein Enkelchen von den alten Lenzens Seine Eltern sollen gestorben sein Und da haben ihn die Großeltern zu sich genommen Er geht hier auf die Schule und muss wohl das Kind von einem Sohn sein Er heißt auch Lenz Sonst kann ich nichts sagen Sie wissen's ja Es sind so stille Leute Ob sie Freude oder Leid erleben Ein anderer Christenmensch erfährt's nicht Und unser Herr Kommerzienrat und die Frau Amtsrätin können's partout nicht leiden Wenn unser einer auch nur tut Als wohnten Leute im Packhause Es ist von wegen der Klatscherei Wissen Sie, Fräulein Richtig ist's ja So gemein darf sich ein Haus wie unseres nicht machen Der Kleine freilich fragt viel danach Was bei uns Brauch ist Es ist ein schönes Kind, Fräulein Gretchen Ein Staatsjunge Aber der ist vom ersten Tag an mir nichts dir nichts in den Hof runtergestiegen Und da spielt er wie von Rechts wegen Akkurat wie Sie und der junge Herr Reinhold Klein da rumgetollt haben Brav, mein Junge Ein tapferer kleiner Kerl Da ist Kraft und Selbstbewusstsein drin Nickte Margarete vor sich hin Was sagt denn aber die Großmama Ja, die Frau Amtsrätin Die ist freilich toll und böse Und der junge Herr erst Ach, ach Sie fuhr mit der Hand durch die Luft Da gibt's viel böses Blut Aber es hilft alles nichts Und wenn's noch so deutlich durch die Blume gegeben wird Der Herr Kommerzienrat hat keine Ohren Ich glaub, im Anfang hat er's gar nicht gesehen, dass das fremde Kind darum gelaufen ist, wo's nicht hingehört Er ist ja immer so in tiefen Gedanken Das kommt vom schwarzen Geblüt, Fräulein, nur davon Nun ja, und solche Leute sehen manchmal nicht rechts und links Und andere Menschen sind für sie nicht auf der Welt Wie's ihm aber doch endlich beigebracht worden ist, da hat er gesagt, sie sollen das Kind nur spielen lassen, wo es wollte Der Hof wäre groß genug Und dabei ist's geblieben Und der Ärger muss runtergewürgt werden Sie nahm eine Stecknadel aus ihrem Halstuch Und steckte eine halb gelöste Schleife Am Kleid der jungen Dame fest Dann zupfte sie die Spitzen im Halsausschnitt zurecht Und strich mit beiden Händen klettend Über den etwas zerknitterten Seidenrock So, nun kann's losgehen, sagte sie zurücktretend Die werden gucken da oben, so unverhofft und so mitten hinein in die große Gesellschaft Margarete schüttelte den Kopf, daß die Locken flogen Das war nun freilich nicht nach dem Sinn der alten Köchin Es sei heute extra schön oben, meinte sie Und beim Champagner würde es wohl richtig gemacht worden sein Zwischen der vom Hof und dem Herrn Landrat Ein paar schöne Menschen, Fräulein Und eine große Ehre für die Familie Schloß sie ihre Mitteilungen Gesehen hab ich freilich von der ganzen Herrlichkeit noch nichts Ich in meiner Küche hier unten Aber die Leute sagen's Und die Neidhammel in der Stadt sagen auch Die Frau Amtsrätin würde wohl noch platzen vor lauter Hochmut Ja, die losen Mäuler Der Mensch kann sich nicht genug in Acht nehmen Mit diesen Worten nahm sie eine Tischlampe vom Sims Um sie für Margarete anzubrennen Aber die junge Dame verbat sich alle Beleuchtung Sie wollte im Dunkeln warten, bis droben alles vorüber sei Und stieg jetzt wieder auf den Fenstertritt in der Wohnstube Da saß sie nun und sann Und zu allem, was durch den jungen Kopf flog Sagte die alte Uhr ihr ruhiges, gleichmäßiges Tick-Tack Und ebnete gleichsam die hochgehenden Wogen in der Seele Reinholds Gehässigkeit Und sein und der Großmama Hochmut Machten ihr das Blut wallen Aber es wurde niedergekämpft Nein, die Heimkehr in das väterliche Haus Ließ sie sich absolut nicht verbittern Fort mit den unerquicklichen Wahrnehmungen Da war das Gesicht der schönen Dame vom Hofe Das hatte nichts Aufregendes Sie mußte mehr überlegenen Verstandes Oder eine phlegmatische Natur sein Diese herzogliche Nichte Mit der unbeschreiblichen Ruhe und Gelassenheit In Zügen und Gebärden Früher hatte man kaum um die Existenz Der schönen Helois von Taubenegg gewußt Prinz Ludwig hatte einen hohen preußischen Militärposten bekleidet Und seinen Wohnsitz in Koblenz gehabt Nur selten war er an den heimischen Hof gekommen Und das den apanagierten Prinzen des herzoglichen Hauses Zur Verfügung gestellte Landschlösschen Der Prinzenhof Hatte lange Jahre unbewohnt gestanden Es lag außerhalb der Stadt Am Fuße eines ehemaligen Burgberges Dennoch einzelne Mauertrümmer krönten Und war ein einstöckiger Rokokobau Mit Mansarden Und den nötigen Remisen und Stallungen Die unter dem Laubdach dichter alter Nussbäume Völlig verschwanden Während sich vor der schnörkelnden Vorderfront Ein hübsches mit Blumengruppen und Statuen Geschmücktes Rosenparterre hinzog Vom Dambacher Pavillon aus Konnte man ja den Prinzenhof fast greifbar nahe liegen sehen Nun war er wieder bewohnt Und Tante Sophie hatte in Berlin Viel von dieser Veränderung gesprochen Die Witwe des Prinzen Ludwig war froh gewesen Nach seinem Tode hier unterkriechen zu können Wie sich der Kleinstädter insgeheim drastisch genug ausdrückte Denn an Barem hatte der Verstorbene so gut wie nichts hinterlassen Und die Witwenpension war keine allzu große Wie man aber wußte Hatte das herzogliche Paar eine warme Zuneigung Zu der jungen verwaisten Nichte gefaßt Und vorzugsweise aus dem Grunde mochte es wohl geschehen Daß den beiden Damen Subsistenzmittel zuflossen Und Vorrechte zugestanden wurden Auf die sonst nur ebenbürtige Anspruch hatten Nun die Equipage, die eben über den Markt heranbrauste Und draußen vor der Türe hielt War elegant genug, um ein fürstliches Geschenk zu sein Der offene Wagen funkelte und glitzerte im Gaslicht Und das feurige Gespann schnaubte und stampfte vor Ungeduld Es währte geraume Zeit, bis man sich droben entschloss aufzubrechen Bis das Stimmengeräusch der Gesellschaft die Treppe herabkam Und der große Flügel des Haustores zurückgeschlagen wurde Um den starken Lichtschein der Flurlampen Auf das Trottoir draußen strömen zu lassen In diese grelle Beleuchtung trat zuerst die Baronin Taubeneck Und watschelte an Herberts Arm nach dem Wagen Sie war von einer übermäßigen Korpulenz Und die Tochter, die ihr folgte Mochte ihr später darin ähnlich werden Jetzt freilich hatte ihre hohe, volle Gestalt Noch schöne, ebenmäßige Linien Sie zog die schwarze Spitzenhülle fester Über das tief in die Stirn fallende Blondhaar Setzte sich vornehm ruhig neben die keuchende Mama Und sah sehr teilnahmslos auf die übrigen Gäste herab Welche, noch einmal sich verabschiedend, den Wagen umringten Um sich dann nach allen Richtungen hin zu zerstreuen Herbert war sofort mit einer tiefen Verbeugung zurückgetreten Das sah nicht aus, als habe die Verlobung in der Tat stattgefunden Die Frau Amtsrätin dagegen hatte die Hand der jungen Dame Zwischen die ihren genommen Sie presste sie unter fortwährendem, nahezu aufdringlichem Sprechen Und bog plötzlich, wie von Zartlichkeit überwältigt, ihr Gesicht auf die hellbe Handschute rechte Um, Margarete vermochte nicht zu unterscheiden, ob den Mund oder die Wange darauf zu drücken Sie fuhr unwillkürlich vom Fenster zurück Das Blut stürmte ihr heiß nach den Schläfen Sie schämte sich in finsterer Seele für die alte, weißhaarige Dame Die ihre sonstige stolze Gemessenheit und Würde Einem so jungen Geschöpf gegenüber völlig verlor Ganz verbittert sprang sie vom Fenstertritt In was für ein armseliges, beschränktes Tun und Treiben war sie zurückgekommen Hatte sie deshalb den weiten Flug in fremde Lande und alte Zeiten gemacht Und sich an dem berauscht, was der Menschengeist im edlen Schönheitsgefühl Im Freiheitsdrange an Idealen ersonnen und erstürmt Um hier, an der widerlichsten Kriecherei zu sehen, wie geistig arm der Mensch werden kann Nein, der Käfig war zu eng Auch nicht die äußersten Spitzen der freiheitsgewohnten Flügel ihres Geistes opferte sie Um sich ihm anzubequemen Das, was augenblicklich dominierend und entnervend durch das gesamte moderne Leben ging Der Servilismus, die Machtanbetung, das ungenierte Buhlen um die Gnade einflussreicher Persönlichkeiten Das waren jetzt die Gespenster im Lambrechtshause, gegen die sie sich ihres Leibes und Lebens zu wehren hatte Wahrlich, die schöne Frau mit den Karfunkelsteinen, die einzig aus rücksichtsloser, heißer Liebe die Grabesruhe verwirkt Sie stand groß neben den kleinen Seelen Ende von Kapitel 8 Gelesen von Hukuspokus Kapitel 9 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Malit Kapitel 9 Draußen rollte der Wagen davon Margarete verließ die Wohnstube Aber sie flog nicht, wie sie wohl gleich beim Kommen im ersten Impuls getan, den ihren entgegen Wie angefröstelt stieg sie langsam die wenigen in die Hausflur führenden Stufen hinab Herbert schien eben die Treppe hinaufgehen zu wollen Und der Kommerzienrat kam über die Schwelle in die Hausflur zurück Auf seinem Gesicht lag noch der Glanz befriedigten Stolzes auf die seinem Hause widerfahrene Ehre Er stutzte bei Margaretens Erblicken Breitete aber gleich darauf unter einem Freudenruf die Arme aus und zog die Heimgekehrte an seine Brust Und da war auch wieder ein Lächeln auf ihren Lippen Ei, bist du es wirklich, Gretchen? Rief die Frau Amtsrätin, die in diesem Augenblick in Reinholds Begleitung von draußen hereintrat So ganz wiedererwarten? Sie ließ die Schleppe, die sie mit spitzen Fingern sorgsam hoch über den Boden hielt, rauschend niedersinken, streckte dem jungen Mädchen die Rechte entgegen Und hielt ihr mit würdevoller Grazie die Wange zum Kusse hin Das schien die Enkelin nicht zu bemerken Sie berührte die großmütterliche Hand mit ihren Lippen und schlang dann die Arme um den Hals des Bruders Ja, sie hatte ihm vorhin ernstlich gegrollt Aber er war ja ihr einziger Bruder Und er war krank Das heimtückische Leiden raubte ihm die Jugend Allen Glanz, allen Zauber der himmlisch schönen 18 Jahre Und wie das Herz unruhig und beängstigend hastete in der schmalen Brust, an welche sie sich schmiegte Wie sein Körper sich frostig schüttelte unter dem kühlen Nachthauch, der vom Markte hereinblies Gehen wir hinauf Die zugige Hausflur ist ein schlechter Begrüßungsort Mahnte der Kommerzienrat Er legte seinen Arm wieder um Margarethens Schultern und stieg mit ihr die Treppe hinauf Herbert nach, der um eine Anzahl Stufen voraus war Großes Mädchen, sagte der Papa und maß mit väterlich stolzem Blick die jugendliche Gestalt neben sich Ja, sie ist noch recht gewachsen, meinte die Großmama, die an Reinholds Arm langsam nachkam Muss du nicht auch lebhaft an Fennys Züge und Erscheinung denken, Balduin? Nein, ganz und gar nicht Die Gretel hat ein echtes Lamprechtsgesicht Entgegnete er und seine Stirn verfinsterte sich Drogen im großen Salon stand Tante Sophie an einem Seitentisch und zählte das gebrauchte Silberzeug in einen Korb Sie lachte über das ganze Gesicht, als Margarethe auf sie zuflog Dein Bett steht bereit auf dem nämlichen Platz, wo du als Kind alle deine lustigen und dummen Streiche verschlafen hast Sagte sie, nachdem sie unter der stürmischen Umarmung des jungen Mädchens zu Atem gekommen war Und in der Hofstube nebenan ist's auch ganz huschelig und gemütlich, wie du's immer gern hattest Also ein Komplott, meinte die Frau Amtsrätin mit scharfer Rüge Tante Sophie war die Vertraute und wir anderen mußten uns bescheiden, bis der große Moment gekommen war Sie zog dir mit den Schultern und ließ sich auf den nächsten Stuhl nieder Wäre er nur früher gekommen, dieser große Moment, Grete Aber deine Heimkehr jetzt hat so gut wie gar keinen Zweck Der Hof geht in den nächsten 14 Tagen nach M. zurück Von einer Vorstellung wird kaum noch die Rede sein können Sei du froh, liebe Großmama, du würdest doch keine Ehre mit mir einlegen Du glaubst gar nicht, was für ein Hasenfuß ich bin Was für ein schauderhaft teppisches Ding, wenn ich die Courage verliere Das heißt, vor unseren lieben alten Herrschaften würde ich standhalten Die sind mild und gütig und verschüchtern ein zaghaftes Menschenkind nie geflissentlich Aber die anderen Sie brach ab und fuhr sich mit der Hand unwillkürlich durch die Locken Deshalb bin ich ja aber auch gar nicht gekommen, Großmama Der Weihnachtsbaum hat mir's angetan Weihnachten drunten in der Wohnstube Ich habe mich satt gesehen an all den Konfektfiguren und den Buchbindermeisterwerken Die Tante Elise kauft und mühelos an den Baum hängt Ich will wieder jene Vorbereitungsabende durchleben Wo es draußen stürmt und schneit Und drin in der warmen Stube die Nüsse auf dem Tische rasseln Das Blattgold herumfliegt Und aus der Küche der Duft von selbstgebackenen Kringeln Und allerhand undefinierbarem Wundergetier Durch die Schlüssellöcher und Türspalten zieht Das Hübscheste wird freilich fehlen Tante Sophiens verdeckter Nähkorb Aus welchem dann und wann ein Entchen von angefangenem Puppenstaat guckte Und über die Bilderbücher bin ich leider auch hinaus Aber von Bärbel verlange ich nach wie vor meinen Pfefferkuchenreiter Kinderrei! schallt die Frau Amtsrätin ärgerlich Schäme dich, Grete Du kommst ja nicht um ein Haargewässer zurück Ja, das sagt der Onkel Herbert auch schon Nicht in dem Sinne, berichtigte der Landrat kühl Er war mit in den Salon hereingekommen Hatte sich bis dahin vollkommen passiv verhalten Und stand eben vor dem Tafelaufsatz Wo er mit vorsichtigem Finger die Blumen und Früchte auseinanderschob Um das wundervoll gearbeitete Takelwerk des Silberschiffes besser sehen zu können Ob er das alte, wohlbekannte Familienschaustück der Lamprechts Wirklich noch nicht gesehen hatte, der Herr Landrat Was? Du hast den Onkel schon gesprochen? Fragte Reinhold, sehr erstaunt von der Birne aufblickend, die er sich schälte Wie ist denn das möglich? Sehr leicht, Holtchen, die weil ich vorhin in Person hier oben gewesen bin Doch nicht in der Absicht einzutreten Rief die Frau Amtsrätin in nachträglichem Schrecken Mit der Eskimo-Frisur und in dem grässlichen schwarzen Fähnchen Setzte Reinhold mit einer grotesken Abscheugebärde hinzu Hast dich ja ganz famos herausgeputzt in deinem Berlin, Grete Margarete lachte und sah auf ihr Kleid herab Alteriere dich nicht, Reinhold, es ist nicht mein einziges und bestes Sie wandte den Rocksaum musternd und achselzuckend hin und her Armes Fähnchen! Frisch ist's freilich nicht mehr Es musste mit mir durch Pyramiden und Katakomben kriechen Und ist von Gletschereis und Gebirgsregen oft windelnass gewesen Der gute alte Kamerad Nun habe ich mich seiner geschämt und ihn verleugnet Onkel Herbert kann's bezeugen, dass ich mir selber nicht schön genug war Um vor dem hohen Besuch zu debütieren Ich bitte dich um Himmels Willen, Kind Tue mir den einzigen Gefallen und fahre dir nicht so nach jungen Art durch die Haare Unterbrach sie die Großmama Eine schauderhafte Angewohnheit Wie kommst du nur auf die wahnsinnige Idee, dir das Haar kurz zu schneiden? Ich musste, Großmama Und ohne ein paar heimlicher Tränen ist's auch nicht abgegangen Das leugne ich gar nicht Aber es war oft zum Verzweifeln, wenn die Zöpfe morgens beim Flechten kein Ende nehmen wollten Und Onkel Theo bald draußen vor der Türe wartete Und auf und ab lief vor Ungeduld und Angst, dass wir den Zug oder die Post versäumen könnten Und da machte ich kurzen Prozess, als es nach Olympia gehen sollte und griff zur Schere Ich hätte mich kahl geschoren, wenn es nötig gewesen wäre So ungeduldig und auf das Weiterkommen erpicht war ich selbst Übrigens ist die Sache gar nicht so schlimm, Großmama Mein Struwelhaar wächst wie Unkraut Und ehe du dich versiehst, ist wieder ein ganz respektabler Zopf da Da kannst du warten Warf die alte Dame trocken ein Unsinn, kapitaler Unsinn Platzte sie dann zornig heraus Tante Elise konnte auch besser aufpassen und den Streich verhindern Die Tante? Ach Großmama, da sieht's erst schlimm aus Mindestens um eine Handbreit kürzer als dies Sie zog einen ihrer Lockenringel mit einem schelmischen Lächeln in die Länge Na, ihr mögt ein schönes Zigeunerleben führen auf euren gelehrten Touren Rief die alte Dame indigniert und strich nervös erregt einige Tortenkrümel auf dem Tafeltuch zusammen Wie meine Schwester es fertig bringt, sich den Berufsstudien ihres Mannes so unterzuordnen, das ist mir geradezu unfasslich Wo bleibt da das Recht der Frau auf die eigene angenehme Lebensstellung? Nun, es ist ihre Sache Wie man sich bettet, so liegt man Aber was soll nun werden? Sieh dir doch einmal das Mädchen an, Balduin Jahre können vergehen, bis sie wieder präsentabel ist Ich frage dich, Grete Wie willst du es anfangen, in dem kurzen Gewirr eine Blume festzustecken, von einem Schmuckstück gar nicht zu reden? Die Rubinsterne zum Exempel, die deiner seligen Mama so unvergleichlich standen Ah, die Karfunkelsteine? Die schöne Dore im roten Salon hat sie auf dem Toupet? Fiel Margarete lebhaft fragend ein Ja, Gretel, dieselben Bestätigte der Kommerzienrat, der sich bis dahin schweigend verhalten Und eben ein Glas Champagner rasch geleert hatte, anstelle der Großmama Er war erblast, aber die Augen glühten ihm unter der Stirn Und seine Finger umklammerten das Glas, als wollten sie es zu Scherben zerdrücken Ich habe dich herzlich lieb, Kind, und will dir geben, was dein Herz verlangt Aber die Rubinsterne schlage dir aus dem Sinne Solange ich lebe, kommen sie in kein Frauenhaar mehr Die Frau Amtsrätin fuhr sich mit dem Taschentuch über die Augen Und sah mit traurig gesenkten Mundwinkeln in ihren Schoß nieder Ich begreife, ich verstehe dich, lieber, lieber Balduin Sagte sie in tief mitfühlendem Ton Du hast Fanny allzu sehr geliebt Ein bitteres Lächeln flog über sein Gesicht Und er hob die breiten Schultern, als wolle er eine namenlose innere Ungeduld abschütteln Klirren stieß er das Glas auf den Tisch Und ging mit dröhnenden Schritten in das Nebenzimmer, die Türe hinter sich zudrückend Armer Mann, sagte die Frau Amtsrätin halblaut Und beschattete einen Moment mit der Hand die umflurten Augen Ich bin untröstlich über meine Ungeschicklichkeit Ich hätte nicht an diese nie heilende Wunde rühren sollen Und gerade heute war er so heiter Ich möchte sagen, stolz glücklich Seit Jahren habe ich ihn zum ersten Mal wieder lächeln sehen Ach ja, es waren aber auch wieder einmal ein paar himmlisch schöne Stunden Unvergeßlich schön und beglückend Nur eines hat mir ein paar Mal tatsächlich den Angstschweiß auf die Stirn getrieben, liebste Sophie Das leise aneinanderklirren des Silbers hinter ihr verstummte Tante Sophie horchte pflichtschuldigst dem, was da kommen sollte Es wurde zu langsam serviert Mein Schwiegersohn wird wohl für solche Fälle noch helfende Hände akquirieren müssen Gott behüte Großmama, was soll denn das kosten? Protestierte Reinhold Wir haben unseren Etat für dergleichen Und der wird absolut nicht überschritten Franz muss eben seine faulen Beine besser rühren Ich werde künftig schon Feuer dahinter machen Die Großmama schwieg Sie nahm ein paar halbwelke Rosen Die Fräulein Heloise von Taubeneck in der Hand gehabt Und auf ihrem Platz zurückgelassen hatte Und steckte ihr spitzes Näschen hinein Sie widersprach dem erregbaren Enkel nie direkt Es war aber hauptsächlich noch ein Bedenken Das mir im Verlauf des Essens beängstigend aufstieg, beste Sophie Sagte sie nach einer augenblicklichen Pause über ihre Stuhllehne zurück War nicht doch das Menü in etwas zu darber Weise zusammengesetzt? Wissen Sie, Liebste, ein wenig zu spießbürgerlich für unsere hohen Gäste Und das Roastbeef ließ auch viel zu wünschen übrig Sie brauchen sich wirklich nicht zu ängstigen, Frau Amtsrätin Entgegnete Tante Sophie mit ihrem heitersten Lächeln Der Küchenzettel war, wie ihn die Jahreszeit gibt Und ein Schelm gibt mehr, als er hat Und das Roastbeef war gut, wie es immer auf unserem Tisch drunten kommt Draußen im Prinzenhof verlangen sie das ganze Jahr durch Kein so feines, teures Stück, wie mir der Hofmetzger sagt So, hm, räusperte sich die Frau Amtsrätin Und vergrub ihr Gesicht einen Augenblick förmlich in den Rosen Ach, dieser köstliche Duft, liswilte sie Sieh mal, Herbert, diese weiße Teerose ist eine Neuheit aus Luxemburg Wie mir Fräulein von Taubeneck sagte Der Herzog hat sie ganz extra für den Prinzenhof kommen lassen Der Herr Landrat nahm die Rose Er besah ihren Bau, prüfte den Duft und gab sie seiner Mutter zurück Ohne eine Miene zu verziehen Wer sah diesem Mann an, dass er einst eine solche weiße Rose Mit einer Wut und Glut, als sei er plötzlich wahnwitzig geworden Geraubt und verteidigt und um keinen Preis wieder herausgegeben hatte Margarete hatte diesen rätselhaften Vorgang nie vergessen können Und jetzt war er ihr freilich kein Rätsel mehr Der damalige Primaner hatte das schöne Mädchen im Packhause offenbar geliebt Es war eine erste schwärmerische Schülerliebe gewesen Die er von seinem jetzigen Standpunkt aus natürlicherweise mitleidig belächelte Die Zeit der Lyrik war längst vorüber Und die strenge Prosa des trockenen, berechnenden Verstandes war an ihre Stelle getreten Da war der Papa, der sich eben mit seinem Schmerz in das Nebenzimmer geflüchtet Doch ein anderer Er konnte nicht vergessen Das Herz wallte ihr über von Mitleid und warmer, kindlicher Liebe Kaum wissend, dass sie es tat Öffnete sie geräuschlos die Türe, die er hinter sich geschlossen Und schlüpfte in das Zimmer Der Kommerzienrat stand unbeweglich in der dunkelnden Fensternische In die nur ein schwacher Schein der Hängelampe fiel Und schien auf den Markt hinaus zu sehen Der dicke Teppich machte die leichten Mädchentritte unhörbar Und so stand sie plötzlich hinter dem in sich versunkenen Manne Und legte ihm sanft schmeichelnd die Hände auf die Schultern Er fuhr herum, als sei die Berührung ein Faustschlag gewesen Und starrte mit verstörten, wie wahnwitzig blickenden Augen der Tochter in das Gesicht Kind, stöhnte er, du hast eine Art, die Hand aufzulegen Wie meine arme Mama Er preßte die Lippen aufeinander und wandte sich ab Aber sie schmiegte sich fester an ihn Lasse deine Grete da, Papa Schicke sie nicht fort Bat sie weich und innig Der Gram ist ein schlimmer Kamerad Und mit dem lasse ich dich nicht allein Papa Ich werde zwanzig Jahre alt Gell, schon ein recht altes Mädchen Und habe mich ganz gehörig draußen in der Welt umhergetummelt Ich habe viel gehört und gesehen Für alle Schöne und Große die Augen redlich aufgetan Und mir manche Lehre brav hinters Ohr geschrieben Wie Tante Sophie sagt Und die Welt ist so wunderschön Kind, lebe ich denn nicht auch in der Welt? Er deutete nach dem anstoßenden Salon Ob aber auch unter Menschen Die dir wirklich und wahrhaftig aus deiner Seelenfinsternis emporhelfen könnten Er lachte hart auf Das freilich nicht Die wohl zu allerletzt Aber man kann sich auch mit verschlossener Seele Hier und da zerstreuen Freilich Der Katzenjammer kommt nachher mit doppeltem Elend Und stürzt die arme Seele umso tiefer in ihren grausamen Zwiespalt zurück Nun, so würde ich mich dem nicht aussetzen Papa, sagte sie und sah mit ernstem Blick zu ihm auf Ein spöttischer Zug ging durch sein dunkles Gesicht Während er ihr mit der Hand über das Haar strich Meine kleine Weise Du sprichst, wie du's verstehst Wenn das so leicht wäre Du bist durch Katakomben und Pyramiden gekrochen Und hast in Troja und Olympia an der Hand des Onkels Dem Leben und Sein der alten Welt nachgespürt Aber vom modernen Leben weißt du Blut wenig Mit dem eigenen Selbstgefühl wird jetzt keiner fertig Der etwas gelten will Dazu gehört auch etwas Sonnenschein Der aus den höchsten Kreisen kommt Er zuckte die Achseln Das ist mir freilich unverständlich Sagte sie und das Blut stieg ihr in das Gesicht Aber ich weiß doch mehr vom modernen Leben Als du denkst, Papa Der Onkel in Berlin duldete nichts Zweifelhaftes Im Dunkeln kriechendes in seinem Hause Da kommen nur helle Köpfe zusammen Und es wird frisch und frei vom Herzen weggesprochen Sieh, und da sagte kürzlich einer Ach ja, sie nennen es den Klassenhasschüren Wenn wir uns unserer Haut wehren Und gegen die drohende Niederdrückung kämpfen Meine Seele ist rein von Hass Mögen jene doch steigen, so hoch sie wollen Ich sehe neidlos zu Sie müssen sich nur nicht dabei Auf unsere Leiber stellen wollen Aber das ist's eben Mit ihrem Steigen wachsen ihnen Kraft und Lust Uns niederzutreten Allein, selbst darum hasse ich nicht Ich trage der Vergangenheit Rechnung Die Abneigung, dem Bürgertum Vorschub zu leisten Oder vielmehr das Streben, es nicht stark werden zu lassen Liegt ihnen traditionsgemäß im Blute Dagegen fühle ich Grimm Unbezwinglichen Grimm Gegen die feilen Fahnenflüchtigen aus unseren Reihen Die liebedienerisch und um des persönlichen Vorteils willen Das eigene Fleisch und Blut bekämpfen Und umso fanatischer wüten Als sie sich sagen müssen Dass sie der ehrlich Gebliebene verachtet So sagte Doktor Auch nur einer, dem die Trauben zu sauer sind Fiel der Kommerzienrat mit lächelndem Hohn ein Eine Motte, die sich die Flügel nicht verbrennen konnte Einfach, weil sie dem Licht noch nicht nahe kommen durfte Der schwenkt auch noch einmal, meine liebe Grete Wir sind eben Kinder unserer Zeit Und keine Spartaner Und wenn es zehnmal nicht mit rechten Dingen zugegangen ist Und wenn die Speichelleckerei In gröbster, abstoßender Weise zutage liegt Die Welt bewundert trotz alledem Das dekorierte Knopfloch Und nennt den Liebediener ehrfurchtsvoll Bei dem neuen Titel, den er sich erschlichen hat Zu jenen Savilen gehöre ich nun allerdings nicht Ich will nichts haben Und zu schwenken brauchte ich auch nie Denn ich habe niemals den Beruf in mir gefühlt Mich wie ein Gladiator dem herkömmlichen entgegenzustellen Und mit volksbeglückenden Tiraden mich lächerlich zu machen Das ist Verstandessache Die unbezwingliche Scheu aber Das unwillkürliche Beugen vor dem Was man in jenen hohen Regionen sagt und urteilt Liegt mir im Blute Es ist stärker als ich Ich kann nicht dafür Ich kann nicht darüber hinaus Mit dem besten Willen Mit aller Kraft nicht Er ließ das junge Mädchen plötzlich allein stehen In dem Fensterbogen Und schritt in fast wildem Tempo auf und ab Ja, wer plötzlich alles Charakteranlage und Erziehungsresultate Abschütteln und wie auf einsamer Insel Ungesehen sich so zeigen dürfte Wie es ihm in tiefster Seele aussieht Wie er fühlt und leidet Ja, der Er brach mit einer leidenschaftlichen Gebärde ab Die Energie und Bestimmtheit dieses Mädchens Hatte ihn offenbar für einen Moment vergessen lassen Dass es seine junge Tochter war Vor deren Ohr sein Schmerz laut wurde Geh jetzt hinunter, mein Kind Sagte er sich bezwingend Du wirst müde und hungrig sein Ich fürchte, es hat dir noch niemand etwas angeboten Nun, von dem Abhub der Tafel sollst du auch nichts essen Tante Sophie wird dir schon drunten Einen gemütlichen Tätisch herrichten Und bei ihr bist du ja auch am liebsten Hast auch recht, Gretel Das ist Gold Lauteres Gold Und ich lasse mich nicht irre machen So oft man auch versucht, es zu verdächtigen Was für eine heiße Hand du hast, Kind Und wie dir dein sonst so blasses Gesichtchen glüht Ja, siehst du, kleine, tapfere Bürgerin Die Politik Die Politik? Ach, Papa, ich bin ja nur ein Mädchen Ein kleines, dummes Was geht mich die Politik an? Ich erzähle ja nur nach Sie lächelte schelmisch Du wirst doch um Gottes Willen nicht denken Dass die Grete den Männern ins Handwerk pfuschen will Gott soll mich behüten Aber ich meine Fuhr sie ernst fort Hier handle es sich ja nur um allgemein Menschliches Um Recht und Unrecht Um moralische Kraft und Feigheit Um wahren Stolz und Niedertracht Und wäre deine Schilderung wirklich die Signatur unserer Zeit Und bliebe maßgebend für immer Ei, da möchte man doch lieber gleich eine Mumie von Memphis oder Thebens sein Und vor Jahrtausenden gelebt haben Aber das ist nicht wahr Sie schüttelte energisch den Kopf Wir leben trotz alledem in einer großen Zeit Wenn wir auch inmitten einer gewaltigen Brandung ringen müssen Sagt Onkel Theo bald immer Das Gute und Echte wird schon oben aufkommen Und die widerlichen Blasen, die der Kampf jetzt auf die Oberfläche treibt Werden nicht ewig glitzern und die Schwachen blenden Und du solltest nicht zeigen, wie du fühlst Aus menschenfürchtig verschließen Du, ein unabhängiger Mann Solltest nicht nach deiner Fasson ruhig und zufrieden werden dürfen Was helfen dir Gnaden und Gunstbeweise von außen Wenn du innerlich darbst und entbehrst Er zog sie plötzlich unter die Hängelampe Wog ihren Kopf zurück und sah ihr mit düster drohendem Blick tief in die Augen Die offen und furchtlos zu ihm aufblickten Ist das Hellseherei oder schleicht man mir nach? Nein, meine Gretel ist ehrlich und wahrhaftig geblieben Da gibt's kein falsch Und er schlang seinen Arm wieder um ihre Gestalt Mein braves Mädchen Ich glaube, du wärst die einzige Tapferin der Familie, die zu mir hielte Wenn mich die Welt in Bann und Acht erklärte Natürlich, Papa, dann erst recht Würdest mir helfen, eine unselige Schwäche zu überwinden Ganz selbstverständlich, mit aller meiner Kraft, Papa Probiere es nur mit mir Ich habe Courage für zwei Hier meine Hand zu Schutz und Trutz Ein schönes Lächeln, halb schalkhaft, halb ernst Flog um ihre Lippen Er küßte sie auf die Stirn Und wenige Augenblicke nachher trat sie wieder in den Salon Tante Sophie war nicht mehr da Sie war mit ihrem Silberkorb hinuntergegangen Und machte jedenfalls schleunigst den Teetisch zurecht Der Bediente löschte eben den Kronleuchter aus Und Reinhold nahm das Konfekt Stück um Stück von den Kristallschalen Und legte es pünktlich sortiert Zum Wegschließen in verschiedene Glasbehälter Die Frau Amtsrätin aber saß behaglich zwischen Plüschpolstern Hinter einem Sofatisch Weil es oben durch fortgesetztes Lüften Schauerlich kühl Hier unten aber noch so köstlich warm und mollig sei Wie sie sagte Und legte ihre allabendliche Passions Großmama und Bruder hatten somit nicht viel Zeit Für die Heimgekehrte Und das Gute Nacht Beider klang recht zerstreut und oben hin Das junge Mädchen vermißte nichts Gar nichts Sie war froh, so leichten Kaufs für heute davon zu kommen Hier oben war sie fertig Nur als sie draußen durch den dämmerigen Flursaal schritt Da stand einer im Fenster und sah anscheinend in den Hof hinunter Der Herr Landrat! An ihn hatte sie auch nicht mehr gedacht Kopf und Herz waren ihr übervoll von der rätselhaften Art und Weise Wie sie ihren Vater eben gesehen Für ihr klares, entschiedenes Denken und Fühlen War ein solch düster, geheimnisvoller Seelenzwiespalt etwas ganz Verwunderliches Solch eine Männerseele in ihrem Widerstreit mochte wohl schwer zu verstehen sein Ob den dort, den kühl gewordenen, in Amt und Würden stehenden Mann Nun doch auch vielleicht für einen Moment die Erinnerung packte Und ihn hinübersehen ließ nach dem Gange Wo einst das Goldhaar der schönen Blanka durch die grünen Blätter und Ranken geleuchtet Gute Nacht, Margarete, sagte er in diesem Augenblick in einem anderen Tone Als die beiden Beschäftigten im Salon Gute Nacht, Onkel Ende von Kapitel 9 Kapitel 10 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Malit Kapitel 10 Die Hofstube hatte von jeher etwas Verlockendes für Margarete gehabt Sie lag im Erdgeschoss des spukhaften Flügels und stieß dicht an die ehemalige Schlafstube der Kinder Ein gleicher, halbdunkler Gang wie der unheimliche Droben lief hinter den Zimmern weg Und trennte, auch um die Ecke laufend, die Küche von der Wohnstube Die beiden Etagen standen in keiner Verbindung Es war zum Glück keine Treppe da Man brauchte deshalb keine Angst zu haben, dass es der weißen Frau oder dem Spinnwebenrock auch einmal einfallen könnte, herunter zu huschen Wie Berbe immer sagte Die Zimmerreihe der oberen Etage wurde in ihrer Mitte durch die Türe unterbrochen, die nach dem Hofe ging Eine mächtige, schwere Türe mit massivem Klopfer und zu beiden Seiten flankiert von Steinfiguren im Hochrelief Breite Stufen führten von ihr nieder auf den Kiesweg, der den Rasen durchschnitt und direkt nach dem Brunnen lief In der Hofstube standen lauter Möbel aus der Rokoko-Zeit, die Tante Sophie gehörten Sie waren spiegelblank poliert, die Messingbeschläge blitzten Und altes, ererbtes, vielfach gekittetes Meißener Porzellan stand auf den geschweiften Platten der Kommoden Und auf dem Schreibtisch mit seinem hohen Aufsatz voll zahlloser kleiner Schiebekasten Die Stube war sozusagen Tante Sophies Schmuckkästchen, ihre gute Stube Urgemütlich und peinlich sauber, wie es nur immer bei einer lustigen, lebensfrohen alten Jungfer sein kann Nun waren auch noch alle die umstehenden, fein gemalten Schalen und Vasen Selbst die Potpourris mit mächtigen Blumensträußen aus dem kleinen Garten vor dem Tore gefüllt Die bunten Rabatten mussten der Heimkehrenden zu Ehren völlig abrasiert worden sein Und auf den weißen Dielen, die nie ein Firnisanstrich verunreinigt Lag ein neuer, warmer Teppich, den Tante Sophie aus eigenen Mitteln beschafft hatte Und da war ihr der endlich heimgekehrte Liebling gleich beim Eintreten Als der Lampenschein sich über alle die geliebten, wohlbekannten Familienreliquien der alten Jungfer ergossen Um den Hals gefallen und hatte sie fast erdrückt Das Bett hatte auch richtig auf dem alten Platze gestanden Und Tante Sophie hatte noch lange daneben gesessen und erzählt Lauter Liebes und Lustiges, nicht ein Misston durfte in das neue Zusammensein fallen Und jede der Pausen, welche die heitere, humordurchdrängte Stimme gemacht Hatte das alte, eintönige Brunnenlied der strömenden, plätschernden Wasser vom Hofe heraufgefüllt Dazwischen hinein war auch ein paar Mal das scharfe Kreischen der Packhoftorflügeln gefahren Und dann hatte die ehemalige wilde Hummel, die nun weit, weit die Welt durchflogen Und Kopf und Herz beutebeladen heimgebracht Mit einem so süßen und lieblich schlafenden Kindergesicht in den Kissen gelegen Als habe sie sich nur bis nach Dambach und wieder heim müde gelaufen Ja, das geliebte Dambach Nun ging das Hin- und Herwandern wieder an Der Großpapa war ja nicht beim Dinner gewesen Er hatte sich, wie immer, aus guten Gründen um den auserlesenen Kreis herumgedrückt Wie die Frau Amtsrätin sehr pikiert bemerkte Da hieß es am anderen Morgen sich flink auf die Füße machen Und durch die tautriefenden Stoppelfelder hinauswandern Obgleich der Papa versicherte, dass der alte Herr nachmittags hereinkomme Und mit ihm auf die Hühnerjagd gehen wolle Und das Wiedersehen draußen war noch viel schöner gewesen Als sich das junge Mädchen in Berlin ausgemalt hatte Ja, sie war sein Liebling gewesen Der prächtige Kreis, knorrig von Gestalt und Rauf von Wesen Er war ganz mild und weich geworden Er hätte sie am liebsten wie ein Püppchen auf seinen breiten Handteller gesetzt Um sie den herzulaufenden Fabrikleuten zu zeigen Sie war über Mittag geblieben Und die Frau Faktorin hatte ihre allerschönsten Eierkuchen backen müssen Aber auch auf ihren noch berühmteren Café wurde nicht gewartet Pünktlich auf die Minute warf der passionierte alte Jäger Flinte und Büchsenranzen über Dann ging es auf der Chaussee im scharfen Marsch vorwärts Drüben zur Seite lag der Prinzenhof Luft und Beleuchtung waren so klar und scharf Dass man die Blumengruppen auf dem Rasenparterre bunt herüberleuchten sah Allerdings hübsch genug war das Schlösschen geworden Früher hatte es wie ein verschlafenes Dornröschen zu Füßen des Berges gelegen Halb unter dem schützenden Betttimmel des bergaufkletternden Waldes Den heute schon die gelben und roten Flammen des Herbstes betupften Ohne Glanz und Farben und wenig beachtet Jetzt hatte es sich gereckt und gestreckt und die Augen aufgeschlagen Und zwischen den dunklen Nussbäumen glitzerte und flimmerte es Als sei eine Handvoll Diamanten dort verstreut worden Die alten, vermorschten und nie geöffneten Jalousien waren verschwunden Und neue, ungebrochene Spiegelscheiben füllten die mächtigen steinernen Fensterrahmen Ja, gell, Gretel, wir sind vornehm geworden hier draußen Fragte der Großpapa Er zeigte mit ausgestrecktem Arm hinüber Wie ein Recke schritt er dahin, der Siebziger Unter seinen Tritten krachte das Chaussee-Geroll Und sein mächtiger weißer Schnauzbart leuchtete wie Silber In dem braunen, kühnen Gesicht Das die breite, einst auf der Mensur geholte Schmache Quer über die Wange von der einen Seite fast furchtgebietend machte Ja, vornehm und fremdländisch, bekräftigte er weiter stapfend Wenngleich die Frau Mama eine urdeutsche Pommersche ist Und die Tochter auch von väterlicher Seite her Nichts von John Bull und den Parlez-vous-Francais in den Adern hat Macht nichts Es wird doch auf englische Art gekocht und gegessen Und französisch parliert nach Noten Ja, die alten Nussbäume werden wohl gucken Und sich in ihr Herz hinein schämen Dass sie in ihren alten Tagen Wie dumme Bauernjungen dastehen Und in ihrer Jugend nicht lieber Platanen Oder was Vornehmes geworden sind Margarete lachte Ja, da lachst du Und dein Großvater lacht auch Ich lach über den Staub, den zwei Weiberröcke da herum Er beschrieb mit ausgestrecktem Arm Einen weiten Bogen über die Gegend hin Aufwirbeln Die reine Affenkomödie, sag ich dir Warst du schon im Prinzenhof, heißt's da Und bist du vorgestellt, dort Und der eine grüßt kaum, wenn man nicht Wie er beim großen Diner gewesen ist Ein anderer stiert einen ganz perplex Wie einem notorisch Verrückten ins Gesicht Wenn man sagt, dass man sich bedankt hat Und lieber in seinen vier Pfählen geblieben ist Ja, guck, Gretel Der Mensch lernt nicht aus Hab da gemeint Ich lebe mitten unter lauter Hauptkerlen Vom thüringischen Schlag Von echtem Schrot und Korn Unterquetschen sich jetzt die alten Knasterbärte In den Frack Schütten sich Eau de la Vente Und anderes Riechzeug Er unterdrückte nur halb ein energisches Pfui, Teufel Auf ihre Schnupftücher Und schlucken zimperlich eine Tasse Tee Mit Butterbämmen da drüben Sie mögen schön dran würgen Die ausgepichten Burgunderschläuche, die Margarete sah ihn von der Seite an Von der betonten Lachlust Vermochte sie keine Spur zu finden Wohl aber sprühte ihm der helle, ehrliche Mannes Zorn Unter den weißbuschigen, gerunzelten Brauen hervor Sie hing sich schleunigst an seinen Arm Hob den rechten Fuß Und versuchte in seine weiten, militärisch strammen Schritte einzulenken Er schmunzelte und schielte seitwärts auf sie herunter Die winzige Spitze ihres eleganten Stiefelchens Sah gar zu lächerlich aus Neben dem ungeheuren Jagdstiefel Was für ein armes Spazierstöckchen Und das will sich auch noch mausig machen Höhnte er Geh, gib's auf, Gretel Da lebt die Jugend dort Er zeigte nach dem Prinzenhof zurück Auf einem anderen Fuß Sapperlott, da muss man Respekt haben Freilich, ihr beiden Könnet in der Wiege umgetauscht sein Wohl ein polizeiwidrig Kleines Pedal kommt dir nicht zu Und bei einer Blaublütigen ist ein großer Fuß allemal nur ein unbegreifliches, boshaftes Naturspiel Aber schön ist sie sonst, die junge Gnädige, alles was wahr ist Weiß und rot wie Milch und Blut Blond, du braunes Maikäferchen, mußt dich daneben verkriechen Groß, erhob die Hand fast bis zu seiner Kopfeshöhe Schwer und feist, echt pommersche Rasse Und gesetzt und pomadig Solch ein Windspiel, wie eben eines neben mir hertrippelt, kommt da nicht auf Ach Großpapa, das Windspiel freut sich seines Lebens so, wie es ist Darüber laßt du dir ja kein graues Haar wachsen Lachte das junge Mädchen Übrigens haben die armen Spazierstöckchen schon ganz Respektables geleistet Es fragt sich noch sehr, ob dein großer Siebenmeilenstiefel da mit mir Leichtfuß auf dem Schweizer Bergen konkurrieren könnte Frag nur Onkel Theobald in Berlin Damit lenkte sie glücklich auf ein anderes Thema über Der alte Mann war tief ergrimmt und gereizt Er übergoss die zukünftige Schwiegertochter mit der ganzen scharfen Lauge seines Spottes Seine Beziehungen zu der Großmama mochten deshalb augenblicklich noch weit weniger friedfertig sein als gewöhnlich Und er hatte sicher wieder einmal recht Sein scharfer Blick trug nur selten Aber die Enkelin konnte und durfte doch nicht Öl ins Feuer gießen Und so erzählte sie anschaulicherweise von dem Hospiz auf dem St. Bernhard Wo sie mit Onkel und Tante während eines furchtbaren Schneesturms übernachtet Von allerhand Erlebnissen in Italien und so weiter Und der alte Herr hörte ganz hingenommen zu Bis der Packhaustorflügel hinter ihnen zufiel Und das abgefallene Lindenlaub im Hof unter ihren Füßen knisternd umherstob Sie betraten eben die Flur des Vorderhauses Als ein winzig kleiner Hund, ein Affenpinscher Durch einen schmalen Spalt des Haustores vom Markt hereinschlüpfte Er kläffte die Eintretenden mit hoher scharfer Stimme an Margarete kannte das kleine Tier Vor Jahren war Herr Lenz einmal von einer Reise zurückgekommen Und hatte es mitgebracht Und es hatte ausgesehen, als sei es das Schoßhündchen einer Prinzessin gewesen Blauseidene Bandschleifen hatten aus seinem zottigen Fell geleuchtet Und an kalten Tagen war es in einer schön gestickten purpurscher Bracke Auf dem Gang herumgelaufen Trotz aller Lockungen war es nie in den Hof zu den Kindern herabgekommen Die Malersleute hüteten es wie ein Kind Nun kam es da hereingelaufen Und gleich darauf wurde der Torflügel wieder aufgestoßen Und ein Knabe sprang ihm nach Fast in demselben Moment klirrte aber auch Das in die Hausflur mündende Fenster des Kontors Und Reinholds Kopf fuhr heraus Du infamer Bengel Hab ich dir nicht verboten, hier durchzugehen? Schrie er den Knaben an Ist etwa der Torweg im Packhaus nicht breit genug für dich? Das ist das Herrschaftshaus Und da hast du absolut nichts zu suchen So wenig wie deine Leute Hab ich dir das nicht schon gesagt? Verstehst du denn nicht Deutsch, einfältiger Junge? Was kann ich denn dafür, wenn Filin mir ausreißt und hier hereinläuft? Ich wollte sie fangen Aber es ging nicht gut, weil ich den Korb am Arme habe Entschuldigte sich der Kleine mit einem etwas fremdartigen Akzent Und Deutsch kann ich sehr gut Ich verstehe alles, was Sie sagen Setzte er gekränkt, aber auch trotzig hinzu Er war ein bildschönes Kind Ein wahrer Apollo-Kopf Umringelt von kurzgeschnittenen braunen Locken Und strahlend in Frische und Gesundheit Saß fest und hochgetragen auf dem kräftigen Nacken Aber all diese Lieblichkeit schien nicht vorhanden zu sein Für den bleichsüchtigen jungen Menschen mit dem tödlich kalten Blick Und der keifenden Stimme, der am Kontorfenster stand Und nun ließ sich die entwischte Filin auch noch einfallen Die nach der Wohnstube führenden Stufen hinauf zu springen Als sei sie da zu Hause Reinhold stampfte mit dem Fuße auf Während der Knabe ängstlich der kläffenden Missetäterin Um einige Schritte nachlief Mach dich nur schleunigst aus dem Staube, Junge Scholles verbittert aus dem Fenster Oder ich komme hinaus und schlage dich und deinen Köterwindel weich Na, na, das wollen wir erst mal sehen, verehrte Star Das sind auch noch andere Leute da, die das zu verhindern wissen Sagte der alte Amtsrat und stand mit zwei Schritten vor dem Fenster Reinhold duckte sich unwillkürlich Vor der plötzlichen, gewaltigen Erscheinung des Großvaters Bist mir ein schöner Kerl, höhnte der alte Herr Ärger und Sarkasmus stritten in seiner Stimme Keifst wie ein Waschweib und machst dich mausig in deines Vaters Hause Als hättest du den Hauptsitz in der Schreibstube Geh, laß dir die Federn wachsen und den Schnabel putzen Warum soll denn das Bürschchen da nicht durchgehen, ha? Meinst vielleicht, ertritt euch von dem kostbaren Steinpflaster da was herunter? Ich, ich kann das Kläffen nicht ertragen, es greift mir die Nerven an Hör mir auf mit deinen Nerven, Junge, mir wird ganz übel bei dem Gewinsel Schämst du dich denn nicht zu tun, als hätten sie dich im Altweiberspittel erzogen? Meine Nerven, ahmte er zornig nach I, das soll doch Er verschluckte den Rest des Donnerwetters, zerrte an seinem Flintenriemen Und rückte sich den Hut mit der Spielhahnfeder fester in die Stirn Inzwischen war auch Margarete näher getreten Aber Reinhold, sagte sie vorwurfsvoll Was hat dir denn der Kleine getan? Der? Mir? Und erbrach er sie höhnisch Die Courage war ihm zurückgekehrt Na, wirklich, das hätte noch gefehlt, daß uns die Leute aus dem Hinterhause auch noch direkt zu Leibe gingen Sei du nur erst ein paar Wochen hier, Grete, da wird es dir gerade genauso gehen wie mir Da wirst du dich umgucken, jungfer Weisheit Wenn wir die Augen nicht offen halten, da wird bald kein Fleckchen mehr im Hause sein Wo der Bursche dort Er zeigte auf den Knaben, der eben seinen Handkorb auf den Boden setzte Um den widerspenstigen Hund besser greifen zu können Nicht fußfaßt Der Papa ist ganz unbegreiflich indolent und nachsichtig geworden Er leidet, daß der Junge in unserem Hofe herumtrollt Und sich mit seinem Schreibeheft unter den Linden breitmacht Auf unserem Lieblingsplatz, Grete, wo wir, seine eigenen Kinder, unsere Schularbeiten gemacht haben Und vor ein paar Tagen habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie er im Vorübergehen ein neues Buch auf den Tisch gelegt hat Neid, Hammel, brummte der Amtsrat unwillig Denke, was du willst, Großpapa Platzte der sichtlich Erbitterte heraus Aber ich bin sparsam wie alle früheren Vertreter unserer Firma Und über hinausgeworfenes Geld kann ich mich wütend ärgern Man schenkt nicht auch noch Leuten, die einem ohnehin auf der Tasche liegen Jetzt, wo mir die Bücher vorliegen Jetzt weiß ich, daß der alte Lenz nie auch nur einen Pfennig Mietzins für das Packhaus bezahlt hat Dabei ist er ein so langsamer Arbeiter, daß er kaum das Salz verdient Er müßte notwendig per Stück bezahlt werden Aber da gibt ihm der Papa Jahr aus, Jahr ein, seine 300 Thaler Ganz einerlei, ob er auch nur einen Teller einliefert oder nicht Und das Geschäft hat den bittersten Schaden Ich sollte nur einen einzigen Tag die Macht haben Da sollte aber Ordnung werden Da würde aufgeräumt mit dem alten Schlendrian Na, dann ist's ja ein wahres Glück, daß solcher Grünschnabel kuschen muß, bis Ja, bis der Hauptsitz in der Schreibstube leer geworden ist Ergänzte der Kommerzienrat, der plötzlich dazwischen trat Wahrscheinlicherweise hatte er Schwiegervater und Tochter über den Hof herkommen sehen Und sich schleunigst fertig gemacht, um den pünktlichen alten Herrn drunten nicht warten zu lassen Er war im Jagdanzug und mochte wohl im Herabkommen den größten Teil des Wortwechsels am Kontorfenster mit angehört haben Es lag etwas Ungestümes in seinem plötzlichen Hervortreten Und Margarete sah, wie ihm beim Sprechen die Unterlippe nervös bebte Er streifte übrigens das Fenster mit keinem Blick Er zuckte nur die Achseln und sagte ganz oben hin, in fast juvialem Ton Leider hat diesen Hauptsitz der Papa noch inne Und da wird sich das weise Söhnchen das Aufräumen für vielleicht noch recht lange Zeit vergehen lassen müssen Damit reichte er begrüßend seinem Schwiegervater die Hand hin Das Fenster wurde geräuschlos zugedrückt Und gleich darauf hing der dunkle Wollvorhang so bewegungslos dahinter Als sei auch nicht der Schatten eines Menschen daran hingestrichen Der junge Heißsporn mochte sich in Nummer sicher hinter seinem Schreibtisch zurückgezogen haben Unterdessen war es dem Knaben gelungen, die eigenwillige Filin einzufangen Tante Sophie, die eben mit einem Porzellankörbchen voll Gebäck aus der Wohnstube kam, hatte ihm geholfen Indem sie sich breit über den Weg gestellt Nun klapperten seine kleinen Absätze die Stufen herab Auf einem Arm hatte er den Hund An den anderen hängte er wieder seinen Korb Sein Gesichtchen sah ganz alteriert aus Hast du geweint, mein Kleiner? Fragte der Kommerzienrat und bog sich zu ihm nieder Margarete meinte, sie habe noch nie diese Stimme so weich und innig gehört Wie bei der teilnehmenden Frage, die dem sonst so kalt seinen Weg gehenden Vornehm zurückhaltenden Mann gleichsam entschlüpfte Ich? Was denken Sie denn? entgegnete der Kleine ganz beleidigt Ein richtiger Junge heult doch nicht Bravo, recht so, mein Junge, lachte der Amtsrat überrascht auf Du bist ja ein Prachtkerl Der Kommerzienrat ergriff den Hund, der alle Anstrengungen machte, sich zu befreien Und stellte ihn auf die Beine Er wird dir schon nachlaufen, wenn du über den Hof gehst Sagte er beruhigend zu dem Kinde Aber an deiner Stelle würde ich mich doch schämen Mit dem Korbe über die Straße zu gehen Er sah finster auf das Anhängsel an dem kleinen Arme Als ärgerte er sich, die ideale Gestalt dadurch entstellt zu sehen Für einen Gymnasiasten passt das nicht Deine Kameraden werden dich auslachen Oh, das sollen Sie nur probieren Er wurde ganz rot im Gesicht und hob den schönen Kopf keck und energisch wie ein Kampfhähnchen Ich werde doch für meine Großmama Semmeln holen dürfen Unsere Auffahrtfrau ist krank und die Großmama hat einen schlimmen Fuß Und wenn ich nicht gehe, da hat sie nichts zu ihrem Kaffee Und da frag ich nicht viel nach den dummen Jungen Das ist hübsch von dir, Max, sagte Tante Sophie Sie nahm eine Handvoll Mandelgebäck aus ihrem Körbchen und reichte es ihm hin Er sah freundlich zu ihr auf, aber er griff nicht zu Ich danke, ich danke sehr, Fräulein, sagte er Und fuhr sich, selbst verlegen über seine Abweisung, mit der Hand in die Locken Aber wissen Sie, Süßes esse ich niemals, das ist nur für Mädchen Der Amtsrat brach in ein lautes Gelächter aus Sein ganzes Gesicht strahlte und plötzlich hob er das Kind mit seinem Korb hoch vom Boden auf Und küßte es herzhaft auf die blühenden Wangen Ja, der ist freilich aus einem anderen Holze Sackerlot, das wär einer nach meinem Sinn, rief er Indem er den Knaben wieder aus seinen gewaltigen, kraftvollen Händen entließ Wie kommt denn das kleine Weltwunder in die Rumpelkammer, in das alte Packhaus? Es ist ein kleiner Franzos, sagte Tante Sophie Geld? In Paris bist du eigentlich zu Hause, fragte sie den Kleinen Ja, aber die Mama ist gestorben und... Sieh doch, deine Filin ist schon wieder eschapiert, rief der Kommerzienrat Lauf ihr nach, sie ist imstande und rennt bis hinauf zu der alten Dame, die oben wohnt Der Kleine sprang die Stufen hinauf Ja, seine Eltern sollen beide gestorben sein, sagte Tante Sophie halblau zu dem alten Herrn Das ist ja aber gar nicht wahr, protestierte der Knabe von der Treppe herab Mein Papa ist nicht tot Nur weit fort, sagte die Mama immer Ich glaube, weit über dem Meer drüben Und sehnst du dich denn nicht nach ihm? fragte Margarete Ich habe ihn ja noch nie gesehen, den Papa, antwortete er halb trocken, halb im Ton naiver Verwunderung darüber, dass er sich nach etwas sehnen sollte, wovon er keine Vorstellung hatte Das ist ja eine närrische Geschichte Den Teufel auch, hm, brummte der Amtsrat fast betreten und schlenkerte die Finger der rechten Hand, als habe er sich an etwas verbrannt Da ist er ja wohl gar von einer lenzschen Tochter Kann ich nicht sagen, so viel ich weiß, ist nur eine da, versetzte Tante Sophie Wie hat denn deine Mutter geheißen, Jüngelchen? Mama und Apollin hat sie geheißen, antwortete der Knabe kurz Er war des Ausfragens sichtlich müde und strebte an den Umstehenden vorüberzukommen Philin hatte sich endlich bequemt, den richtigen Ausgang zu suchen und war bellend in den Hof hinausgelaufen Nun springe aber, Kleiner, sagte der Kommerzienrat, der währenddem schweigend, aber mit einer Ungeduld zwischen Haus und Hoftür hin und her gegangen war Als brenne ihm der Boden unter den Sohlen und er fürchte, etwas von seinem Jagdvergnügen einzubüßen Pass auf, deine Semmeln kommen zu spät, der Kaffee wird längst getrunken sein Ach, der ist ja noch gar nicht gekocht, lachte der Kleine Ich muss doch erst Späne vom Boden herunterholen und klein machen Mir scheint, sie machen dich zum Aschenputtel da drüben, sagte der Kommerzienrat, indem seine dunklen Augen aufblitzend das Packhaus suchten Meinst du, das schadet dem Bürschchen? fragte sein Schwiegervater Ich habe auch als neunjährige kleine Krabbe Holz für die Küche klein gemacht und bin in Feld und Stall zur Hand gewesen, wie ein Hirtenjunge Bleibt das etwa an dem Manne kleben? Was hat denn solch ein armer kleiner Schlucker für eine Zukunft? Da ist etwas faul und nicht in Ordnung, so viel merke ich Und ob man je über das Meer wiederkommen und seine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit tun wird, das fragt sich Mit dem Wortgehalt in solchen Dingen ist heutzutage nicht viel los Na, der Alte dort, er zeigte nach dem Packhause, der wird gerade auch nicht schwer an seinem Geldkasten zu schleppen haben Da heißt's einmal für den Moussier da, sich durchschlagen und alle Kraft aufwenden, dass im großen Weltgetriebe der Kopf oben bleibt Ich will ihn später ins Kontor nehmen, fiel der Kommerzienrat mit seltsamer Hast ein Er legte dabei seine Hand wie unwillkürlich schützend auf den braunen Lockenkopf Als gehe ihm der Gedanke, dass dieses prächtige Kind im Kampf ums Dasein untergehen könne, ans Herz Na, das ist ein Wort, Balduin, das freut mich Da zieh dir aber auch den da drin Er neigte den Kopf nach dem Kontorfenster, hinter welchem sich eben wieder die Vorhangsfalten verräterisch bewegten Erst besser, sonst gibt's Mord und Totschlag Er klopfte seiner Enkelin zärtlich die Wange und reichte Tante Sophie abschiednehmend die Hand Auf Wiedersehen, Base-Sophie Er nannte sie stets so Ich werde diese Nacht wieder einmal in meiner Stadtkoje logieren Möchte gern einen Abend mit Herbert und der Grete zusammen sein Bitte es droben, bei der Gestrengen aller Untertenigs zu vermelden Setzte er mit einer ironisch feierlichen Verbeugung hinzu und trat hinaus auf den Marktplatz Der Kommerzienrat blieb noch einen Moment wie angefesselt stehen Er sah, zurückgewendet, wie seine Tochter dem fortstürmenden Knaben bis weit in den Hof hinein nachflog Ihm mit beiden Händen in das reiche Lockenhaar fuhr und den lachenden kleinen Bengel küßte Das war ein liebliches Bild, anziehend genug, um wohl einen jeden das Fortgehen vergessen zu machen Ja, da hat sie ihn ja schon beim Schlafittchen, sagte Berbe, die am Küchenfenster hantierte und schräg hinaus die Gruppe im Hofe auch sehen konnte, schmunzelnd zu der Hausmarkt Dacht ich's mir doch gleich, daß unser braves Gretel mit dem Reinhold und der im oberen Stock nicht in ein Horn blasen würde Der kleine Schlingel mit seinem schönen Krauskopf tut's einem jeden an, der ein Herz und keinen Stein in der Brust hat Da läuft er hin und will sich ausschütten vor Lachen über den Spaß, das ihn das schöne Mädchen bei den Haaren erwischt hat Es ist doch was Schönes um die liebe Jugend, das mußt du doch selbst sagen, Jette Es ist gleich wie ein anderes Leben, wenn so ein junges Blut unter uns alte Husaren kommt, das frischt auf Sie tat ein paar kräftige Züge aus dem geliebten Kaffeetopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn Es war heiß in der Küche, die mächtige Brat- und Backmaschine glühte und liebliche Kuchendüfte schwebten in die sonnendurchfunkelte Herbstluft hinaus Es wurde gebacken, als solle eine ganze Kompanie heißhungriger Soldaten vom Manöver einrücken War aber alles nur der einzigen, heimgekehrten Tochter des Hauses zu ehren Ende von Kapitel 10 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 11 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Frau mit den Karfunkelsteinen Von Eugenie Malit Kapitel 11 Aber wahr ist's, Gretel, bist doch noch genau derselbige Kindskopf wie dazumal, wo du mir auf Schritt und Tritt nachgelaufen bist, beide Hände an meinen Rockfalten, ganz einerlei, ob's auf den Boden oder in den Keller ging, sagte Tante Sophie halb lachend, halb ärgerlich in einer der späteren Nachmittagsstunden des anderen Tages. Sie stand im roten Salon der Belle Etage, und der Hausknecht reichte ihr die Bilder von den Wänden herab. Alle nach dem Flursaal mündenden Türen der Zimmerreihe standen offen. Das Tageslicht fiel durch lauter Vorhang entblößte Fenster, und aufgescheuchte Staubwölkchen flirrten und tanzten lustig in den Flursaal hinaus. Neue Tapeten, neue Gardinen, Portieren und Teppiche sollten für die voraussichtlich glänzende, gesellschaftlich belebte Wintersaison in die Zimmer kommen. Das gab auf Wochen hinaus einen fürchterlichen Rumor. »Hier oben ist's nichts für dich, Gretel, Trotzkopf«, wiederholte die Tante nachdrücklicher und winkte ab, während dem jungen Mädchen, das lachend nun erst recht auf der Schwelle Posto faßte. »Es zieht und stäubt, ganz unverschämt stäubt«, sag ich dir, »möchte nur wissen, wo dir immer wieder herkommt, der verflixte graue Puder. Da rennt man das ganze Jahr durch mit Wischtuch und Staubwedel hier oben herum, als wenn's extra bezahlt würde, und nun solche Wolken. Die alten da oben«, sie zeigte auf verschiedene noch hängende Ölbilder längst vermoderter Geschlechter, »müssen die geradezu aus ihren Perücken und Haarbeuteln schütteln. Und dein Pudelkopf wird davon gerade auch nicht schöner werden, Gretel.« »Schadet nichts, Tante. Ich bleibe da, und ehe du dich versiehst, hast du auch meine beiden Hände wieder an deinen Rockfalten.« Es ist eine gar verwirrte Zeit, in der wir leben, der moderne Turmbau zu Babel, nur umgekehrt. Wir bauen nach unten, in die stockdunkle Nacht hinein. Man weiß kaum noch, was recht, was schlecht, was krumm oder gerade, erlaubt oder verpönt ist. Einen solchen Mischmasch der Begriffe haben die famosen Baubeflissenen nach unten zustande gebracht. Und da muß ein junges Ding wie ich froh sein, wenn es sich an einen richtigen Steuermann festklammern kann. »Und der bist du, Tante.« »Geh weg! Ich dächte doch, gerade du hättest dein Köpfchen für dich und ließ es dir nicht so leicht ein X für ein U vormachen.« »Hilf mir! Wenn du denn durchaus nicht fortzubringen bist, nimm sie am anderen Ende. Ich kann sie nicht allein schleppen, die schöne Dore.« Und Margarete ergriff das eben von der Wand gehobene Bild und half es über den Flursaal hinweg in den spukhaften Gangtragen, dessen Türe heute weit zurückgeschlagen war. Dort lehnte schon eine ganze Reihe abgenommener Bilder an den Wänden. Da standen sie geschützt, kein vorübergehender Fuß berührte sie, und nicht ein zudringlicher Sonnenstrahl schädigte ihre Farben. Sie war in der Tat schwer, die Frau mit den Karfunkelsteinen. Sie stand in einem geschnitzten, reich vergoldeten, wenn auch nahezu erblindeten Rahmen, der eine von breitem Band umwundene Rosen- und Myrtengirlande bildete. Die Frau hielt ja auch ein paar Myrtenzweiglein lässig zwischen den schlanken Fingern. So war sie jedenfalls als Braut gemalt. Das Bild war ein Kniestück, das junge Weib in smaragdfarbener, mit Silberblumen durchwirkter Brokatrobe dargestellt. Aber was für ein Weib war das! Margarete hatte oft in kindlicher Neugier zu dem Bilde aufgeblickt. Aber was hatte sie damals von der Beseelung einer Gestalt, von der Darstellungskraft des Pinsels verstanden? Es war ihr immer nur aufgefallen, dass die hohe Frisur, die bei all den anderen lamprechtschen Hausfrauen und Töchtern schneeweißer Puder bestäubte, ihre tiefe Schwärze behauptet hatte. Jetzt kniete das junge Mädchen auf den Dielen vor dem Bilde und sagte sich angesichts einer erstaunlichen Haarfülle, aus deren nachtdunklem Geschlinge die täuschend gemalten fünf Rubinensterne förmlich glitzerten und von welchem einzelne gelöste Ringel schlangenhaft weich auch über die zarte Brustwölbung hinabsanken, dass diese Frau sich kühn und energisch gegen die herrschende Mode und die Verunglimpfung ihres stolzesten Schmuckes verwahrt hatte. Jetzt war es auch begreiflich, dass ihr der Volksmund das Wandern nach dem Tode angedichtet. Ihre Zeitgenossen, welche das Feuer aus diesen mächtigen dunklen Augen in Wirklichkeit hatten sprühen sehen und vor welchen die zarte, bis in die graziös gebogenen Fingerspitzen hineinbeseelte Erscheinung leibhaftig gewandelt und geatmet, sie hatten an ein wirkliches Sterben und Erlöschen solchen Zaubers nicht glauben können. Es war doch etwas Wunderbares um so ein urdeutsches altes Haus mit seinen Traditionen, die sich an das altfränkische Gerät knüpften und jeden Winkel belebten. Nur feierlicher, aber geheimnisvoller gewiß nicht, war ihr beim Beschreiten der marmorbelegten Korridore alter venezianischer Paläste zumute gewesen, als jetzt im Vaterhause, wo die Gangdielen unter ihren Tritten seufzten und die Gestalten der alten Leinenhändler die Wand entlang mit gespenstischem Leben aus dem Halbdunkeln auftauchten, in ihrer Reihe immer nur von einer der stummen, geschlossenen Türen unterbrochen, hinter denen so manches Geheimnis schlafen mochte. Wohl hatte der Papa einst das hier seit vielen Jahren herrschende Schweigen gestört und sich in den verruchten Zimmern einquartiert, um das abergläubische Gesinde von seiner Gespensterfurcht zu kurieren, war auch bei seiner jedesmaligen Heimkehr, die zu jener Zeit stets nur für wenige Wochen seiner Reise unterbrach, mit Vorliebe in diesem seinem Tusculum geblieben, aber schon nach zwei Jahren hatte sich das geändert. Der Ausblick in den stillen Hof mochte ihm doch auf die Dauer nicht behakt haben. Nach einer fast halbjährigen Abwesenheit hatte er eines Tages von der Schweiz aus angeordnet, dass das ehemalige Boudoir seiner verstorbenen Frau wieder für ihn hergerichtet wurde. Margarete erinnerte sich noch, dass damals zu ihrer Betrübnis die rosafarbene Polstereinrichtung, die Aquarelle und Rosenholzmöbel in ein anderes Zimmer geschafft und durch ein dunkles Möblement ersetzt worden waren. Und als er nach Hause gekommen, da hatte er das große Ölbild seiner verstorbenen Frau, das einzige, welches seinen Platz an der Wand behauptet, sofort in den anstoßenden Salon hängen lassen. Der Anblick des Bildes, ebenso wie die ganze Einrichtung, scheine ihm neuerdings die alten Wunden aufzureißen, hatte die Großmama gemeint, und deshalb das Arrangement vollkommen gebilligt. Die Zimmer im Seidenflügel aber waren unter seiner speziellen Aufsicht wieder in den früheren Stand versetzt worden. Auch nicht der geringste Gegenstand der modernen Einrichtung war darin verblieben. Dann hatte er lüften und scheuern lassen, hatte eigenhändig die Vorhänge zugezogen und den Schlüssel, wie früher auch, an sich genommen. Margarete bückte sich und sah durch das weite Schlüsselloch in das Zimmer mit den herrlichen Deckengemälden. Wie Kirchenluft wehte es sie an, und die abgeblasten, transparenten Klatmuhn-Bouquets auf den Seidengardinen hauchten drinnen über Dielen und Wände einen schwachrötlichen Schein. Arme, schöne Dore! In ihrem kurzen Leben angebetet, auf den Händen getragen, hatte sie ihr ertrotztes Glück mit einem frühen Tode gebüßt, und nun sollten der Psyche auch noch bis in alle Ewigkeit die Flügel geknebelt sein, auf das sie immer wieder angstvoll gegen die zwei engen Wände des düsteren Ganges aufflattern müsse. Wie durch schweres Nebelwogen dämmerte in dem jungen Mädchen die Erinnerung an die Weißverschleierte auf. Die mächtigen Reiseeindrücke, die sie draußen in der Welt empfangen, das hochgesteigerte geistige Leben im Hause des berühmten Onkels, hatten diese Episode ihrer Kinderzeit ziemlich aus ihrem Gedächtnis verwischt. So zwar, dass sie schließlich selbst oft gemeint, der ganze seltsame Vorfall sei doch wohl auf den Ausbruch ihrer damaligen schweren Nervenkrankheit zurückzuführen. In diesem Augenblick jedoch, wo sie wieder vor derselben Türe stand, aus welcher das Huschende damals gekommen war, und schräg gegenüber den riesigen Kleiderschrank stehen sah, hinter welchem sie sich versteckt, da gewann der Vorgang wieder scharfe Umrisse, und es war ihr plötzlich, als müsse sie auch jetzt, wie in jenem Moment, das Geklapper der forteilenden kleinen Absätze wieder hören. An dem Schranke steckte der Schlüssel, dem ein mächtiges Schlüsselbund anhing. Margarete öffnete die nur angelehnte Türe weit und sah, dass Tante Sophie verschiedenes Gerät auf das obere Regal gestellt hatte, um es während der Zimmerrenovierung in Sicherheit zu wissen. An den Haken aber hingen die kostbaren Brokatschleppen der Urgroßmütter noch in Reih und Glied, wie sie es vor Jahren oft gesehen. Wie auf einem Tulpen- und Hyazinthenbeet flammten da alle starken Farben, und dazwischen funkelte Gold- und Silbergewebe und schweres Borden- und Tressenwerk, ein bedeutendes, totes Kapital, das die Pietät und der Stolz des alten Handelshauses unberührt im Schranke zerbröckeln ließ. Tief in der dunkelsten Ecke schimmerte auch ein Streifen der smaragdfarbenen Schleppe, in welcher sich die schöne Dore hatte malen lassen. Margarete zog das köstliche Fundstück ans Tageslicht. Ja, Tante Sophie hatte recht, wenn sie behauptete, in alten Zeiten habe man für sein Geld solider gekauft. Das echte Silber der eingewebten Blumen schimmerte, das Grün war vollkommen frisch und unverglichen, und nur in den Falten zeigte sich der dicke, starrende Seidenstoff etwas brüchig. Es war ein enges, schmales Mieder, an welches das Herz der jungen Frau Dore einst geklopft hatte. Margarete meinte, es müsse auch ihr selbst passen. Und da hatte plötzlich der Kindskopf der lustigen Gretel die Oberhand. Ganz nah an der Wand lehnte auch ein hoher Pfeilerspiegel. Er stand den Bildern gegenüber. Es schreckte die junge Übermütige nicht, daß es just die hohe stolze Gestalt des Urgroßvaters Justus war, die der Spiegel zurückwarf. Sie löste das Kragenband vom Halse und band sich die Lockenfülle hoch über die Stirn zum Toupet. Die sternförmige Brosche und die dazugehörigen Ohrringe und Manschettenknöpfe von böhmischen Granaten mußten die Rubinsterne vertreten, und für einen ersten flüchtigen Blick täuschten sie auch hinlänglich. Es war doch wunderbar, daß die Natur noch einmal an Größe und schmächtigem Wuchs genau dieselbe Gestalt geschaffen hatte, wie sie einst vor einem Jahrhundert durch das Lamprechtsche Haus gewandelt war. Das Mieder schmiegte sich glatt und faltenlos an den Leib des jungen Mädchens, und das silberstoffene Tablier des Rocks berührte gerade ihre Fußspitzen. Sie erschrak vor sich selbst, als sie die letzten Spangen des Brustglatzes festgenestelt hatte und noch einmal vor den Spiegel trat. Sie sah auch ein wenig scheu zur Seite, wo neben ihrer Schulter die Augen des Justus Lambrecht aus dem Düster des Ganges glühten und seine beringte Hand so plastisch dort auf dem großen Folianten lag, als werde sie sich im nächsten Augenblick von der Leinwand lösen und nach der Vermessenen herübergreifen. Nun, die frevelhafte Maskerade sollte rasch ein Ende haben. In wenigen Minuten hing das Kleid unversehrt wieder im Schranke, freilich nicht, ohne dass Tante Sophie die moderne Ahnfrau gesehen hatte. Mit unwillkürlich verlangsamten Schritten und Bewegungen trat sie aus dem Gange. Die Schleppe rauschte mit einem förmlichen Getöse über die rauen Dielen. In diesem panzerartig klirrenden Staatsgewande wäre der schönen Dore das lautlose Huschen freilich nicht möglich gewesen. Der Hausknecht kam eben aus dem großen Salon und schritt durch den Flursaal nach dem Ausgang. Bei dem herankommenden Geräusch wand er arglos den Kopf zurück und schoss gleich darauf entsetzt mit einem grotesken Sprung zur Türe hinaus, die er rasselnd hinter sich zuschlug. Margarete lachte über den Effekt und trat über die Schwelle des großen Salons. Aber sie wich betretend zurück, denn die Tante war nicht allein. Onkel Herbert stand neben ihr am Fenster. Gestern Nachmittag um dieselbe Zeit nun wäre es ihr sehr gleichgültig gewesen, ob der Onkel dort gestanden oder nicht. Er hatte ja nie zu denen daheim gehört, an die sie besonders gern oder gar mit Heimweh gedacht. Und auch das erste Wiederbegegnen bei ihrer Heimkehr hatte ihr keinerlei Interesse für ihn geweckt. Seit gestern Abend jedoch, wo sie einige Stunden droben bei den Großeltern mit ihm zusammen gewesen war, hatte sie ihm gegenüber das seltsame Gefühl eines moralischen Unbehagens. Nicht, dass sie sich durch die enthusiastische Verehrung der Großmama für den wohlgeratenen Herrn Sohn oder den unverkennbaren Respekt, welchen ihr Vater dem jungen Schwager entgegenbrachte, hätte beeinflussen lassen. Sie wußte ja, dass jene beiden leider nur dem Glück gehuldigten, welches sich an seine Fersen zu hängen schien und einen Auserwählten in ihm sahen, weil Hochgestellte mit ihm wie mit ihresgleichen verkehrten. Das bestach sie nicht. Nur der Großpapa, der sonst so gerade unbestechliche Charakter, hatte sie stutzig gemacht. Es war doch kaum zu glauben, dass er völlig blind sei gegen die Art und Weise, wie sein Sohn Karriere machte, dass er nicht wisse, welche Mächte ihn mühelos über Staffeln hinweghoben, die andere erst nach jahrelanger Aufbietung aller eigenen Kraft zu erringen vermochten. Und doch hatte dem alten Manne gestern inniges Wohlgefallen und väterlicher Stolz frank und frei aus den Augen gestrahlt. Er hatte wiederholt gegen das moderne Strebertum geeifert, das nie nach der Lauterkeit der Mittelfrage um empor zu kommen. Fuchsschwanz und Katzenbuckel und die Tatüfs seien wieder einmal an der Tagesordnung, und der rechtschaffende deutsche Sinn müsse sich vor den Nachbarsleuten schämen, die es mit ansehen, wie diese schleichenden und buckligen Figuren auf dem großen Schachbrett Fuß zu fassen suchten. Fühlte er in verblendeter Vaterliebe den Pfahl im eigenen Fleische nicht, oder verstand es der Herr Landrat, ihm Sand in die Augen zu streuen? Der hatte so gemütsruhig dabei gesessen, als sei dieses Anathema ganz in Ordnung. Nicht ein einziges Mal war ihm das Rot der Verlegenheit oder die Beschämung in das Gesicht getreten. Er hatte seine Zigarre geraucht und die feinen blauen Duftringel nachdenklich mit den Augen verfolgt, wenn er aber gesprochen, dann hatte es stets Hand und Fuß gehabt, wie Tante Sophie sich auszudrücken pflegte. Übrigens mochte doch der wahre Kern dieses Charakters sein, wie er wolle. Das forcht sie nicht weiter an. Es verdroß sie nur, dass er sich im Urteil über die beiden Kinder seiner verstorbenen Schwester so gleich geblieben war. Der exemplarisch fleißige Reinhold von Ehedem schien für ihn nichts von seinen Tugenden eingebüßt zu haben, während er offenbar der wilden Hummel auch heute noch nichts Gutes zutraute. Und hatte er nicht recht? Reinhold ging in seinem Berufe auf. Er war der kühle Verstand selbst, und in ihrem Kopf spukten noch heute die tollen Fasnachtsscherze, wie Figura zeigte. Die Glut des Ärgers im Gesicht versuchte sie, sich ungesehen zurückzuziehen. Die beiden dort wendeten ihr den Rücken zu, sie schienen auf dem Fenstersims liegende Gegenstände zu betrachten, und das Rasseln der draußen zugeschlagenen Türe mochte für ihr Ohr das Rauschen der Schleppe übertönt haben. Nun aber war es wieder so still, dass die erste Rückwärtsbewegung des jungen Mädchens die am Fenster stehenden aufmerksam machte. Tante Sophie wandte sich um und schien einen Moment sprachlos, dann aber schlug sie die Hände zusammen und lachte laut auf. »Beinahe wär's dir geglückt, Gretel! Ach ja, Geld! Ein Hauptspaß wär's gewesen, wenn sich die alte Tante auch einmal gegrault hätte. Nun, damit war's nichts, aber es hat mir doch einen Stich gegeben durch und durch.« Sie drückte unwillkürlich die Rechte auf die Brust. »Lass dich nur um Gottes Willen vor Bärbe nicht sehen. Nein, wie du doch der armen Dore ähnlich bist in der Tracht. Und hast doch kein Tröpfchen Blut von ihr in den Adern. Hast ja auch sonst ein ganz anderes Gesicht mit deinem schmalen Näschen und den Grübchen in den Backen.« »Gewisse Züge um Mund und Augen und die Haltung des Kopfes machen die Ähnlichkeit,« fiel der Landrat ein. »Die schöne Dorothea hat es in ihrer Oppositionslust kühnlich mit den Vorurteilen der Welt aufgenommen, wie ihr ungepudertes Toupet und ihre Heirat beweisen. Sie muß Eigenwille und Übermut in hohem Grade besessen haben, und diese Charaktereigenschaften geben einen besonderen Stempel.« Margarete hob gleichmütig die Augen nach dem gegenüberhängenden Spiegel, der ihre ganze Gestalt zurückwarf. »Ja, wahr ist's. Es liegt viel kindlicher Übermut in der dummen Maskerade. Aber Spaß macht sie mir doch, köstlichen Spaß. Und wenn alle Welt die Nase darüber rümpft, es war doch wonnig, in das Staatskleid unserer weißen Frau zu schlüpfen. Und wahr ist's auch, daß ich gerne mit den Vorurteilen der Welt anbinde. Ein Staatsverbrechen, das natürlich gesetzten Leuten die Haare zu Berge treiben muß. Und darum hast du ganz recht, Onkel Herbert, mir den Text zu lesen, wenn auch nur in der verblümten Form der Satire.« Sie zupfte die schöne niederländische Spitze am Brustglatz und Ärmel so ruhig und sorgsam zurecht, als sei sie vorhin nicht einen Augenblick außer Fassung gewesen und trat tiefer in das Zimmer herein. »Ich fürchte nur, du kommst auch jetzt nicht weiter mit mir als damals, wo meine Schreibehefte und das Heersagen der französischen Vokabeln dir die Nerven irritierten,« fuhr sie achselzuckend fort. »Ich schreibe nämlich heute noch wie mit dem Zaunpfahl, und vor Pariser Ohren lasse ich mein bisschen thüringisch-französisch aus guten Gründen nie laut werden.« »Geh, übertreib's nicht, so schlimm wird's nicht sein,« sagte Tante Sophie lachend. »Aber komm einmal her und zieh dir den Schaden an.« Sie nahm die Scherben einer antiken Vase vom Fenstersims und legte sie auf den großen Tisch inmitten des Zimmers. »Ich behüte die Sachen hier oben mit Augen und Händen und hab auch bis jetzt noch kein Unglück gehabt mit dem zerbrechlichen Zeug, und nun macht mir der dumme Mensch, der Friedrich, den Streich und wirf die Vase da vom Spiegeltisch. Und ich konnte nicht einmal zanken, dem armen Taps klapperten die Zähne aneinander vor Schreck, und es war fast zum Lachen, wie er seine paar Groschen aus der Tasche holte, um den Schaden zu bezahlen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Dukaten die paar Tonscherben da gekostet haben sollen. Ein unsinniges Geld war's, das ist gewiß. Vetter Gotthelf, dein Großvater Gretel, hat diese Vase aus Italien mitgebracht. Margarete war an den Tisch getreten. Imitation und noch dazu schlechte, sagte sie bestimmt nach kurzer Prüfung. Der Großpapa hat sich betrügen lassen, wirft die Scherben gedroht in den Schutt, Tante. Berbes geliebter Kaffeepott ist von ähnlicher Abkunft. Das klingt ja so entschieden, als spräche Onkel Theo bald selbst, sagte der Landrat vom Fenster her. Nun begreife ich, daß er seine Mitarbeiterin bereits schmerzlich vermißt. Mitarbeiterin? Sie lachte amüsiert auf. Seinen dienstbaren Geist, seinen Erdgnom, willst du sagen, so eine Art Wichtelmännchen, das geräuschlos den Ofen in der Bibliothek besorgt, was kein Dienstbote kann, das dann und wann eine Tasse starken Kaffees kocht und unbemerkt hinschiebt, wenn der große Forscher angestrengt arbeitet, und ab und zu eidechsenhaft still die Treppenleiter der Bibliothek hinauf- und hinabgleitet, um ihm mit der pünktlichen Bücherzufuhr die Quellenstudien zu erleichtern. Solch ein Wichtelmännchen! Ja, das bin ich! Und wenn hier und da etwas an mir hängen geblieben ist von dem Geist und dem Wissen, daß man dort gleichsam mit der Luft atmet, so ist das kein Wunder. Systematisch geordnet und wirklich brauchbar, aber ist das kunterbunte Chaos hier nicht. Sie tippte mit dem Finger gegen die Stirn. Wer verlangt das aber auch von einem Mädchenkopf? Geld, Onkel? Lächelnd warf sie das Vasenbruchstück auf den Tisch. Woher aber weißt du, daß Onkel Theobald meine kleinen Dienste vermißt? fragte sie plötzlich lebhaft aufblickend. Das kannst du erfahren. Meine Mutter hat vorhin einen Brief von Tante Elise erhalten. Du fehlst nicht allein in Onkels Studierstube. Auch im Salon der Tante, wo sich die Freunde des Hauses versammeln, wird deine schleunige Rückkehr ersehnt. Herr von Billingen-Wackewitz ist wohl der Enfant Gaté in diesem Salon? Aus welchem Grunde glaubst du das? Ein helles Jirsrot stieg ihr in die Wangen, während sie die Brauen leicht zusammenzog. Er wandte den durchdringenden Blick nicht von ihrem Gesicht. Das will ich dir sagen. Ich möchte wetten, daß der lange eingehende Bericht der Tante keine fünf Zeilen aufzuweisen hat, in welchem der schöne Mecklenburger nicht figuriert. Er ist Tante Elisens Protégé und einer der wenigen Adeligen, die das Haus des Onkels, des alten Freiheitsschwärmers, besuchen, sagte sie, sich von ihm wegwendend, erklärend zu Tante Sophie. Der Landrat lehnte sich mit dem Rücken an Sims und Fensterkreuz. Also eine politische Inklination, Margarete, warf er spöttisch ein, Tante Elise schreibt anders darüber. Ihre Augen funkelten in tief verletztem Mädchenstolz, aber sie bezwang sich. Das sieht aus wie der Anfang eines Familienklatsches, und dazu sollte Tante Elise, die geistreiche Frau, ihre Feder hergeben, sprach sie mit ungläubigem Achselzucken. Er lachte leise, aber hart auf. Die Erfahrung lehrt, dass im Punkte des Ehestiftens die Frauen insgesamt, gleich viel, ob geistreich oder beschränkt, ein und dieselbe kleine Schwäche haben. Oh, ich bitt's mir aus, ich nicht, protestierte die Tante energisch. An solchen heiklen Dingen hab ich mir nie die Finger verbrannt. Rühmen Sie sich nicht zu früh, Fräulein Sophie, Sie könnten gerade jetzt stark in Versuchung kommen, warnte er sarkastisch. Herr von Billingen soll ein schöner Mann sein. Ja, er ist groß von Gestalt und hat ein Gesicht weiß und rot wie eine Apfelblüte, warf Margarete ein. Er sah nicht auf von seinen Fingernägeln, die er gelegentlich zu betrachten schienen. Vor allem trägt er einen Namen, der hoch angesehen und sehr alt ist, fuhr er unbeirrt fort. Jawohl, uralt, bestätigte Margarete abermals. Die Heraldiger streiten bis auf den heutigen Tag, ob das seltsame Gebilde in einem der Wappenfelder das Feuersteinbeil eines Höhlenbewohners oder ein Webstuhlfragment aus der späteren Pfahlbauzeit sein soll. Potz, tausend, was für ein Stammbaum, dafür müssen sich ja unsere dicksten Eichen verkriechen, meinte Tante Sophie mit schelmischem Augenblinzeln. Was so hoch willst du hinaus, Gretel? Die Augen des jungen Mädchens sprühten förmlich in Mutwillen. Mein Gott, warum sollte ich denn nicht? fragte sie zurück. Ist das Hoch-Hinaus-Wollen nicht ein Zug unserer Zeit? Und ich? Ein Mädchen? Ein Mädchen, das achtlot Gehirn weniger hat als die Herren der Schöpfung. Wie sollte ich mir darüber ein eigenes Urteil bilden und meinen eigenen Weg gehen wollen? Nein, so vermessen bin ich nicht. Ich laufe brav mit der Heerstraße der Tagesmode und sehe nicht ein, weshalb es mir nicht auch Spaß machen soll, mehr zu werden und den Staub meiner Abkunft von den Füßen zu schütteln. Na, das sollten unsere alten Herren da oben hören, drohte die Tante und zeigte auf einige noch nicht abgenommene Ölbilder, der aus ihrer Allonge-Perücke stolz und ernsthaft von der Wand herabschauenden Kaufherren. Margarete zuckte lächelnd die Achseln. Wer weiß, wie sie heutzutage mit ihrem strengen Bürgersinn fertig würden. Wir sind Kinder unserer Zeit und keine Spartaner, hörte ich kürzlich sagen, und so könnte es immerhin sein, dass die Alten mit Bienenfleiß in Kontor und Lagerräumen schaffenden Lamprechts es machten wie so viele jetzt und sich glücklich schätzten ihren Honig als Mitgift der Töchter in den leeren Stock irgendeines alten, hochangesehenen Geschlechts gießen zu dürfen. Das soll der Bürgerstolz heutigen Tages sein, so sagen die Leute. So sagen die Leute, wiederholte der Landrat kopfnickend. Selbstverständlich hast du diesen Ausspruch scharfer Zungen auch wieder nur von anderen. Natürlicherweise, bestätigte sie lachend, ich mache es genauso wie andere junge Mädchen auch. Ich plappere nach, Onkel, ich höre zu, wenn andere über die heutigen Zustände diskutieren und manches interessiert mich wirklich, so zum Beispiel die Kletterstange voll wünschenswerter Dinge, die jetzt in der Welt aufgerichtet sein soll. Und welcher die Streber in hellen Haufen zuströmen, nicht wahr, Margarete? unterbrach sie Herbert mit kaltem Lächeln. Ihr Blick, der dem seinen begegnete, verdunkelte sich. Jawohl, Onkel, solche, denen der ehrliche Heimatboden nicht gut genug, der gerade Weg nicht der beste ist. Manch braves Menschenkind soll bei dem Ansturm zu Boden getreten werden. Sonst soll das Klettern leicht sein, sagen die Leute. Man müsse immer nur auf die äußeren Signale achten, um Gottes Willen aber nie auf irgendeine innere Stimme wie die des Herzens oder der wahren Überzeugung, sonst falle man herab, wie der unberufene Nachtwandler vom Dach. Auch schöne Damenhände sollen manchmal helfen. Psst, machte Tante Sophie und hob den Zeigefinger in der Richtung des Treppenhauses. Es mochte ihr wohlgelegen kommen, dass draußen Schritte heraufpolterten und das Gespräch unterbrachen, welchem die übermütigen Anspielungen des jungen Mädchens eine peinliche Wendung zu geben drohten. Lauf und wirf das Kleid ab, Gretel, drängte sie. Dem Schritte nach ist's Reinhold, der heraufkommt und der kann selten einen Spaß vertragen, er wird leicht grob. Margarete floh nach der Türe, sie vermied es ängstlich, mit dem reizbaren Bruder in Kollision zu kommen, aber schon war es zu spät, Reinhold kam in Begleitung der Großmama den Flursaal entlang. Ende von Kapitel 11 Kapitel 12 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Malit Kapitel 12 Die Eintretenden prallten zurück vor der aus dem Rahmen gestiegenen schönen Dore, die sich wieder bis an den Tisch inmitten des Salons zurückgezogen hatte, die Stirn gesenkt, als erwartete sie widerspruchslos die Grobheiten, die auf ihr Haupt niederregnen sollten. Das ist wieder einmal ein verrückter Streich von dir, Grete. Den Tod könnte man davon haben, sagte denn auch Herr Lamprecht-Junior prompt, nachdem er zu Atem gekommen war. Ja, Holtchen, es war eine grenzenlose Albernheit, gab sie sanft lächelnd zu. Dabei ging sie von Türe zu Türe, um die offenen Flügel zu schließen. Für Reinhold war der Zug stets verderblich. Unsinn, murrte er, und folgte jeder ihrer Bewegungen mit verärgertem Blick. Das rauscht und rasselt, und das Silber stäubt ab von den morschen Fäden. Der Papa sollte nur kommen und sehen, wie du das kostbare Inventarstück über die Diele schleifst. Da wär's aus und vorbei mit seiner Vorliebe, die ihm geradezu über Nacht gekommen sein mußt. Tut er doch gerade, als hättest du in Berlin die Weisheit mit Löffeln gegessen. Reg dich nicht auf, bat sie. Ich gehe gleich. In wenigen Minuten hängt das Kleid an seinem Platze, und ich werde mich nie wieder daran vergreifen. Geh, sei gut. Sie legte bittend ihre zarten Fingerspitzen auf seine Hand, die er auf den Tisch gestützt, aber er schob sie weg. Ach, lass doch diese Kinder reihen, Grete, ich hab's von klein auf nicht leiden können, wenn man mir zu nahe kommt, das weißt du doch. Sie nickte lächelnd mit dem Kopfe, nahm vorsichtig das Kleid auf, um das Lärmen beim Hinausgehen zu verhindern, und ging zur Mitteltüre. An der Schwelle zögerte sie und wandte sich zurück. Was sind denn da für Dummheiten geschehen, hatte sie Reinhold sagen hören, und nun sah sie, wie er die Vasenscherben durcheinander warf. Ja, siehst du, Reinhold, das ist nun so ein kleines Malheur, wie es einem bei einer gründlichen Räumerei leicht passiert, sagte Tante Sophie achselzuckend. Sie vermied es geflissentlich, den eigentlichen Missetäter, den armen Taps zu nennen. Was? Ein kleines Malheur, wiederholte der junge Mensch ganz empört. Aber Tante, du scheinst auch nicht die blasseste Ahnung von dem Geldwert zu haben, der dir hier oben anvertraut ist. Bare zehn Dukaten hat diese Vase gekostet. Ich will es dir aus dem Inventarbuch beweisen. Bare zehn Dukaten. Ja, weiß Gott, es ist geradezu haarsträubend, wie oft aus Marotte mit dem Gelde gehaust wird. Der gute Großpapa ist auch so einer gewesen. Tausende stecken in dem Kram aus Olims Zeiten, den er zusammengeschleppt hat. Die Antiquitätenhändler wissen das und klopfen immer wieder an bei uns. Aber der Papa wird allemal grob und ich würge dann tagelang an dem Ärger über die unverantwortliche Verschwendung. Aber es wird auch einmal anders und dann weiß ich einen, der aufräumt. Da wird alles versilbert, alles, was nicht absolut nötig ist, zum Hausgebrauch. Er schüttelte den Kopf und warf die Scherbe mit seiner Hand auf den Tisch. Zehn Dukaten, ein Pappenstiel natürlicherweise, eine Lappalie für alle in unserem Haus, die nicht rechnen können. Na, sei nur ruhig, ich hab das einmal eins gründlich weg und brauche nicht auf euren Kontorstühlen zu sitzen, um zu wissen, was das Geld wert ist, unterbrach ihn Tante Sophie gleichgültig. Die Zehn Dukaten sind aber schon dazu mal zum Fenster hinaus gewesen. Auch der Klügste lässt sich einmal anführen mit nachgemachtem Zeug, wie das hier ist. Sie zeigte auf die Scherben. Wie? Nachgemacht? Wer sagt denn das? Margarete sagt es, sprach der Landrat, der langsam an den Tisch getreten war. Reinhold lachte laut auf. Die Grete? Die Grete? Diese da? Er zeigte mit dem Finger nach dem jungen Mädchen. Ja, deine Schwester, bestätigte Herbert mit festem, verweisendem Blick in das impertinent grinsende Gesicht des Neffen. Ich möchte dich übrigens bitten, den Ton, welchen du der Tante und deiner Schwester gegenüber noch so jungenhaft unmanierlich anschlägst, nunmehr zu ändern. Es ist dir Zeitlebens deiner reizbaren Nerven wegen sehr viel nachgesehen worden, allzu viel, wie ich fürchte, aber nun solltest du doch wissen, dass du auch Anstandspflichten hast. Reinhold hatte den Sprecher anfänglich ganz perplex angestarrt. Eine solche ernste Rüge aus diesem Munde war ihm neu, aber bei all seiner Unverfrorenheit war er doch ein feiger Bursche, der jedem Stärkeren aus dem Wege ging. Er nagte an seiner Unterlippe und wagte kein Wort der Erwiderung. Scheu wegsehend griff er in die Brusttasche, zog den Brief heraus und warf ihn auf den Tisch, so daß das sehr große Siegel oben aufzuliegen kam. »Herr, Grete, der Brief ist vorhin im Kontor für dich abgegeben worden, sagte er mürrisch. Nur des Wappens wegen, das fast so groß ist wie unser Herzogliches, bin ich die zugige Treppe hinaufgeklettert, sonst ist es mir sehr egal, wer dir schreibt.« Das junge Mädchen war feuerrot geworden. Der Übermut, der vorhin ihre ganze Erscheinung beseelt hatte, war kläglich zusammengesunken. Fast hilflos, mit einem angstvoll scheuen Blick nach dem Briefe, stand sie da wie ein tief erschrockenes Kind. »Das ist das Wappen des Herrn von Billingen-Wackewitz, Reinhold,« sagte die Frau Amtsrätin ganz feierlich, mit hörbarer Ergriffenheit. »Ich konnte dir manches heilig aufgehobene Billedou,« mit diesem herrlichen Siegel zeigen. Ein Fräulein von Billingen war früher Oberhofmeisterin bei unseren gnädigen Herrschaften. Sie war mir sehr gütig gesinnt und korrespondierte mit mir über unseren Frauenverein. »Mein Gott, wenn ich damals hätte denken sollen!« Sie brach ab mit einem fast verzückten Aufblick, schlang ihren Arm um die Taille der Enkelin und zog sie an sich. »Mein liebes, liebes Gretchen, du kleine Spitzbübin,« rief sie mit tiefer Zärtlichkeit, »also das ist der Magnet gewesen, der dich in Berlin festgehalten hat? Und ich bin so unverantwortlich kurzsichtig gewesen und habe dir Vorwürfe gemacht, während du berufen warst, ein unaussprechliches Glück in unser Haus zu bringen, solch eine blinde, ungerechte Großmama, Geld, Herzenskind, bist du mir böse?« Die Enkelin entschlüpfte der Umarmung und trat um einige Schritte weg. Sie hatte ihre Fassung wiedergewonnen. »Ich habe keinen Grund, böse zu sein. Ein solches Gefühl würde sich auch wenig schicken für die Enkelin,« sagte sie fast trocken und zupfte ordnend mit einem Seitenblick nach Reinhold an den Spitzen des kostbaren Inventarstücks. »Solche Extravaganzen dürfen wir uns nicht erlauben, solange ich im Staatskleid der schönen Dore stecke. Reinhold wird zanken.« »Ach, wüsste er, was ich weiß,« entgegnete die alte Dame mit schalkhaftem Augenblinzeln, »dann würde er nur mit mir finden, daß dir die Robe außer gleichlich steht. Ja, so wie ich dich da vor mir sehe, mit der wirklich vornehmen Haltung und dem, nun, auch eine Großmama darf einmal schwach sein in ihrer großmütterlichen Eitelkeit, dem durchgeistigten, bekannten Gesichtchen, ja, so könntest du dich getrost den illustren Frauengestalten anreihen, die in einem gewissen Saale von den Wänden blicken. Auch mit den wilden Haaren und den jungen Manieren, Großmama?« Die Frau Ansrätin wurde ein wenig rot und hob beide Hände empor. »Liebes Kind!« »Doch nein«, unterbrach sie sich, »ich will heute still sein. Morgen oder vielleicht auch erst in einigen Tagen wirst du mir viel zu sagen haben. Unendlich fiel, mein Kind, was mich lebenslang beseligen wird. Ich weiß es. Bis dahin will ich mich bescheiden.« Margarete antwortete nicht. Mit scheuen Fingern griff sie nach dem Briefe, schob ihn in die weite Kleidertasche und ging hinaus, um die Staatsrobe wieder an Ort und Stelle zu bringen. In diesem Augenblick erinnerte sich auch die Frau Amtsrätin, dass sie ja eigentlich nur heruntergekommen sei, um sich bei Tante Sophie ein Tortenrezept auszubitten. Der Herr Landrat aber, der ja auch nur hier eingetreten, weil er draußen im Vorübergehen das Geräusch der stürzenden Vase gehört, hatte Hut und Stock vom Tisch genommen und war mittlerweile in den Flursaal hinausgegangen. Er stand vor dem nächsten Buffet und besah anscheinend sehr interessiert die alten Humpen und Becher, als Margarete an ihm vorüber nach dem Gangeschritt. Du wirst mir später einmal viel abzubitten haben, Margarete, sagte er halblaut, aber mit Nachtrug über die Schulter hinweg zu ihr. Ich, Onkel? Sie hemmte ihre Schritte und trat verstohlen lächelnd näher. Mein Gott, sofort, auf der Stelle soll es geschehen, wenn du es wünschst. Töchter und Nichten müssen das und können es auch getrost unbeschadet ihrer Mädchenwürde. Er wand sich voll nach ihr um, zugleich warf er aber auch auf den ankommenden Reinhold einen so streng und finster zurückweisenden Blick, dass der lange Mensch betroffen kehrt machte und mit den beiden alten Damen den Flursaal verließ. Du scheinst die Jahre, während welcher wir uns nicht gesehen haben, für meine Person doppelt zu rechnen, sagte Herbert finster. Ich komme dir wohl sehr alt und ehrwürdig vor, Margarete. Sie buck ihr Gesicht ein wenig zur Seite und die übermütigen Augen huschten musternd über seine Züge. Nun, weißt du, gar so schlimm ist's nicht, ich sehe noch kein einziges graues Haar in deinem schönen Barte. Schlimm genug, dass du bereits danach suchst. Er sah einen Moment weg durch das nächste Fenster. Es war mir ein wenig verwunderlich, bei deiner Ankunft so respektvoll von dir begrüßt zu werden. Meines Wissens hat mich immer nur Reinhold Onkel genannt, du nie. Du hast recht, ich nie, trotz so mancher Strafpredigt. Dein Onkel Gesicht imponierte mir nicht, gerade wie Milch und Blut ist's, sagte Bärbe immer. Ach so, und nun sind dir die Farben kreisenhaft genug? Sie lachte. Ach, das spricht ja nicht mehr mit, der Bart macht's, solch ein aristokratisch gescheitelter Kinnbart imponiert, Onkel. Er verbeugte sich ironisch. Und dann, als ich dich vorgestern Abend neben der schönen Dame sitzen sah, und du kamst dann heraus in den Flursaal, Zoll für Zoll der erste Beamte der Stadt, und deine ganze Erscheinung umleuchtet von dem Widerschein fürstlicher Vornehmheit, da kam mir das Respektgefühl geradezu überwältigend, und ich schämte mich furchtbar. Da muß ich ja wohl sehr entzückt sein, daß dir der Onkeltitel nun so flott von den Lippen kommt. Sie wiegte lächelnd den Kopf. Nun weißt du, so ganz unbedingt ist das nicht zu verlangen. Ich sehe recht gut ein, daß es nicht angenehm sein mag, von einem so alten Mädchen wie ich bin Onkel genannt zu werden. Aber ich kann dir nicht helfen. Wir armen Lamprechtskinder sind ohnehin zu kurz gekommen. Wir haben nur diesen einen Mutterbruder, und wenn auch nur ein Stiefonkel, mußt du es jedoch gefallen lassen, zeitlebens Onkel Herbert zu bleiben. Nun gut, ich bin's zufrieden, liebe Nichte, aber du wirst nun auch wissen, daß du diesem anerkannten Onkel gegenüber die Pflicht des Gehorsams übernimmst. Sie stutzte, aber sofort ging auch ein Strahl des Verständnisses durch ihre Züge. Ach, du meinst das! Sie legte die Hand dunkel errötend auf die Tasche, in welcher das angekommene Schreiben steckte, und in ihren Augen klomm es feindselig auf. Er sah nur mit halbem Blick hin und schwieg. Ja, das ist's, nickte sie mit Bestimmtheit. Du denkst genau wie die Großmama. Ihr seid stolz auf die Aussicht, die sich mir bietet, und öffnet dem freier Herz und Arme, ohne ihn je gesehen zu haben. Wozu auch? Kennt ihr doch seinen Namen, mehr braucht es nicht. Nun kennst du aber auch den Querkopf deiner Nichte, und vielleicht beschleicht dich die geheime Furcht, dass sie den grenzenlos dummen Streich machen könnte, lieber Grete Lambrecht bleiben zu wollen. Da ist ein Recht mehr gegen den Oppositionsgeist von großem Wert für die Familie. Das Haus Marschall ist im Begriff weit über die Wolken zu steigen, und da verlangt es das eigene Interesse, dass auch die Verwandten Lambrechts höher gehoben werden. Es ist erstaunlich, wie scharfsinnig du bist. Sie lachte. Nein, Onkel, das Kompliment weise ich zurück. Du denkst zu schmeichelhaft von mir. Der da, sie hob den kleinen Finger der Rechten, der sagt mir es nicht. Für mich ist die ganze Luft unseres Hauses beseelt und lebendig. Aus allen Gängen und Treppenwinkeln wispert und flüstert es mir zu, denn ich unseren Hausgeisterchen verstanden und wie sie mir früher von den alten Zeiten zuraunten, von den Silberfäden des Lein, die sich draußen auf Handelswegen verwandelt und als eitel Gold in die Truhen meiner Urväter zurückgeflossen seien, so flüstern sie jetzt von einem ganz anderen Glanz, von fürstlicher Huld und Gnade, von der Gunst schöner blaublütiger Frauen und von dem alten Blibäer Blut, das nach jahrhundertelangem Sammelfleiß nunmehr reif ist, in eine höhere Kaste aufzugehen. Ei, das sind ja ganz allerliebste Kobolde mit ihren kleinen Bosheiten, die die Luft vergiften. Man sollte nach ihnen fahnden. Mit deinen Gendarmen, Onkel? Das gäbe aber einen Spaß für die lustigen Kameraden. Sie würden erst recht an meinem Ohr niederhocken und weiter erzählen von dem neuen Theaterstück in Lambrechts Haus, in welchem sogar das dumme Ding die Grete mitspielen soll. Ein Freiherrnkrönchen auf das Struwelhage setzt und die Wandlung sei fertig, meinen sie. Aber weißt du, Onkel, ein ganz klein wenig Stimme habe ich doch auch dabei, meinst du nicht? Das kleine Wörtchen Ja muss doch auch gesagt werden. Und da nehmt euch nur in Acht, dass der Vogel nicht davon fliegt, ehe er gesungen hat. Mich fangt ihr nicht. Es käme auf eine Probe an. Versuch's, Onkel. Sie sah halb über die Schulter nach ihm zurück und ihre Augen sprühten auf, als sei sie sofort bereit, den Wettlauf der Geister anzutreten. Ich nehme die Herausforderung an, darauf verlasse dich. Aber das merke dir. habe ich den Vogel einmal, dann ist's um ihn geschehen. Ach, das arme Ding, da muss es singen, wie du pfeifst, lachte sie, aber ich fürchte mich nicht, ich bin eine Spottdrossel, Onkel, und könnte dich leicht auf den verkehrten Weg locken. Sie verbeugte sich graziös unter heimlichem Lachen, schritt eilig nach dem Gang hinter der Frau Dorothee ins Sterbezimmer und während sie mit flinken Händen die Spangen des Kleides löste, hörte sie, wie der Landrat den Flursaal verließ. Zugleich wurde aber auch die Stimme ihres die Treppe heraufkommenden Vaters laut. Die beiden Herren begrüßten sich, wie es schien unter der Tür, dann fiel diese zu und der Kommerzienrat ging nach seinem Zimmer. Er war schon in aller Frühe nach Dambach geritten, war über Mittag draußen geblieben und kam eben heim. Es drängte sie, ihn zu begrüßen, umso mehr, als er heute Morgen düster schweigend mit finsterem Gesicht zu Pferde gesessen und für ihr fröhliches Guten Morgen vom Fenster aus kaum ein leichtes Kopfnicken und kein Wort der Erwiderung gehabt hatte. Das war ihr schmerzlich auf das junge, froh gestimmte Herz gefallen. Aber Tante Sophie hatte sie getröstet. Das sei wieder einmal solch ein schlimmer Tag, wo man sich stillschweigend zurückhalten und ihm aus dem Wege gehen müsse, hatte sie gemeint. Er wisse da selbst am besten, was ihm Not tue, um das schwarze Gespenst loszuwerden. Das sei ein Ritt in die frische Luft hinaus und Zerstreuung draußen im Fabrikgetriebe. Abends werde er schon zugänglicher zurückkommen. Die Brokatschleppe der schönen Dore hing wieder in der tiefsten Schrankecke und Margarete war eben im Begriff ihr Haar zu ordnen, als sie abermals die Zimmertür ihres Vaters gehen hörte. Er trat wieder hinaus und ging den Flursaal entlang. Er kam rasch näher und es schien, als schreite er direkt dem Gange zu. Margarete erschrak. Sie nicht hier von ihm sehen lassen, wußte sie doch nicht, in welcher Stimmung er heimgekommen war und wie er ihr mutwilliges Attentat auf das ehrwürdige Inventarstück des Hauses beurteilen würde. Ein wahres Angstgefühl packte sie. Unwillkürlich schlüpfte sie in den Schrank, schmiegte sich tief in die Seidenwogen, es war ihr, als versinke sie in rauschenden Gewässern und zog Merzienrad um die Gang Ecke. Durch die schmale Türspalte konnte ihn die Tochter sehen. Der Ritt in die frische Luft und das Fabriktreiben in Dambach hatten nicht an das gepräge schwarzer Melancholie gerührt, welche diese schöne Männererscheinung für alle im Hause oft so furchterweckend machte. Er hatte einen kleinen Strauß frischer Rosen in der Rechten und schritt achtlos zwischen den Bildereien seiner Vorfahren hin. Nur das Ölbild der schönen Dore, welches schräg zwischen die Schrankecke und die Wand gelehnt, ihm die bezaubernte Gestalt gewissermaßen entgegentreten ließ, schien eine unheimliche Wirkung auf ihn zu üben. Er fuhr zurück und legte die Hand über die Augen, als befalle ihn ein Schwindel. Dieses Erschrecken war begreiflich. Drüben im roten Salon, hoch an der hellen Wand, trat das Dämonische dieser Schönheit nie so sieghaft hervor, wie hier im spukhaften Halbdunkel. Er murmelte leidenschaftliche Worte in sich hinein, packte wie in einem Wutanfall das schwere Bild und kehrte es gegen die Wand. Der Rahmen schlug hart an das Mauergestein und krachte in den Fugen. Der erschrockenen Tochter stockte der Atem. War plötzlich die Flamme des Irrsinns empor, als müsse die gewalttätige Hand zerstörungswütig das stille Kaufmannshaus zum Schauplatz grauenvoller Ereignisse machen. Aber das Furchtbare geschah nicht. Mit dem Verschwinden der Frauengestalt in der dunklen Ecke schien auch der Sturm des in der Seele aufgeregten Mannes beschwichtigt. Er schritt weiter, dicht an der Tochter vorüber, sodass sie durch die klaffende Türspalte sein heftiges Ausatmen zu spüren meinte. Gleich darauf rasselte der Schlüssel im nächsten Türschloß. Der Kommerzienrat trat ein, zog den Schlüssel wieder ab und schob drinnen den Riegel vor. Ein Grauen überschlich die Lauschende. Was tat er drinnen, so allein mit seinen dunklen Gedanken in den öden verstaubten Räumen? Niemand im Hause sei mit keinem Fuß wieder in den Gang gekommen, dazumal müsse ihm doch gar zu arg aufgespielt worden sein, denn für nichts und wieder nichts gebe kein beherzter Mann so jämmerlich fersen gelt, daß er sich nicht wieder zurück traue. Nun war er doch drin, wie vergraben in der tiefen Stille und Dämmerung, denn kein Laut drang heraus. Vielleicht war es aber gerade diese Grabes ruhige Abgeschiedenheit, die er schließlich suchte, wenn er im Weltgetriebe seinen bösen Dämon nicht abzuschütteln vermochte. Sie besänftigte wohl den inneren Sturm, das heiße, kranke Blut, das ihm so beängstigend den Kopf verdunkelte. Ja, er war krank. Es war nicht, wie die Großmama fälschlich behauptete, ausschließlich der Gram um ihre verstorbene Mutter, der ihn so furchtbar verändert, war er doch in den ersten Jahren nach ihrem Tod nicht so verbittert und schwarzgallig gewesen. Nein, er war krank. Wahngebilde verfolgten und marterten ihn. Das hatte kennen müssen. Er, der streng gerechte, pünktliche Chef der hochgeachteten Firma Lamprecht, der stolze Mann, auf dessen Ehre auch nicht der leiseste Makel haftete, er bildete sich plötzlich ein, es könne eine Zeit kommen, wo man mit Fingern auf ihn zeige, wo er verfehmt sein werde in Kreisen, denen sein falscher Ehrgeiz unablässig zustrebte. Das Herz krampfte sich ihr zusammen vor Weh, indem sie sich vergegenwärtigte, wie er vor ihr, seinem Kinde, in jenem Augenblick fast flehend gestanden und an ihre Mithilfe, ihre kindliche Treue appelliert hatte. So weit hatte ihn die tückische Krankheit bereits gebracht. Einen Moment noch horchte sie nach der verriegelten Tür hin. Es blieb totenstill dahinter. Dann stieg sie mit zitternden Knien aus ihrem Versteck, raffte ihre vorhin abgeworfenen Oberkleider zusammen und flog nach einem der vorderen Zimmer, um dort ihren Anzug schleunigst wieder in Ordnung zu bringen. Welch ein Glück, daß der Papa nicht zehn Minuten früher nach Hause gekommen war. Versetzte ihn schon die gemalte leblose Leinwand in eine so hochgradige Aufregung, was wäre wohl geschehen, wenn er das unselige Weib scheinbar leibhaftig jählings vor sich gesehen hätte. Daß die Mummerei bereits ein anderes Unheil angerichtet, daran dachte ihre Seele nicht. Seit einer halben Stunde saß er drunten auf der Küchenbank, der erschrockene Hausknecht. Die zitternden Beine trugen ihn noch immer nicht, und die sonst so schön rot lackierten Backen blieben blass. Die ganze Küche roch nach Likör, nichts besseres als das, hatte Bärbe gesagt, und ihm ein beträufeltes Stück Zucker um das andere in den Mund geschoben. Und das ganze Hausgesinde stand um ihn herum und konnte sich nicht satt hören und graulen. Nein, 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 ein für allemal nicht, wiederholte er zum so und so vielten Male entschieden. Ich rühre sie nicht wieder an, nicht um die Welt, mag sie doch sehen, wie sie wieder hinaufkommt an ihren Haken. Ich und was zerbrechen, du lieber Gott, meinen Pfeifenkopf hab ich nun schon an die vierzehn Jahre und soll mir mal einer herkommen und auch nur ein Ritzchen daran finden. Und zeigen sie mir Sie können's nicht, mit dem besten Willen können sie's nicht, so was gibt's nicht bei mir. Und da oben fliegt mir das Ding, die Vase nur so aus der Hand, so ein unheimlicher Puff von hinten an den Ellenbogen und Krach, da liegt die Bescherung am Erdboden. Und das war die Strafe, weil ich sie von ihrem Platz genommen hatte, die boshaftige. Ich dachte es mir gleich und wollte nicht. Die Stube wird ja nicht tapeziert, Fräulein, sagte ich, das Bild könnte am Ende hängen bleiben. Aber Fräulein Sophie glaubt ja an nichts. Das Bild musste runter, absolut runter, und ich, armer Teufel, krieg die Prügel. Ja, den Schrecken verwinde ich in meinem Leben nicht. Und wie sie nachher auf mich zukam, just aus dem Rahmen raus, und das grüne Kleid rauschte und brauste, und die Karfunkelsteine glühten ihr auf dem Kopf, wie Funken aus dem höllischen Feuer. Da dachte ich, jetzt ist dein Brot gebacken, sie ist aus mit dir. Die Türe habe ich noch glücklich erwischt, und sie krachte fürchterlich hinter mir zu, aber auf der Treppe hat's mir doch noch eiskalt an den Hals gegriffen. Nichts mehr, sie kann ja nicht über die Tür schwelle, sagte Berbe, und reichte ihm ein Likörgläschen hin. So, nun nehmen sie mal den Schluck Pfefferminz Schnaps da, der bringt sie auf die Beine. Und dass ich euch sage, ihr Leute, die Geschichte bleibt unter uns. Bei der Herrschaft findet man ja doch keinen Glauben, und wenn man schwarz auf weiß brächte, und Jammerbase nur so an den Kopf geworfen und hat seinen Ärger weg. Und den Leuten in der Stadt dürfen wir auch die Mäuler nicht aufsperren, beileibe nicht. Die sind uns lamprechts ohnehin nicht grün. Unser großes Geschäft und das Ansehen und der unmenschliche Reichtum, das alles passt den Neidhammel nicht. Für die ist ein Unglück in unserem Haus so gut wie Zuckerbrot. Und ein Unglück gibt's, das steht fest. Dazu mal, wie unser Gretchen beinahe gestorben ist, da hat es da oben auch so lange rumort, bis sie uns das Kind halbtot ins Haus brachten. Da heißt's nun, die Ohren steif halten und aufpassen. Ich sage euch, nehmt Feuer und Licht in Acht, das ist unsere Sache. Was freilich sonst geschehen soll, daran kann unser einer nichts ändern. Mich überläuft eine Gänsehaut. Sie streifte zur Beweisführung den Ärmel vom Arm zurück. Jeden Augenblick kann's kommen. Jeden Augenblick. Ende von Kapitel Zwölf Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 13 von Die Frau mit den Karfunkelstein Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Malet Kapitel 13 Und in der darauf folgenden Nacht war es wirklich als Heule eine wehklagende Stimme diese Prophezeiung nach auch über den Markt und die ganze Stadt hin Der erste Oktobersturm brauste durch das Land Die Raben hatten den ganzen Nachmittag in großen Schwärmen wie toll über der Stadt gekreist und abends war die Sonne wie in einem Blutmeer untergegangen Der Glutschein hatte noch lange auf den Turmspitzen und Kirchendächern gelegen und nun kam's Die ganze Nacht hindurch fauchte und johlte es in den Lüften und gönnte sich selbst kein aufatmen und als es wieder Tag wurde da pfiff die Sturmmelodie erst recht durch die Straßen Die Leute die über den hoch gelegenen Markt gingen konnten sich kaum auf den Füßen erhalten und um die Straßenecken flogen Hüte und Mützen in förmlichen Wirbeltanz Die Frau Amtsrätin ärgerte sich ihre zarten Füßchen waren ein wenig unsicher und wackelig geworden Bei starkem Wind traute besuche mit der heimgekehrten enkelin in der stadt unterbleiben margarete war desto zufriedener ihr erschien der freigewordene nachmittag wie geschenkt sie saß droben im wohnzimmer der großmama und half der alten dame mit flinken fingern an der großen prachtvollen stickerei der teppich solle auf herberts weihnachtstisch kommen wurde ihr geheimnißvoll zugezischelt eigentlich aber sei er dazu bestimmt im künftigen jungen haushalt vor dem damenschreibtisch zu liegen und margarete stickte unverdrossen an den blütenbüscheln auf welche der fuß der schönen heloise treten sollte um vier uhr kam auch der herr landrat vom amte heim er hatte nebenan sein arbeitszimmer eine zeitlang hörte man drüben leute kommen und gehen der amtsdiener brachte aktenbündel ein gendarme machte eine meldung auch bittende stimmen wurden laut und margarete mußte denken wie doch die tiefe behütete stille in den oberen regionen des alten kaufmannshauses völlig verscheucht sei durch bewohner die den namen lamprecht nicht führten das das sich die alten kaufherren auch nicht träumen lassen es war immer ihr stolz gewesen das mächtige vorderhaus allein zu bewohnen und das obere stockwerk lieber leer stehen zu lassen auf das kein fremder fuß das recht habe ihre schöne breite treppe auf und ab zu wandern und profanen lärm zu machen trotz des sturmes ja gerade in einem moment wo die fenster aus dem prinzenhof gebracht der frau amtsrätin zitterten die hände vor freude über die aufmerksamkeit sie breitete schleunigst ein verhüllendes tuch über den weihnachtsteppich und rief den sohn herüber nachdem sie den boten mit einem reichen trinkgeld entlassen der landrat blieb einen augenblick auf der schwelle stehen als sei er betroffen noch jemand außer seiner mutter im zimmer zu finden dann kam er näher und grüßte nach dem fenster hin an welchen margarete saß guten tag onkel erwiderte sie seinen gruß freundlich gleichmütig und strickte an dem teppichende weiter das unter dem tuch hervorsah er zog flüchtig die brauen zusammen und warf einen zerstreuten blick auf den obstkorb den ihm seine mutter entgegen hielt seltsame idee bei solchem wetter einen boden in die stadt zu jagen sagte er das hat doch zeit nein herbert unterbrach ihn die und dann du weißt ja daß man draußen nicht gern einige tage vergehen läßt ohne daß gegenseitig lebenszeichen ausgetauscht werden welch köstlicher duft ich werde dir gleich einen teller voll birnen und trauben arrangieren und hinüberstellen danke schön liebe mama freue dich nur selbst daran ich erhebe keinen anspruch die aufmerksamkeit gilt einzig und allein dir damit ging er wieder hinaus er ist empfindlich weil das liebeszeichen nicht direkt an ihm selbst adressiert war flüsterte die frau amtsrätin der enkelin ins ohr während sie nach ihrer brille griff und die arbeit wieder aufnahm mein gott noch kann und darf ja heloise nicht in der weise vorgehen er ist so scheu verschlossen so unbegreiflich wenig selbstbewußt und scheint fast zu hoffen daß sie zuerst das entscheidende wort herbeiführen soll dabei ist er furchtbar eifersüchtig selbst auf mich auf seine selbstlose mama wie du eben gesehen hast ja kind daran wirst du nun auch deine erfahrungen machen setzte sie laut in neckendem tone hinzu und war damit wieder bei dem thema angelangt das der bote vorhin unterbrochen sie versuchte die fensternische zum beichtstuhl zu machen es handelte sich um das schreiben des herrn von billingen wackewitz margarete hatte das papier gestern abend noch verbrannt und die ablehnende antwort war bereits unterwegs darüber entschlüpfte er aber kein wort sie antwortete diplomatisch einsilbig und war innerlich empört daß die alte dame den namen des zurückgewiesenen einige male so laut und ungeniert nannte als gehöre er bereits zur familie es verletzte sie um so mehr als die thüre des nebenzimmers vorhin nicht fest genug geschlossen worden war der klaffende spalt erweiterte sich zusehends und wer drüben aus und einging konnte jede dieser indiskreten bemerkungen hören die großmutter hatte die türe freilich im rücken und konnte nicht wissen daß sie offen stehe bis sie durch ein geräusch drüben aufmerksam wurde und sich erstaunt umdrehte wünschest du etwas herbert rief sie hinüber nein mama erlaube nur daß die türe ein wenig offen bleibt man hat mein zimmer überheizt die frau amtsrätin lachte leise in sich hinein und schüttelte den kopf er denkt wir sprechen von heloise und das ist selbstverständlich musik für sein ohr raunte sie der enkelin zu und sprach sofort vom prinzenhof und seinen bewohnern nicht lange mehr da fing es an zu dämmern die arbeit wurde zusammengerollt und weggelegt und damit waren auch die überschwänglichen schilderungen der großmama zu ende margareta atmete auf und verabschiedete sich schleunigst sie brauchte auch nicht einmal in das nebenzimmer zu grüßen die türe war längst wieder leise von innen zugedrückt worden im treppenhause fing sich der zugwind kein wunder in der belletage stand ein flügel des großen nach dem hofe gehenden fensters offen und der sturm der von norden her über das dach des packhauses kam schnopp direkt herein und zog wie orgeltonen den hallenden wänden hin beim herabkommen sah margarete ihren vater an dem fenster stehen der sturmwind fuhr ihm gegen die breite brust und zerwühlte das volle kraushaar auf seiner stirn willst du wohl heruntergehen rief er heftig in das tosen und klingen hinaus und winkte mit dem arme über den hof hin die tochter trat an seine seite er schrak zusammen und wandte ihr hastig sein tief erregtes gesicht zu der tollkopf dort will sich wahrscheinlich das genick brechen sagte er gepresst und zeigte nach dem offenen gang des packhauses dort stand der kleine max auf dem geländersims des ganges er hatte den linken arm leicht um den einen der holzpfeiler gelegt welche das weit hervorspringende dach trugen den anderen streckte er deklamatorisch in die brausenden lüfte hinaus und sang aber es war keine zusammenhängende melodie er schlug nur die einzelnen töne der skala an und ließ sie schwellen und aushallen als wolle er übergütig die kraft seiner kleinen lunge mit der des sturmes messen das waren die vermeintlichen orgeltöne gewesen übrigens mochte er den zuruf aus dem vorderhause nicht gehört haben denn er setzte von neuem ein der fällt nicht hin papa sagte margarete lachend ich weiß am besten was man in diesem alter riskieren kann das gebelg auf unserem obersten hausboden könnte ganz andere dinge von meinen seiltänzer künsten erzählen und der sturm kann ihm nichts anhaben er hat ihn im rücken freilich dem alten holzwerk da drüben ist nicht zu trauen sie zog ihr taschentuch hervor und ließ es zum fenster hinaus flattern dieses signal bemerkte der kleine sofort er verstummte und sprang von seinem hohen posten sichtlich erschrocken und verlegen machte er sich allerhand auf dem gange zu schaffen er mochte sich schämen beobachtet worden zu sein das kerlchen hat gold in seiner kehle sagte margarete aber er ist ein kleiner verschwender mit zwanzig jahren wird er wohl nicht mehr so unsinnig in den sturm hinein singen dann wird er das kostbare material zu schätzen wissen den bekommst du nicht in deine schreibstube papa das wird einmal ein großer sänger meinst du sein auge funkelte sie eigentümlich fast feindselig an ich glaube nicht daß er dazu geboren ist andere zu amüsieren damit griff er nach dem fenster um es zu schließen aber in demselben augenblick riß ihm ein heulender windstoß den fensterflügel aus der hand ein stoß von so erschütternder wucht wie er selbst in der vergangenen wilden nacht nicht die hausmauern erzitternd gemacht hatte was in den nächsten sekunden vorging die beiden vom fenster zurück taumelnden sahen es nicht sie meinten der orkan fege das alte kaufmannshaus und alles was in ihm lebe und atme mit einem einzigen ruck vom boden weg ein furchtbarer krach ein nervenerschütterndes getöse von stürzendem trümmerwerk dann ein momentanes verbrausen als erschrecke der wütherich selbst vor der zerstörung und wage es kaum an die undurchdringliche graugelbe wolke zu rühren die plötzlich den hof füllte das packhaus ja von dort her wogten und wallten die staubmassen mit einem wilden satze sprang der kommerzienrat an der tochter vorüber und die treppe hinab margarete flog ihm nach aber erst im hofe gelang es ihr seinen arm zu umklammern stumm vor entsetzen konnte sie ihm nicht sagen daß er sie mitnehmen solle du bleibst zurück gebot er und schüttelte sie von sich willst du auch erschlagen werden das waren laute die ihr durch mark und bein gingen und sie meinte zu sehen wie sich ihm das haar über dem verzerrten gesicht sträubte er stürmte fort und sie griff nach dem nächsten linden stamm um sich auf den füßen zu erhalten denn eben brauste es wieder über den hof hin ein wirbel fuhr in die staubwand trieb die kämpfenden wolken erstickend nach dem vorderhause und schleuderte sie dann hoch hinauf gegen den dämmernden himmel nun traten auch wieder feste umrisse aus dem schleierhaften gemenge das packhaus stand noch aber als kaum zu erkennende ruine die untere hälfte des schweren ziegeldaches die den offenen gang schützend und verdunkelnd weit überragt hatte war in ihrer ganzen länge herabgestürzt und hatte die stützpfeiler und das ganggeländer mitgerissen drunten türmten sich die trümmer bis über die fenster des erdgeschoss und noch rutschten gelockerte sparren und ziegel nach und stürzten prasselnd herab es war ein lebensgefährlicher von den niederregnenden nachzüglern schwer bedrohter weg der über den trümmerhaufen margarete sah angsterfüllt ihren vater über das chaos hinklettern hier versperrende balken zur seite schleudernd dort bis über die knie zwischen sparwerk und ziegelscherben einsinkend aber er kämpfte sich binnen weniger sekunden durch und verschwand im dunkel des torweges verschiedene aufschreie von den fenstern des vorderhauses her hatten seine anstrengungen begleitet und nun stürzten alle insassen des hauses in den hof hinaus dante sophie das gesamte dienstpersonal und fast zugleich auch die herren aus der schreibstube sie alle scheuchte der sturm sofort dahin wo margarete stand unter die linden an die festen mauern des weberhauses nun dem herrn konnte nichts mehr geschehen die mächtige torwölbung dort welche ihn aufgenommen rüttelte auch der wütendste orkan nicht um aber das kind das arme jüngelchen das war mit heruntergerissen das lag erschlagen unter der grausen last eben noch hatte es bärbe von ihrem küchenfenster aus auf dem gange stehen sehen das gesicht der alten köchin war fahl vor entsetzen wie das eines gespenstes aber noch im laufen und gegen den sturm kämpfend sagte sie mit zitternden lippen na ihr leute da ist's ja hat nun die alte bärbe recht oder nicht es war kaum zu verstehen so erstickt von staubsturm und schrecken klang die stimme aber gesagt mußte es werden tante sophie band ihr taschentuch um die flatternden haare und nahm ihre röcke fest zusammen ihr standen die worte noch nicht wieder zur verfügung aber hand und fuß waren flink zum handeln geblieben trotz der immer noch fallenden ziegel und holzstücke und des sie wütend umfauchenden sturmes rannte sie über den hof nach dem trümmerhaufen unter welchem das arme erschlagene jüngelchen liegen sollte und die andern folgten ihr unverweilt aber fast zu gleicher zeit erschien auch der kommerzienrat droben in der offenen küchenthüre welcher auf den gang hinaus führte er winkte abwehrend mit der hand zurück es ist niemand verunglückt rief er hinab nun gott sei dank die gesichter erhellten sich auf mochte doch nun noch von dem wackeligen dach herabfallen was wollte es that niemand weh und den sonstigen schaden heilten zimmermann und dachdecker man konnte getrost in die schützende hausflur na ja um ein haar war's geschehen sagte bärbel in resigniertem tone und rieb sich mit der schürze den staub vom gesicht es ist mir unbegreiflich daß der junge davongekommen ist rein unbegreiflich im allerletzten augenblicke stand er doch gerade noch beim geländer sie schüttelte ungläubig den kopf na es hat doch so sein sollen und es ist ja ein glück ein tausendglück daß nicht das allerärgste passiert ist für unser haus wär's ja auch ganz schrecklich gewesen und niemand von uns hätte in seinem ganzen leben wieder froh werden können sei nicht so einfältig bärbe vor reinhold auf sie hinein er war vorhin in der hausflur zurückgeblieben weil er im sturm mit recht seinen gefährlichsten feind fürchtete du tust ja wirklich als sei eines von unserer familien gefahr gewesen und die lamprechts hätten womöglich trauer anlegen müssen wenn der malerjunge verunglückt wäre albernes gewäsch aber so seid ihr alle nur was eures gleichen angeht kann euch alterieren der schaden aber den die herrschaft von der dummen geschichte hat der ist für euch lapalie ihr denkt wir haben das geld scheffelweise und da kann drauf und rein gehaust und gewüstet werden ich kenne euch er hob seine hand mit den langen dürren fingern schüttelnd gegen das beieinander stehende gesinde und wandte sich mit einem geringschätzigen achselzucken von den verblüfften ab der spaß da drüben wird uns einen schönen taler geld kosten sagte er zu den herren der schreibstube indem er mit dem kopfe nach dem packhause hin nickte es ist unverantwortlich von papa daß er die hintergebäude so verfallen läßt mir passiert so etwas später einmal ganz gewiß nicht mir entgeht kein verschobener ziegel darauf können sie sich verlassen und sollte ich auf allen vieren in die bodenecken kriechen und nachsehen ja und er verstummte plötzlich schob die hände in die hosentaschen und lehnte sich die langen beine vorstreckend mit dem rücken gegen die windgeschützte flurwand der kommerzienrat kam eben über den hof zurück noch sah er tief alteriert aus und sein sturmverwühltes haar das ihm wild in die stirn hing verstärkte den eindruck aber beim erblicken des noch in der hausflur zusammenstehenden menschentrupps nahm er sich sichtlich zusammen und reckte seine gestalt zu ihrer ganzen höhe empor sein auge begegnete kalt abweisend den gespannten blicken der leute es schien als wolle er von vornherein jede frage abwehren das sprechen mit seinen untergebenen war ja überhaupt seine sache nicht er winkte dem hausknecht gab ihm ein medizingläschen welches er in der geballten hand mitgebracht und schickte ihn nach der apotheke der alten frau drüben hat der schreck geschadet sie ist sehr unwohl und von dem helfenden mittel war kein tropfen mehr im glase sagte er kurz fast barsch und doch wie verlegen entschuldigend zu tante sophie und eine leichte röte lief über seine stirn es war ja nur ein kleiner samariterdienst eine selbstverständliche hilfeleistung einem erkrankten mitmenschen gegenüber aber von seiten des unnahbaren hochmütigen mannes war und blieb es eine unbegreifliche herablassung und wie es schien am meisten in seinen eigenen augen margarete machte es in diesem augenblick wie vorhin tante sophie sie band mit flinken händen ein tuch über den kopf und ging schweigend nach der hofthüre wo hinaus gretchen fragte der kommerzienrat und griff nach ihrem arm sie strebte nichtsdestoweniger weiter ich will nach der kranken frau sehen wie es sich ja ganz von selbst versteht das wirst du bleiben lassen mein kind sagte er gelassen und zog sie näher an sich es versteht sich durchaus nicht von selbst dass du dich um eines krampfanfalles willen in die gefahr begibst selbst schwer verletzt zu werden frau lenz soll an derartigen anfällen sehr oft leiden und es ist noch niemand im vorderhause eingefallen ihr beizustehen ein solches hinüber und herüber ist überhaupt nie brauch bei uns gewesen und ich wünsche durchaus nicht daß darin etwas geändert werde bei diesem sehr bestimmt ausgesprochenen wunsch und willen löste margarete schweigend die tuchzipfel unter dem kinn die dienerschaft verschwand lautlos hinter verschiedenen türen und die herren zogen sich schleunigst in die schreibstube zurück nur reinhold blieb zurück das geschieht dir recht grete machte er schadenfroh ja eine blaue schürze vorbinden und in die armen häuser gehen um kranke leute zu pflegen und schwutzige kinder zu waschen das ist jetzt so mode bei den jungen mädchen und da denkst du natürlich auch wunder wie schön sich grete lamprecht als so eine heilige elisabeth ausnehmen müßte es ist nur gut daß der papa solchen unsinn nicht leidet und morgen hört auch die gelegenheit zu solch abgeschmacktem getue von selbst auf gell papa die leute können doch unmöglich im packhause bleiben wenn gebaut wird die müssen doch heraus das ist nicht nötig die leute bleiben wo sie sind versetzte der kommerzienrat kurz worauf sich reinhold die hände tiefer in die hosen taschen vergrabend und die hohen schultern noch höher hebend in wortlosem ärger umdrehte und nach der schreibstube ging der kommerzienrat legte seinen arm um die tochter und führte sie nach der wohnstube er rief nach wein und die ersten gläser des schweren burgunders wurden ihn abgestürzt als bedürfe es der ganzen feuerblut des weines um eine innere stockung zu lösen margarete setzte sich auf den fenster tritt auf den platz zu tante sophiens füßen wo sie als kind immer gesessen sie verschränkte die arme um die kniee und lehnte den kopf an das sitzpolster des armstuhles sie war allein mit dem papa inmitten dieser vier wände war es heimlich und behaglich vom fensterbrett herab durchwürzten die topfblumen die reine sanft erwärmte zimmerluft die uhr hatte sich durch den aufruhr im hause nicht irre machen lassen sie tickte nach wie vor und die schritte des schweigend auf und abgehenden ganz in sich versunkenen mannes hielten gleichmäßig takt mit dem sachtgehenden pendel aber draußen in den lüften brauste es schauerlich die fenster klirrten und dann und wann kam über den markt her der lärm zuschmetternder haustüren oder zurückgeschleuderte fensterläden das wird schließlich noch den ganzen dachstuhl vom packhaus rütteln sagte margarete und hob den kopf ja es werden noch ziegel in menge herabfliegen aber das dachgerüst nicht entgegnete der kommerzienrat ich habe auf dem hausboden nachgesehen das alte gebälk ist wie von eisen stark und fest gefügt das was zertrümmert im hofe liegt ist ein elendes flickwerk neueren datums gewesen er blieb einen moment ihr zugewendet stehen und das schon stark mit grauem dämmern gemischte tageslicht fiel auf seine züge der wein tat seine schuldigkeit er machte das blut wieder rasch durch die adern kreisen und scheuchte die schreckensblässe von stirn und wangen und der kleine max ist wirklich heil und unversehrt geblieben fragte die tochter ja das losgerissene dachstück ist über ihn hinweg geflogen ein wahres wunder da möchte man so gern glauben daß sich zwei hände behütend über den kleinen lockenkopf gebreitet haben die hände seiner toten mutter der kommerzienrat schwieg er wandte sich weg und goß wein in sein glas ich kann den furchtbaren eindruck nicht loswerden mit zittern noch hände und füße setzte sie nach einem augenblicklichen schweigen hinzu zu denken daß dieser schöne junge voll kraft und leben plötzlich tot oder gräßlich verstümmelt unter den balken und scherben liegen könnte sie brach ab und legte die hand über die augen einen augenblick blieb es still im zimmer so still daß man ein erregtes stimmengemurmel von der küche herüber hören konnte unsere leute können sich auch noch nicht beruhigen wie es scheint sagte margarete sie haben das kind gern der arme kleine schelm er hat eine einsame kindheit der deutsche boden ist ihm fremd die mutter tot und der vater den er nie gesehen hat weit über dem meer drüben der kleine ist nicht zu beklagen er ist der abgott seiner angehörigen warf der kommerzienrat ein er stand noch abgewendet hielt das trinkglas gegen das fensterlicht und prüfte den dunkel glühenden inhalt daher klang das was er sagte wie halb verweht auch der seines vaters fragte das junge mädchen herb und zweifelnd sie schüttelte den kopf der scheint sich sehr wenig um das kind zu kümmern warum hat er es nicht bei sich wo sein platz ist wohin es von gott und rechts wegen gehört das gefüllte glas wurde unberührt wieder auf den tisch gestellt und ein schattenhaftes lächeln flog um die lippen des nähertretenden mannes da geht man wohl auch mit dem papa schwer ins gericht der seine tochter fünf jahre lang von sich gegeben hat fragte er immer noch lächelnd aber mit jenem nervösen zucken der unterlippe das bei ihm stets ein merkmal innerer bewegung war sie sprang auf und schmiegte sich an ihn ach das ist doch ganz etwas anderes protestierte sie lebhaft deine wilde rummel war dir zu jeder zeit erreichbar und wie fleißig hast du sie besucht und nach ihr gesehen du brauchst auch nur zu wünschen und ich bleibe bei dir jetzt und für immer der vater des kleinen lenz aber für immer wiederholte der kommerzienrat er ignorierte die letzten worte und sprach laut und rasch für immer kind wie lange noch da kommt ein wirbelwind aus dem mecklenburger lande und weht mir meine kleine schneeflocke da fort auch für immer sie trat von ihm weg und ihr gesicht verfinsterte sich ach weißt du das auch schon sie haben es ja sehr eilig die guten wen meinst du damit nun wen denn sonst als die großmama und onkel herbert den gestrengen herrn landrat sie fuhr sich in komischem zorn mit der hand durch die locken und warf sie aus der stirn schauderhaft nun haben sie auch schon bei dir miniert und es ist noch keine vierundzwanzig stunden seit ihnen tante elisens glorreiche ausplauderei zu ohren gekommen ist nun ja ich soll schleunigst unter die haube sie brauchen gerade jetzt eine gnädige in der familie eine fremde namensglorie so etliche weihrauchopferwolken die unser schlichtes haus wohltätig verschleiern und allerhöchsten orts angenehm in die nase steigen und dazu soll das arme opfer die gretel geschlachtet werden aber so geschwind geht das nicht sie lächelte mutwillig vor allem müssen sie das mädchen haben wenn sie es binden wollen onkel herbert was machst du dir für einen seltsamen begriff vom onkel unterbrach er sie der braucht uns lambrechts nicht ihm wird es sehr gleichgültig sein was für einen namen du künftig trägst der will alles durch sich selbst wie mancher scheitert durch dieses herausfordernde wenig devote prinzip gerade in unserer zeit wo jedes einzelstreben in einer großen willensmacht aufgehen soll ist es mißliebig fast verpönt aber er darf sich das erlauben er ist ein sonntagskind dem sich alle hände ungerufen entgegen strecken ob er sie auch schroff zurückweist ich glaube selbst bei seiner verheiratung weckt er immer wieder ab ob ihm die schöne heloise nicht doch mehr zubringt als er gibt daher sein zögern nicht möglich sie schüttelte ungläubig und erstaunt den kopf schlug die hände zusammen und lachte das ist ja das schnurgerade gegenteil von dem was die welt über ihn sagt die welt den möchte ich sehen der sich rühmen dürfte zu wissen was er denkt ja im geselligen verkehr hat er verbindliche zu vorkommende manieren aber dies scheinbar gefügige geht ihm kaum bis unter die haut so viel weiß ich der ist durch und durch fest und zielbewußt ich neide ihm seine verstandeskühle ach und wie er seufzte tief auf stürzte auf einen zug das glas burgunda hinab und dann sagte er jene charaktereigenschaften tragen ihn und haben ihn immer über sich nach den sternen greifen lassen kott bewahre papa nicht immer unterbrach sie ihn lachend es hat auch eine zeit gegeben wo er herabgestiegen ist und nach den blumen der erde gegriffen hat die wunderschöne blanka lenz mit den langen blonden zöpfen weißt du noch sie verstummte vor dem häßlichen höhnischen lachen das ihr vater plötzlich aufschlug und nun ging er wieder so stürmisch und dröhnenden schrittes auf und ab daß die alten dielen unter seinen füßen kreischten es währte eine geraume zeit bis er wieder vor ihr stehen blieb und da erschrak sie er war ganz braunrot im gesicht und die augen blickten wild wie gestern da er das bild der schönen dore gegen die wand gekehrt hatte herabgestiegen ja herabgestiegen sagtest du nicht so er streckte den finger wie beweisführend gegen sie aus siehst du wohl daß es mit einem nivellierungsprinzip nicht weit her ist was weiß auch solch ein kleines mädchen war verachselzuckend hin und fuhr sich ungestüm mit der hand durch das haar also eine baronin billingen soll meine grete werden setzte er sich bezwingend nach einer pause hinzu mir wär's schon recht ich könnte stolz sein ich könnte vor alle die alten herren in den seelen oben hintreten und sagen seht her meine tochter ist's die die siebenzinkige krone in unsere familie bringt er brach ab und biss die zähne zusammen und margarete die anfänglich verletzt im vorgefahren war hing ihm plötzlich am arme und sah ihm lächelnd unter das gesicht nun da nimm die baronin tochter du stolzer papa und führe sie aber hübsch langsam und nicht so im sturmschritt wie du eben noch marschiert bist sagte sie und fuhr ihm mit linder hand über die dunkel gefärbte stirn du bist mir da zu rot das gefällt mir nicht so eins zwei eins zwei immer hübsch im schritt und wenn du meinst's sei meine ansicht wenn ich im sinne des onkels spreche dann bist du ein wenig im irrthum ein mann der schließlich am fürstenhofe freit ist mit seiner ersten liebe zu einer armen malerstochter herabgestiegen so urtheilt die sogenannte welt und er selbst von seinem jetzigen standpunkt aus sicher in erster linie über dein kleines mädchen und seine prinzipien aber darfst du dich nicht so muckieren böser papa den vorwurf der inkonsequenz nämlich sehr übel mir wäre blanka lenz nicht feil gewesen gegen die pommersche schönheit draußen im prinzenhofe mag die auch noch so weiß und rot und üppig sein mir ganz gewiß nicht war die schöne malerstochter doch damals das ideal meiner enthusiastischen kinderseele ich bekam immer förmliches herzklopfen wenn sie plötzlich auf den gang heraustrat so strahlend frisch und anmutig so unbeschreiblich lieblich wie eine märchenfee die hätte ich mit tausend freuden tante genannt bei der herzöglichen nichte werde ich selbstverständlich bei einem tiefen vorstellungsknicks und der frage nach gnädigem befinden bewenden lassen sie sprach mit jenem gemisch von scherz und ernst das ihr ganzes wesen charakterisierte und der vater ging in dem langsamen tempo wie sie angegeben neben ihr er hatte den kopf tief auf die brust gesenkt als sei er in seinen eigenen gedankengang versunken und höre kaum auf das geplauder aber sein herz schlug stark und ungestüm gegen ihren arm ruhig war er nicht und nun im ernst mit der baronentochter ist's nichts papa wirklich nicht das wär ein zu teurer spaß fuhr sie in demselben tone fort ich meine was fange ich mit einem bloßen namen an wenn ich mein ganzes sein und wesen wie ich nun einmal bin dafür hingegeben habe ein schlechter tausch der gute hans billingen mag mich ja wohl gern haben ich denke es nur weil er für den moment so total den kopf verloren hat daß er allen ernstes um mich freit aber ein entsetzliches katzenjammer bliebe für ihn nicht aus das weiß ich der lange dicke goliath ist ein hasenfuß der ganz gehörig unter dem mütterlichen fantoffel steht und diese mama ragt ebenso turmhaft und vierschrötig neben dem sohne in die höhe und nun denke dir deine dünne schmale grete dazwischen denke dir wie er die fürchterliche adel stolze alte schwiegermutter ein federchen um das andere aus den flügeln rupft auf das sie nie wieder zurück kann in das heimische nest und die vornehme welt nicht den kuckuck an seinen federn erkenne und über die schamröte auf den wangen dieser meiner schwiegermama sollten sich die alten herren droben freuen denke doch nicht sie würden sich für die sieben zinkige gerade so bedanken wie ich sie hemmte ihre schritte vertrat ihm den weg und legte die hände auf seine schultern gell papa bat sie beweglich du quälst mich nicht auch noch wie es die anderen machen du lässt deine schneeflocke wirbeln wie sie will alt genug bin ich ja doch auch um meinen weg selbst zu finden er strich mit der hand über den lockenkopf der sich an seine brust schmiegte nein ich zwinde dich nicht gretchen antwortete er mit einer sanftheit die sie ergriff vor jahren hätte ich meine ganze autorität eingesetzt um dich zu bestimmen heute aber will ich dich nicht verlieren denn verloren wärst du mir in der familie wie du sie schilderst doppelt verloren wie die verhältnisse jetzt liegen der sturm draußen rüttelt an meiner seele wie eine fanatische predigerstimme und ich bin müde und mürbe ich brauche meinen kleinen kameraden mit seinen hellen augen seinem strammen rechtsgefühl wohl in der allernächsten zeit grete abgemacht rief sie und schüttelte ihm die hand kräftig und herzhaft in der that wie ein kriegskamerad nun bin ich ruhig papa gerade jetzt wo so manche unseres standes eingeschüchtert unterducken und katzbuckeln und zu ihrem eigenen schaden altes vermorschtes neu stützen helfen tut ein energisches lebenszeichen des bürgerstolzes not und sei es auch nur der eines mädchens und nun will ich gehen und dir ein glas frisches wasser holen du wirst immer heißer im gesicht er hielt sie zurück mit dem bemerken daß er in seinem zimmer ein medikament gegen die schwindelanfälle habe die ihn wieder einmal täglich heimsuchten mit heißen lippen küßte er sie auf die stirn und ging hinaus das kommt und vergeht wie ein dieb in der nacht mache dir keine sorgen gretel sagte tante sophie die eben mit einem arm voll essgerät eingetreten war um den abendtisch herzurichten zu dem besorgten jungen mädchen sie ergriff die weinflasche und hielt sie gegen das licht leer bis auf eine kleine neige schallte sie ärgerlich da brauchst du dich nicht zu wundern wenn der kopf rot wird der doktor eifert ja aus ja ein gegen die starken weine wenn aber ein schreck oder eine sorge fortgespült werden soll da muss allemal vom stärksten her sie werden aber nie klüger die herren die frau mit den in der wohnstube wurden die rollvorhänge herab gelassen wer mochte auch noch hinaussehen auf den markt wo sich die unglücklichen menschenwesen die das gebieterische muß ins freie trieb als unförmliche flatternde kleiderbündel mit lebensgefahr um die straßenecken kämpften wo der heulende unhold das wasser im brunnenbecken wütend peitschte und mit allem was nicht niet und nagelfest bis über die dachfirste hinauf fangball spielte es war bitterkalt geworden aber tante sophie löschte das feuer im ofen und stellte dafür die summende teemaschine auf den tisch heute müsse man von innen heizen sagte sie in die schlöte dürfe kein feuerfunke mehr kommen sie hatte noch einmal die runde durch das ganze haus gemacht und alle türen fenster und bodenluken untersucht und meinte sie wolle sich nicht wundern wenn heute nacht auch noch das dach des vorderhauses auf den markt herunter spaziert käme da oben sei es fürchterlich ein behagliches zusammensein gab es heute nicht der kommerzienrat wollte nicht essen und blieb oben und auch reinhold zog sich nachdem er mürrisch schweigend eine tasse tee getrunken mit seinem unbesiegbaren zorn über die verwüstung des packhauses in seine stube zurück so blieben tante sophie und margarete allein und wachten der gefahr drohender nacht entgegen auch die dienstleute gingen nicht zu bette sie saßen in der küche beieinander die mägde steckten frierend die arme unter die schürze und die männer kauten an den kalten pfeifen und horchten in stummer sorge auf das furchtbare anschwellen der sturmestimme war es doch als wollte der orkan die uralte kleine stadt die seit einem jahrtausend als treuer wächter an der pforte des thüringer waldes geschmiegt allen stürmen allen kriegsungewittern getrotzt hatte in dieser einen nacht wie ein kinderspielzeug in splitter und scherben zusammenschütteln unter seinen stößen erbebte die erde schlöte und ziegeln prasselten von den dächern und zerbarsten auf dem straßenpflaster und in das gebrüll und zornes schnauben hinein mischte es sich wie ein unirdisches wehklagen als seien unter den fußtritten des dahin rasenden draußen auf dem stillen flecken vor dem tore die tief gebetteten schläfer erwacht und durchirrten suchend die gassen in denen sie vor zeiten gewandelt und gegen die zwölfte stunde tat sich die stubentür auf und bärbe erschien auf der schwelle ganz blaß schaudergeschüttelt und den zeigefinger der rechten nach der zimmerdecke emporgestreckt es tappe und trampele wie mit reiterstiefeln ganz greulich oben im gange und dazwischen werde gepocht und geklopft als wenn jemand eingesperrt sei und heraus wolle zischelte sie hinter ihren zusammenschlagenden zähnen verschwand aber sofort wieder hinter der sacht zugedrückten türe als sich tante sophie ohne ein wort zu sagen aus der sofaecke erhob die sturmlaterne anzündete und mit margarete das zimmer verließ oben im flursaal brauste ihnen ein zugwind entgegen der sie zurückzuwerfen drohte auf dem letzten buffet brannte die große tischlampe des kommerzienrats und die türe nach dem gange stand weit offen von dort her pfiff und orgelte es allerdings als sause das wilde heer durch den langen dunklen schlund tante sophie trug schleunigst die lampe aus welcher die windgejagte flamme hoch empor schlug auf das geschützte vordere buffet und währenddem trat margarete mit hochgehobener laterne in den gang der sturm hatte das fenster am ende des ganges eingedrückt sein eisiges blasen und fauchen kam dort direkt vom himmel herein er warf den aufgerissenen flügel schmetternd hin und her und riß und stieß an den hingelehnten bildern von denen ein teil bereits am boden lag das war wohl das tappen und pochen gewesen aber das fenster war ja so klein durch dieses enge viereck konnte sich unmöglich die gewaltige windbraut zwängen die das mädchen wütend anfiel und gang und flursaal mit ihrem tosen erfüllte margarete kämpfte sich vorwärts und da prallte sie plötzlich zurück sie stand vor dem treppchen das seitwärts nach der bodenkammer im packhause hinabführte sonst war das eine düstere abgeschlossene ecke jetzt aber sah der dämmernde himmel mit seinen sternbildern durch das dachgerippe des packhauses hinein der nie benutzte türflügel hing zurückgeworfen nur halb in den angeln und im türrahmen mühsam gegen den anprall sich haltend stand ihr vater er sah den laternenschein der neben ihm hin auf die delen der dachkammer draußen fiel und wand sich um bist du's gretchen fragte er jag dich der aufruhr auch durch das haus es sieht schlimm aus hier oben wie vor den posaunenstößen des weltgerichts stürzt das bisschen menschenwerk zusammen nicht die sonne allein auch der sturm bringt's an den tag mein kind setzte er mit einem unheimlichen lächeln das sie betroffen machte hinzu schau jahrhundertelang hat geheimnisvolles dunkel unter dem alten dach gespukt und nun scheinen die sterne auf die delenbretter und man meint die fußspuren von denen zu sehen die einst da gegangen sind er stieg das treppchen hinauf tante sophie kam eben durch den gang her sie schlug die hände zusammen um alles in der welt hat denn der spektakelmacher uns lamp rechts ganz extra aufs korn genommen das ist ja die reine wüstenei schalt sie empört und zeigte nach der aufgerissenen tür seit menschengedenken hat keine seele an das türschloß gerührt und nun das loch muß auf der stelle zugemacht werden wenn wir nicht das haus voll ratten haben wollen ratten mir war es eben noch als käme eine weiße taube herein geflattert sagte der kommerzienrat wieder mit jenem höhnisch bitteren lächeln das seine lippen schmerzhaft aufzucken machte tante sophie erschrak das fehlte noch daß uns auch der taubenschlag abgedeckt ist rief sie und trat resolut um einige schritte hinaus um zwischen dem balkenwerk hindurch nach dem dach des weberhauses zu sehen wo ihre gefiederten pfleglinge hausten der kommerzienrat wand sich achselzuckend ab und ging hinunter in die erdgeschosswohnung er kam bald darauf mit dem kutscher und dem hausknecht zurück die eine leiter und balkenstücke trugen nur mit mühe gelang es ihnen die türe anzudrücken dann wurden die balken dagegen gestemmt vielleicht war es gut daß der sturm einmal da durchgefegt ist hörte margarete den kutscher bei der arbeit halblaut zu dem anderen sagen während sie mit ihrem vater und tante sophie bemüht war die umgeworfenen bilder wieder aufzurichten da hinaus wills ja partout immer das unwesen ich hab's ja selbst einmal mit eigenen augen gesehen es müssen nun an die zehn jahre her sein wie die weiße schleierwolke geradewegs durch den gang in die ecke da schoss als ginge es direkt immer ins frei hinaus ja prosit da war die welt mit brettern verschlagen und das schleierzeug zerflog und zerflatterte nur so an den wänden immer die nämliche geschichte seit die frau tot ist und nicht in den himmel kommen kann nun ist aber da ein luftloch gewesen gerade weit genug um so ein armes weiberseelchen nauszulassen das wär gut für die herrschaft und ihr wollte ich die ruhe auch gönnen verdient hat sie's freilich nicht denn sie ist's doch gewesen die ihren liebsten rumgekriegt hat daß er der ersten frau sein wort nicht halten durfte an so einer falschheit sind allemal die weiber schuld allemal der zugwind trug jedes wort deutlich herüber und der stolze kommerzienrat mochte die kritisierung seiner vorfahren aus unberufenem dinamon schwer ärgern margarete sah wie er die geballte hand hob als wollte er den sprecher züchtigen aber er ließ es bei einem zornigen vorwärts sputet euch bewenden worauf der kutscher erschrocken die leiter anlehnte und zu dem fensterchen empor kletterte das ebenfalls möglichst verbarrikadiert wurde margarete verließ den gang und trat für einen moment an das nächste fenster des flursaals aus verschiedenen fenstern des vorderhauses fiel heller lampenschein in den hof auf die sausenden lindenwipfel und die spritzenden wasser des brunnens und mit schmerz sah das junge mädchen daß die steinerne brunnennümpfe über den vier wasserspeienden röhren fehlte der sturm hatte auch sie herabgerissen wie ein mächtiges simsstück droben am dache des spukhaften flügels über welche gähnende lücke gerade ein breiter lichtstreifen aus den oberen flursaalfenstern hinfiel droben wachte man auch sie sah plötzlich ihren vater neben sich stehen während die beiden männer mit ihrer leiter geräuschvoll hinter ihnen weg nach dem ausgang trabten er legte seine hand schwer auf die schulter der tochter und zeigte empor nach dem unbeweglich auf dem dach liegenden lampenschein das sieht so still aus inmitten des aufruhrs so stolz ruhig wie die bewohner unserer vornehmen oberen etage selbst wenn sie wüßten morgen wird es einen sturm da oben geben einen sturm so wild wie der unter welchem eben unser altes haus in seinen fugen bebt tante sophie kam eben mit der laterne um die gang ecke und da brach er kurz ab auf morgen denn mein kind sagte er dem mädchen die hand drückend dann nahm er die lampe vom buffet und zog sich in sein zimmer zurück nach mitternacht legte sich der sturm die lichter in den häusern der stadt erloschen und die geängstigte bewohnerschaft suchte noch schleunigst die wohlverdiente ruhe auch im hause lamprecht wurde es still nur berbe warf den kopf in ihren bunt gewürfelten bettkissen hin und her und konnte vor ärger nicht schlafen es war eben kein richtiges festes glauben und auch kein verlaß mehr in der welt nun schwatzten die beiden dummen menschen der kutscher und friedrich der herrschaft auch nach dem munde und behaupteten die bilder seien es gewesen und erst hatten sie noch kreideweiß in der küche gesessen und heilig und teuer geschworen daß das pochen und stampfen oben im gange nichts anderes als teufelsspuk sein könne aber nur geduld es kam schon noch es kam am anderen morgen war es förmlich kirchenstill in den lüften die sonne übergoß alles trümmerwerk von den durchlöcherten türmen und kirchendächern an bis zum niedergeworfenen gartenstaket herab mit warmem gleißendem gold und lockte ein wahres brillanten gefunkel aus den scherben und splittern der zerschlagenen fensterscheiben ja der spektakelmacher hatte viel unheil angerichtet und die handwerker hatten für die nächste zeit vollauf zu tun um den schaden gut zu machen aus dambach war auch beim morgengrauen einbote mit hiobs post gekommen das unwetter sollte die fabrikgebäude dermaßen beschädigt haben daß eine längere betriebsstörung zu befürchten stand daraufhin war der kommerzienrat in aller frühe hinausgeritten er hatte ganz frisch ausgesehen und auch erst in aller ruhe seinen kaffee getrunken sagte tante sophie auf das ängstliche befragen margaretes hin die noch geschlafen hatte freilich hatte er eine sorgenfalte zwischen den augen gehabt es sei ja auch keine kleinigkeit wenn die fabrik stille stehe und außerdem müsse tief in den beutel gegriffen werden schon allein der reparaturen an den hintergebäuden wegen denn da sehe es beim tageslicht geradezu gottheillos aus margarete trat auf die türstufe des seitenflügels hinaus und überblickte den verwüsteten hof und in diesem augenblick kam auch der herr landrat gestiefelt und gespornt und die reitgärte in der hand vom vorderhause her und ging nach den pferdeställen ob er den alten mann in der tat nicht bemerkt oder ob auch für ihn das prinzip im vorderhause galt nach welchem das dasein der packhausbewohner möglichst ignoriert wurde genug er trat unter die stalltüre ohne die höfliche begrüßung des malers lenz zu erwidern der in der nähe des brunnens stand der alte weißhaarige mann war wie es schien lediglich über den das ganze packhaus absperrende trümmerhaufen geklettert um die bruchstücke der zerschlagenen brunnennümpfe zusammen zu suchen er hatte eben den kopf des steinbildes aus dem grase aufgenommen als margarete zu ihm trat und ihm mit herzlichem gruße die hand hinstreckte sie hatte ihn ja immer lieb gehabt den stets heiteren lebensfrohen greisen künstler der mit so gutem treuem auge durch seine brillengläser in die welt sah und heute noch stand ihr jener moment vor der seele wo sie sich als kind in ihrer trostlosen verlassenheit mit dem wonnigen gefühl des geborgenseins an seine brust geschmiegt hatte das vergaß sie nie er freute sich wie ein kind sie wiederzusehen und versicherte fröhlich auf ihre teilnehmenden fragen nach seiner erkrankten frau daß daheim alles wieder wohlauf und zufrieden sei wenn auch augenblicklich das dach über dem haupt der fehle der sturm habe schlimm gehaust seine ruchloseste tat aber sei doch die zertrümmerung der brunnennümpfe eines seltenen kunstwerks das immer sein augapfel gewesen war und nun sprach er über die köstlichen linien des nymphenkopfes in seinen händen und über verschiedene berühmte weibliche statuen der antiken welt ein thema auf welches margarete lebhaft einging um so mehr als der alte mann ein ausgezeichnetes kunstverständnis an den tag legte währenddem war der landrat wieder in der stalltüre erschienen er hatte das junge mädchen von dort her gegrüßt und nun ging er wartend langsam unter den linden auf und ab margarete hatte seinen gruß nur mit einem flüchtigen kopfnicken erwidert die art und weise mit welcher sich der hochmütige bürokrat dort isolierte empörte sie nun er brauchte ja auch für sie nicht da zu sein im gespräch weitergehend begleitete sie den alten maler durch den hof nach dem packhaus dort sprang sie auf den trümmerhaufen und hielt dem mühsam hinaufkletternden beide hände hin so leicht sie war das locker übereinander geworfene bollwerk krachte und wich doch unter ihren füßen und jeder noch so vorsichtige tritt des alten mannes brachte es in schütternde bewegung jetzt kam auf einmal leben in die statuenhaft ruhige erscheinung des landrats er warf seine reitgärte auf den gartentisch und eilte in förmlichem sturmschritt nach den trümmern schweigend stieg er auf das nächste balkenstück und streckte die arme empor um die schwankende zu stützen und ihr herabzuhelfen ei beileibe nicht onkel du riskierst die nähte deiner teuren handschuhe rief sie mit einem halben lächeln und den kopf nur wenig nach ihm zurückwendend während ihre augen gespannt die letzten anstrengungen des alten mannes verfolgten der eben drüben glücklich den boden erreichte adieu herr lenz rief sie ihm in warmem herzlichem ton zu dann trat sie einen schritt seitwärts und flog wie eine feder über die emporstarrenden holzstücke hinweg auf die erde nieder das war eine unnütze bravour die schwerlich jemand bewundern dürfte sagte der landrat frostig indem er ein herabfallendes kleines lattenstück von seinem fuße schüttelte bravour wiederholte sie ungläubig denkst du wirklich an gefahr dabei hier unten erdrückt das morsche bretterwerk niemanden mehr seine augen streiften seitwärts ihre zarte biegsame gestalt es käme darauf an wer zwischen diese nägel gespickten trümmer geriete ach danach zählst du den guten alten maler zu den körperlich und moralisch unverwundbaren du rührtest weder hand noch fuß ihm hinüber zu helfen so wenig wie du vorhin seinen höflichen morgengruß erwidert hast er sah fest und prüfend in ihre augen die in bitterer gereiztheit flimmerten das grüßen ist wie scheidemünze es geht von hand zu hand und bleibt an keinem finger hängen entgegnete er ruhig wenn du also glaubst beschränkter hochmut hindere mich einen gruß zu erwidern so irrst du ich habe den mann nicht gesehen auch nicht als er dort neben mir stand du meinst ich hätte hinzutreten und auch mein gutachten über den nymphentorso abgeben sollen unterbrach er sie und ein lächeln flog über seinen mund möchtest du wirklich daß ich der welchem du ja nicht oft genug den ehrwürdigen onkel titel geben kannst in seinen alten tagen blamiert ich verstehe nichts von diesen dingen und wenn ich mich auch dafür interessiere so habe ich doch nie zeit gehabt mich eingehend damit zu beschäftigen oh zeit und lust genug onkel lachte sie ich weiß noch genau wie dort unter den küchenfenstern sie zeigte nach dem vorderhause ein großer junge stand die taschen voll kiesel und stundenlang die arme brunnen nymphen mit den hübschen runden steinchen bombardierte ach sie so gibt es doch noch eine zeit in deiner erinnerung wo auch ich jung für dich gewesen bin ursprünglich willst du sagen onkel eine zeit wo der diplomatenfrack noch nicht die möglichste reserve auferlegte wo der kletterbaum nur als nebenbild in weiter ferne dämmerte eine zeit wo glut und leidenschaft in deinen augen flammte und deine hand regierte ich hab's empfunden dort sie deutete nach der gartenmöbelgruppe unter den linden gott weiß in welcher ecke sie jetzt unbeachtet zerfällt die weiße rose um welche damals mit einer erbitterung und einem feuer gekämpft wurde als sei sie das schöne blonde mädchen unter den aristologia bogen selbst sie sah mit genugtuung wie er wiederholt sich verfärbte von all denen die den herrn minister ins b den künftigen verwandten des fürstenhauses umschmeichelten hätte es gewiß keiner gewagt ihn an seine jugendtollheit zu erinnern sie tat es mit freuden er mußte sich schämen wenn er jene erste enthusiastische liebe mit seiner heutigen selbstsucht und herzensverknöcherung verglich aber eigentlich beschämt oder bestürzt sah er doch nicht aus er wand sich ab und überblickte den verwüsteten gang des packhauses der einst mit seinem üppig wuchernden grünen pflanzenschmuck das schönste mädchenbild umrahmt hatte wie ein zauberspuk war alles verschwunden das rankengeflecht hatte das stürzende dach mit heruntergerissen und bis auf das kleinste plättchen unter dem grausen scherben und splittergemenge begraben und das mädchen seit sie damals durch das tor des packhauses in die weite welt gegangen hatte kein menschenauge sie wieder gesehen niemand wieder von ihr gehört vater morgana sprach er halblaut vor sich hin wie in die erinnerung von damals verloren er hatte vorhin bei erwähnung des kletterbaumes leise gelächelt und auch jetzt spielte derselbe zug um seine lippen während ein leichtes rot in seine wangen aufstieg die rose nicht allein auch eine blaue seidenschleife die der wind von dem blonden haar in den hof herab geweht hatte und einige achtlos über das ganggeländer geworfene bekritzelte papierschnitzel liegen noch als treu behütete reliquien in der brieftasche von damals beieinander sagte er halb und halb ironisierend und doch bewegt er schüttelte den kopf daß du dich des vorfalls noch erinnerst sie lachte wunderbar ist das doch nicht ich habe mich in jenem moment vor dir und deiner stummen bleichen wut gefürchtet so etwas vergisst ein kind so wenig wie einen akt der willkür gegen den sich sein gerechtigkeitsgefühl empört der große herr primana hatte stets gegen raub und diebstahl gedonnert wenn die finger der naschhaften grete mit dem obstteller der großmama verstohlen in berührung gekommen waren und da griff er nun selbst heimlich wie ein dieb nach dem eigentum der schönen blanka und ließ es in der brusttasche verschwinden jetzt lachte auch er und seit jenem moment bist du meine widersacherin nein onkel du hast ein schlechtes gedächtnis gut freund sind wir ja nie gewesen auch vorher nicht du hast die erstgeborene deiner schwester nie leiden können und ich habe dich konsequenterweise rechtschaffen dafür geärgert diese rechnung ist stets ehrlich und redlich ausgeglichen worden seine stirn hatte sich während margarete sprach verfinstert und auch jetzt blieb er ernst das wäre mithin abgemacht gewesen sagte er trotzdem bist du beflissen jetzt erst recht abrechnung mit mir zu halten jetzt wo ich mich eifrig mühe dich nach titel und würden streng zu respektieren sie zuckte lächelnd die schultern wie es scheint nimmst du mir den fürwitz übel mit welchem ich dich an die rosa blanka erinnert habe es war übereilt und nicht gerade taktvoll aber es ist seltsam seit ich vorhin mit dem alten mann gesprochen habe steht mir ein verhängnisvoller tag meiner kindheit so lebhaft vor augen dass ich die erinnerung nicht los werde da habe ich die maler tochter zum letzten mal gesehen sie war blass und verweint und das starke blonde haar hing ihr aufgelöst über den rücken ich habe von klein auf eine närrische schwäche für mädchenschönheit gehabt die lebendigen schlanken griechenmädchen haben mich zum ärger des onkels ebenso interessiert wie die ausgegrabenen götterbilder und in wien bin ich einer schönen serbin durch gassen und straßen nachgelaufen und doch haben mir alle diese späteren erinnerungen das bild von blanka lenz nicht verdrängen können die frage nach ihr schwebte mir vorhin auf den lippen trotzdem schwieg ich mir war plötzlich als müßte ich ihrem vater mit dem tochternamen wehe tun das mädchen ist so völlig verschollen ich glaube niemand in unserem hause weiß was aus ihr geworden ist oder sie verstummte und sah ihn schelmisch berät von der seite an ich weiß es auch nicht margarete versicherte er mit humor seit jenem morgen wo sie abgereist ist und der große herr primaner in seiner wilden verzweiflung erwog ob wirklich das leben des weiterlebens noch wert oder ein schuss ins herz vorzuziehen sei habe ich nie wieder von ihr gehört aber es ist mir ergangen wie dir ich habe sie nicht vergessen können lange lange nicht bis bis plötzlich die rechte gekommen ist denn das war sie trotz alledem nicht gewesen margarete sah bestürzt zu ihm auf das klang so wahr so aus tiefer überzeugung heraus daß ihr auch nicht der geringste zweifel an der echtheit seiner gesinnung blieb er liebte diese heloise von taube neck wirklich nicht um seiner karriere willen strebte er nach ihrer hand wie die böse welt behauptete nein er würde auch um sie werben wenn sie die malerstochter wäre der papa hatte doch recht gehabt mit seiner versicherung daß herbert bei all seinem brennenden ehrgeiz seinem energischen emporstreben dennoch die krummen wege verschmähte mittlerweile war der hausknecht wiederholt unter der stalltüre erschienen und jetzt winkte der landrat ihm zu sein pferd wurde herausgeführt und er schwang sich hinauf du reitest nach dem prinzenhof fragte margarete indem sie ihre hand in seine rechte legte die er ihr vom pferd herab noch einmal bot nach dem prinzenhof und weiter bestätigte er nach der richtung hin hat der sturm schlimm gehaust wie mir gemeldet wurde mit sanftem druck entließ er die hand die er bis dahin festgehalten und ritt davon margarete blieb unwillkürlich stehen und sah ihm nach bis er seitwärts hinter dem torpfeiler des vorderhauses verschwunden war sie hatte ihm unrecht getan und was noch schlimmer war sie hatte diesen falschen standpunkt ihm gegenüber wiederholt in verletzender weise betont es war peinlich und er liebte sie wirklich diese kühle dicke pomadige heloise den ausgesprochenen gegensatz der graziösen libelle die einst dort unter dem grünen blätter behange gaukelt unbegreiflich aber tante sophie hatte recht ja wo die liebe hinfällt sagte sie stets achselzuckend wenn sie von dem weltwunder sprach daß sich nämlich wirklich und wahrhaftig einer vor zeiten in ihre große nase verliebt hatte mit nachdenklich gesenkter stirn ging sie langsam nach der türe des seitenflügels zurück da im grase neben dem brunnenbecken lag das abgeschlagene händchen der nymphe sie hob es auf und beim anblick der charakteristischen form musste sie an die verschiedenen hypothesen des alten malers bezüglich des antiken originals der statuen denken aber auch nur einen moment dann verschleierten sich ihre augen wieder hinter den wimpern und wie traumverloren stieg sie die türstufen hinauf das interessanteste problem war und blieb doch die menschenseele ende von kapitel 14 gelesen von hukuspokus kapitel 15 von die frau mit den karfunkelsteinen dies ist eine librovox aufnahme alle librovox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librovox.org später füllte sich der hof mit arbeitern das aufräumen der trümmerstätte verursachte einen wüstenlärm der das junge mädchen bald aus ihrer trauten hofstube verjagte nun saß sie wieder wie ehemals auf dem fenster dritten im wohnzimmer und tunkte die fede in das große porzellane tintenfaß welches vor jahren so viel klecks in den schreibheften und auf den schürzen der ungeschickten krähte verschuldet hatte sie wollte an den onkel in berlin schreiben aber sie fand die rechte sammlung nicht ihre gedanken waren fortwährend auf der flucht vor der ängstlichen spannung welche sie seit heute nacht beunruhigte morgen wird es da oben einen sturm geben so wühlt wie der unter welchem eben unser altes haus erbiebt hatte ihr vater im hinweis auf die obere etage gesagt was da nun geschehen sollte und mußte war ein rätsel zwischen dem papa und den verwandten droben schien das beste einvernehmen zu herrschen auch nicht die geringste sprühen des konfliktes trat zu tage und doch mußten innere differenzen obwalten die dem chef des landbrechtshauses nachgerade unerträglich geworden waren denn er wollte ja um jeden preis ein ende machen unter den fenstern des vorderhauses war es auch nicht viel still als im hofe es war markttag gewesen noch hörte man vereinzeltes feilschen und butter ei und obst darüber und gelehrte holz und getreidewagen rasselten heimwärts über das pflaster dann zogen der marktplatz entlang die corendeschüler der wohlbekannte aus den schülern der höheren lehranstalten rekordierte singchor b war eine von den wenigen thüringischen städten welche diese urhalte von den gaben herrschenden bettelmönchen und den späteren bachanten herstammende sitte noch schützten und pflegten wie eine schadolen kamen sie daher die knaben und jünglinge in ihren runden schwarzen mänteln und schwarze baretts auf die junge stirn gedrückt solch einer war auch tante sophiens lieblingsheld martin luther gewesen und gleich gesehen wie dessen beschützerin die edle frau kotter von eisenach bestritt sich aus ihr ein der mittagstisch für zwei arme schüler aus ihrer eigenen tasche drüben vor der apotheke sangen sie einen choral und bald darauf formierte sich der weite kreis vor landbrechtshaus und intonierte das lied es bestimmen den gottes rat sie sangen schlecht und recht mit ihren vom kanter gedrillten killen die so jung meist mit seele und ausdruck noch nichts zu schaffen haben und doch griffen diese töne seltsam bewegender margaretens herz und ein gefühl banger beglemmung überschlich sie ja der gestrige furchtbare schrecken die sturmessnacht und die augenblickliche innere spannung machten sich nun doch geltend man war wunderlicherweise ein wenig nervös und tante sophie kam herein inspizierte wiederholt den hergerichteten mittagstisch und scheuchte eine naschhafte fliege von der obsthalle es muss schlimm aussehen draußen in der fabrik dein vater kommt gar nicht wieder sagte sie zu dem jungen mädchen am fenster bärbe brummt in der küche und jammert um die pastetchen die damals saft und kraft verlieren und nach einem blick aus dem fenster über den markt hin wo die schüler eben auseinander gingen und der ersehnte reiter sich doch immer nicht zeigte meinte sie du könntest schnell noch einmal die treppe hinaufspringen gretel der schlosse ist droben und bringt die bodenkammerthüre in ordnung ich habe sorge daß es mit den hingelehnten bildern nicht genau nimmt margarete ging hinauf an den unversehrten bildern vorbei die vorgestemmten balkenstücke waren wieder entfernt und die thüre stand offen wie in der vergangenen nacht der schlosser hantierte an den losgerissenen angeln und draußen unter dem freilegenden dachgerüst waren die zimmerleute beschäftigt sie trat auf die kreischenden bodendillen und das eisenfeste gebräunte gebelk hinaus das scharf gezähnt in den blauen himmel hineinschnitt jetzt lag die klare oktoversonne auf der fußspur von welcher der pappe in der nacht gesprochen hatte sie schüttelte den kopf feine sohlen waren sicher nie über diese rohen ungehobelten bretter gegangen höchstens der benagelte schuh der früheren packer alte häuser haben freilichere geheimnisse und für die sonntagskinder glitzern die augen der hausgeisterchen unter den schleihhaften staubschichten und spinnweben und das zischlern von lichtscheintaten und sonstigen schlimmen dingen kommt aus allen ecken warum aber gerade hier in den ehemaligen lagerhallen unverfänglicher leinenballen der sturm ein ungelöstes rätsel aber aufjagen und den tag bringen sollen das begriff sie jetzt und dem lachenden tageshimmel noch viel weniger als in der nacht da der papa so wunderlich gesprochen hier oben in den lüften wehte ein ziemlich starker zugwind der dem jungen mädchen das haar aufflattern machte sie zog einen kleinen schwarzen spitzenschal aus der tasche band ihn über den kopf und wollte eben die speicherräume entlang schreiten als ein lautes aufkreischen von frauenstimmen aus den offenen küchenfenstern ihren schritt hemmte kein gesicht zeigte sich an den fenstern wohl aber stürzte in diesem augenblick der kutsche in den hof und rannte nach den ställen und verschiedene andere menschen die nicht in das haus gehörten liefen mit die arbeiter sprangen von den trümmerhaufen und in not regte sich inmitten des hofes ein menschenknäuel um einen bauer der mit fliegendem atem und so scheuer gedämpfter stimme sprach als fürchte er es könnte ein widerhall von den mauern laut werden hinter dem dammbacher hölzchen klang es wie verloren herauf und hinter dem dammbacher hölzchen haben sie ihn gefunden sagte plötzlich eine stimme dicht an der halb offenen türe des nächsten bodenraumes es war ein lehrjunge der von unten herauf kam sein pferd ist einem baum angebunden gewesen berichtete er atemlos weiter und er hat auf dem moose gelegen die marktweiber haben gedacht er schläfe nun haben sie ihn wieder in die fabrik geschafft solch ein reicher mann wie der hat viele hundert fabrikleute unter sich und kutsche und bedienten und hat doch so allein er verstummte erschrocken vor dem entsetzten mädchen an glitz unter dem schwarzen spitzen tuch vor den großen entsetzten augen und der schlanken gestalt die mit schlaff herabhängenden armen wie nachtwandeln an ihm und den gesellen vorüberschritt sie fragte nicht ist er tot diese erblassten lippen waren wie im kampfe geschlossen stumm glitt sie von tür zu tür die treppe des backhauses hinab und durch das offene tor auf die straße hinaus und nun ging es eilen und fußes durch die abgelegenen menschenstillen gassen denselben weg auf welchem sie einst aus furcht vor dem institut davongelaufen war ein erinnernder gedanke an damals kam mir freilich nicht sie schritt auch nicht durch wogende kornfelder von der nachwegenden abendglut der juli sonne umbrütet weithin breitelt sich stoppelflächen von denen grinschern aufflogen sie hörte auch nicht der schärfige kreisch der vögel der einzigen laute über der grabe stillen herbstflur ihr war als zöge der schülerchor neben ihr und hinter ihr es ist bestimmt in gottesrat klang es fort und fort und lief mit ihr und nahm lieb sie sekundenlang stehen und preßte stöhnend die hände auf die ohren und schloß die augen nein nicht das schlimmste war geschehen nicht wie eine schwankende ahre die ein einziger sensenschnitt hinmähd sank solch eine essenfest gefügte kraftstrotzende gestalter hin nicht so griff die dunkle hand in das hochgesteigerte getriebe menschlicher pläne und entschlüsse und wischte je entscheidende worte von den lippen weiter flogen die füße im rasenden lauf über das blauchfeld die anhöhe empor und durch das raschelnde laub zu welchem der nächtliche sturm den weg hinter dem bällchen beschüttet hatte sie konnte nicht schnell genug hinkommen um die unsägliche qual loszuwerden um zu sehen daß es nur ein heftiger schwindelanfall gewesen daß alles wieder gut alles beim alten daß die stimme wie immer zu ihr sprach die augen sie anblickten und diese entsetzliche stunde wie ein grauenvoller traum überstanden sei hinter dem dammbacher hölzchen haben sie ihn gefunden klang es wieder aufschreckend in ihrem ohr und jetzt stockte ihr fuß und der herzüß beschleichende glaube einen enttäuschenden traum zerrangrausam da wo sich die birken zwischen die buchenstämme mischten ja da war es gewesen da war der boden von menschenfüßen zerstampft wie ein kampfplatz da hatte man mächtige äste von den bäumen gerissen um raum zu gewinnen ihre innere kraft brach wie unter einem streich zusammen und als das wäldchen und die ersten dorfhäuser endlich hinterher lagen und die fabrikgebäude sich ein steinwurfsweiter drüben hindehnten da lehnte sie sich mit wankenden knien an einen der linden die dem tor des fabrikhofs gegenüber den rast und erholungsplatz der arbeiter beschatteten im hofe standen viele fabrikleute in gruppen aber kein lauter ne menschenstimme kam von dort her man hörte nur die huftritte eines pferdes es war herberts brauner der auf und ab geführt wurde in demselben augenblick wo margarete die linden erreichte trat der landrat drüben aus dem garten in den fabrikhof und fast zugleich bog von der seitwärts hinlaufenden chaussee eine equipage ab und brauste vor das tor wie durch einen nebel sah das junge mädchen flatternde bänder und wallende hutfedern die damen vom prinzenhofe saßen im wagen um gottes willen bester landrat beruhigen sie mich rief die baronin taubenegg herbert hingegen denn den wagen schlag trat und sich verbeugte er war bleich wie ein toter gerechter wie sehen sie aus also ist es doch wahr das entsetzliche unglaubliche das mir der oberamtmann von herms leben eben beim begegnen mitteilte unser lieber armer er lebt onkel nicht wahr er lebt sagte da eine flehende in verhaltenem schmerze vergehende stimme dicht neben ihm und heiße finger preßten seine hand er fuhr in heftigen schrecken herum um gott margarete die damen im wagen bog sich vor und starrten die reiche kaufmannstochter an die erhitzt und bestaubt einfach morgengleid und einem schwarzen schall um den kopf gebunden wenn dienstmädchen dahergekommen war wie fräulein lambrecht ihre nichte lieber landrat fragte die dicke dame stockend und unglaublich aber auch mit jener beschränkten neugier die sich selbst in den peinlichsten momenten vordrängt er antwortete nicht und margarete hatte nicht einmal einen blick für seine zukünftige vornehme schwiegermutter was wußte sie in diesem entsetzlichen augenblick von den beziehungen dieser drei menschen zueinander in wille der angst haftete ihr auge auf herberts verstörtem gesicht margarete sprach nicht weiter aber sein ton voll innerer qual sagte er alles sie schauderte in sich zusammen stieß seine hand die sie noch fest umklammert hielt von sich schritt über den hof nach dem pavillon es scheint ihr sie nahe zu gehen sie hat den kopf total verloren hörte sie die klare kühle stimme der schönen hiloise mitleidig hinter sich sagen wie wäre es sonst möglich gewesen so derogiert die straßen der stadt zu passieren in dem hausfall des pavios standen zwei im fortgehen begriffene ärzte der stadt und die in tränen schwimmende faktorin und halblaute worte vom gehirnschlag und einem schönen beneidenswerten tod schlugen am margaretens ohr ohne die augen zu heben glitt sie an den sprechenden vorüber und traten das zimmer wo der papa sich aufzuhalten pflegte ja da lag er auf dem ruhebett sein schönes gesicht hob sich in tiefer blässe von dem dunkelroten polster ein friedlich schlafender dem die je schmerzens hinraffende hand alle dunklen rätsel von der stirn gestreift hatte zu seinen füßen saß der großpapa den weißen kopf in den händen vergraben der alte mann sah auf als die enkelin stummem schmerz an dem ruhebett niedersank ihm war es nicht verwunderlich sie so derogiert auf eigenen füßen ankommen zu sehen er kannte seine kretel schweigend mit sanfter hand zu rasieren sich und da an seiner tauren brust brachen endlich die wohltätigen tränen und auf haltsam hervor im juli